Von Supermassive Games hatten wir vor ein paar Wochen gehabt mit diesem Frankenstein-Spiel und das von denselben Entwicklern, nur das war damals ihr erstes Spiel in dieser Art, was damals auch ziemlich beliebt war. Ich würde auch sagen, bis heute noch eigentlich so das beliebteste Spiel von denen und ich habe es persönlich nie selbst gespielt, immer nur irgendwo gesehen, aber nie selbst gespielt. Die anderen habe ich alle gespielt, deshalb jetzt mit dem Remake ist es eigentlich genau perfekt, dann kann ich es jetzt endlich nachholen und ja, es wird geil, hoffentlich. Wir spielen jetzt die Remake-Remaster-Version, die jetzt vor ein paar Tagen rauskam, mit einer schönen aufgehübschten Version. Es wurden wohl auch irgendwie ein paar Szenen umgeschnitten, umgeschrieben. Ähm, es gibt wohl ein neues Ende und so. Also für mich ist quasi jetzt alles neu, weil die Sachen, die ich damals gesehen habe, als es rauskam, ich glaube 2015 oder so kam das ungefähr raus, ne? Äh, die Sachen, die ich damals gesehen hatte, das ist, ähm, ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. Ich weiß nur, um was es für eine Art von Bösewichten-Monstern geht. Alles andere, keine Ahnung mehr. Und ich weiß, dass Remy Malik dabei ist, also der Schauspieler, der auch, ähm, Freddie Mercury gespielt hatte oder Mr. Robot. Ähm, dass der auf jeden Fall dabei ist hier. Ähm, so, lasst uns anfangen. Neue Geschichte? Let's go. Äh, Einstellungen hatte ich schon ein bisschen gemacht. Sprache, groß, ja. Hier ist nichts zensiert. Wir haben auch den Streamer-Modus aus, sodass wir die originale Musik bekommen. Nicht irgendwelche komischen Go follow your rainbow Musik, ne? Sondern die echte Musik. Und, äh, ja, Abfahrt. Biakonine, jetzt wird's spoopy. Der Schmetterlingseffekt. Der Flügelschlag eines einzigen Schmetterlings heute kann in einigen Wochen zu einem verheerenden Hurricane führen. Boah, Gänsevorhoden, Digger. Das ist wie bei Life is Strange. Die kleinsten Entscheidungen kann die Zukunft dramatisch verändern. Ja, heute ist ja auch kein Freitag, kein Freitag ein Spieler. Deine Handlungen formen den Verlauf der Geschichte. Ist schon gruselig, ne? Deine Geschichte ist eine von vielen Möglichkeiten. Wähle deine Handlungen mit Bedacht. Okay, Chad, bevor wir anfangen. Kennt jemand, also ohne jetzt großartig hier zu spoilern. Kennt jemand von euch das Spiel so gut, dass er noch die genaue Anzahl kennt, wie viele Charaktere am Ende maximal überleben können? Kennt jemand die genaue Anzahl? Ja, könnt ihr mal sagen, wie viele können am Ende maximal überleben, damit ich ein Bingo machen kann? Ja, sieben oder acht ist schon schwierig. Acht. Alle außer ein Jelb. Ich brauche eine Zahl. Wir haben jetzt schon mal sieben und acht und einmal acht. 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 Acht spielbare. Nochmal acht. Alle. Bin mir sehr sicher, dass es acht waren. Okay. Dann machen wir ein Bingo. Mit vielen Möglichkeiten. So, wie viele maximale Möglichkeiten kann ich machen? Okay, ich kann genug machen. Wie viele werden am Ende überleben? So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich habe alle Zahlen, ne? Okay. Spielst du wieder auf Opfer? Es gibt doch keinen Schwierigkeitsmodus. So. Ich mache die Gamba für eine halbe Stunde. Das ist das Längste, was geht. Halbe Stunde. Damit auch Leute, die später reinkommen, noch was machen können. Machst du die Quicktime-Events heute gut? Gut, ich versuche, ich gebe wieder mein Bestes. Also, ich werde jetzt nicht irgendwie absichtlich jemanden töten lassen. Ich gebe mein Bestes, so viele wie möglich am Leben zu lassen. Der Run, wo wir alle umbringen, kommt noch. Ne, es gibt keine Schwierigkeitseinstellung. Es gibt... Ich muss so spielen, wie es ist. Okay. Ich habe es noch nicht gespielt, ne. Es könnte theoretisch auch noch null überleben. Fuck. Ja, egal. Es werden keine null überleben. Ich werde mindestens einen am Leben lassen. Ich habe das Gefühl, ich sage gerade alle 30 Sekunden, dass ich das Original nicht gespielt habe. Ich habe das Original nicht gespielt, Leute. Wie oft soll ich mich mal wiederholen? Warte, ich schreibe einen Titel. Ich schreibe mein erstes Mal Until Dawn. Niemand liest den Titel. Ja doch, zwei Leute. Ich schreibe mein erstes Mal. Äh, VOD kommt, ja. WUSCH! An bestimmten Punkten in der Geschichte musst du ruhig bleiben. Halte den Controller ruhig und gerate nicht in Panik. Probier es jetzt aus. Wenn du dich zu viel bewegst, könnte das Konsequenzen haben. Maschine. Ich habe mich nicht bewegt. Bin eingefroren, weil mir gerade wirklich kalt ist. Aber ja, früher war da halt eher so kleinere Rollen. Dass du das wirklich getan hast. Sch, sch, sch. Wie ein James Bond. Ja, irgendwie sowas, ne? Genau. Ja, ich habe ihn, ich kenne ihn seit Mr. Robot. Da habe ich ihn lieben und kennengelernt. Was denn? Irgendjemand wird gemobbt? Was kann sie denn dafür, dass sie in Mike verknallt ist? Er hat versucht, ihn anzumachen. Ich bin voll auf der Seite von M. Und bloß, weil er Jahrgangssprecher ist, hat nicht gleich jeder Besitzansprüche auf ihn. Mike gehört nur mir. Hey, ähm, ich gehöre überhaupt niemandem. Na, aber sicher doch, Darling. Wieso haben die alle so komisch kurze Hälse? Ich habe das Gefühl, die haben alle so kurze Hälse? Oder sind das schmale Schultern? Irgendwas stimmt, oder das heißt, stimmt nicht, aber irgendwas ist weird an den Proportionen, finde ich. Irgendwas ist an den Proportionen der Körper weird. Vielleicht liegt es auch an den robotischen Bewegungen. Aber irgendwas, irgendwas finde ich uncanny rally. Ich habe jetzt die ganze Zeit Angst, mich zu bewegen. Weil ich denke, es kommt, keine Ahnung, Quicktime-Event, wo man sich nicht bewegen darf und dann brennt die ganze Hütte ab, alle sterben. Die hat mich angemalt. Kennt ihr noch den Waititi-Song? Die Schweine hat mich angemalt. Mit einem Eding in mein Ge... Okay, let's go. Abfahrt. Leider ja. Ich meine, der originale Song ist Banger. Auch heute immer noch. Es geht noch weiter mit zurück, ja. Fotos angucken. Cool. Wow, verziehs aber. Da haben sie ihn angemalt. Einfach auf Pummelhof angelehnt. Ich sitze hier wie Gott mich schuf und mir ist kalt. Ich fühle das sehr. Ich überlege auch gerade, mir dicke Socken zu holen. Es sieht aber auch echt geil aus, das Game, oder? Ich glaube, ich gehe in eine andere Ecke. Die Charaktere sind immer so linksbündig. Wieso ist der Kühlschrank offen? Ah, das sind Glastüren, okay. Ich glaube, das ist nicht neblig, sondern die haben so einen Filter drüber. Sondern einen komischen bleichen Filter drüber. Der soll das so ein bisschen, glaube ich, aussehen lassen. Okay, das ist ein Zettel. Oh, die Texte, die Texte sind immer, die Charaktere sind immer längs. Aber die Charaktere sind immer, äh, die Charaktere sind immer links, aber die Texte sind immer rechts. Han! Es hat Spaß gemacht, mit ihr abzuhängen. Niemand versteht mich so wie du. Komm später zu mir. Ich werde warten, Mike. Oh mein Gott. Was hat unsere naive Schwester jetzt wieder vor? Papi Papi, tust du mit dem Next Games Drop Top. Ja, die haben Han Solo irgendwie in der Gruppe. Oh stimmt, ich hab Udi... Ich hab ganz vergessen, dass Udis existieren. Ich hab letztes Jahr im Winter die Udis die ganze Zeit gerockt. Und vergessen, dass sie existieren. Nein. Hahaha. Hahaha. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich habe keine Ahnung, wieso das jetzt kam. Was war das für ein komischer Trailer? Ich habe eine Nachricht bekommen. Schön, dass du hier bist. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, umknutschen und sehen, was daraus wird. Der Rizzler. Sie zieht sich direkt aus. Oh mein Gott, sie zieht sich das Shirt aus. Hanna, Hanna, hey, nicht. Das ist nur ein dummer Streich, okay? Es tut mir leid, Hanna. Das ging ein bisschen weit, aber... Mike! Mann. Mike! Ihr seid echt arschig. Wisst ihr das? Hanna! Aber wie ernst sie das auch meinen? Der hat nicht irgendwie eine Hensi-Kamera oder so. Er kommt mit einer GoPro auf einer Stange. Auf so einem Selfie-Stick. Wie ernst sie das meinen? Josh, wecken andere suchen. Wir wecken Josh. Josh, aufstehen! Sie mochte den Prank nicht. Josh! Josh! Fuck! Der hat echt einen tiefen Schlaf. Was ist denn los? Wo will sie hin? Alles gut. Sie versteht nur keinen Spaß. Es war nur ein Spaß. Ach so. Was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert. Es war nur Spaß. Ihr Idioten! Ich liebe die Art von Spaß. Können wir ihr jetzt nachlaufen? Weißt du, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike. Kann vielleicht ihr dem Thema nachlaufen, nicht nur eine Person. Hanna! Boah, Resident Evil 8 hier gerade einfach. Von der Osten. Das ist ja wirklich Resident Evil 8. Da kann man auch krähen im Wald. Hanna! Oh, Touchpad. Hey! Kameray! Wieso hat die gerade eine Lego-Hand gehabt? Sie hat eine Lego-Hand einfach. Die andere Hand ist einfach gerade im Lego-Modus. Also. Die ganze Zeit so. Lego-Modus. Also, ich weiß nicht, wie die PS4-Version aussah. Aber das sieht gerade schon sehr hübsch aus. Kann sein, dass man das im Stream gar nicht so krass den Unterschied sieht. Hanna? Junge, halber Zoo bricht hier aus. Dass man hier im Stream das gar nicht so krass den Unterschied sieht. Im Stream oder auf Video. Ähm, aber ich sehe das auf jeden Fall. Also, was heißt, ich sehe den Unterschied. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die PS4-Version aussah. Aber das, was ich hier gerade sehe, ist auf jeden Fall von dem Look her etwas, was die PS4 auf jeden Fall nicht schaffen könnte. Äh, Helligkeit liegt daran, dass ich vielleicht die Helligkeit hochgedreht habe. Weil ich mache immer Spiele heller. Wegen Stream. Ich kann ein bisschen runterdrehen, wenn es zu hell ist. So vielleicht? Das linke Logo sollte nicht sichtbar sein. So, maybe? Okay, Geister, Geister. Ja, sieht doch besser aus, wenn es dunkler ist. Dann hat das nicht so einen komischen, nebligen Effekt. Wo ich dachte, das ist ein Filter, aber das ist kein Filter, ne? Ja, okay. Mach die korrekte... Okay, es geht los. Äh, schnell. Äh, Fußspuren folgen, Geräuschen folgen. Fußspuren folgen. Wir reiten auf ihm einfach. Äh... Geschwind. Scheiße! Scheiße, fuck shit! Scheiße, fuck shit, verdammte Scheiße. Fuck! Verdammt, Hannah! Wo steckst du? Der Lio-Obertal hat immer noch nichts zugemacht. Hannah! Hannah! Hallo? Hannah! Oh mein Gott, du bist ja am Erfrieren! Hier, nimm meine Jacke! Ich bin so ein Idiot! Ich bin so dumm! Hannah? Beth? Einfach Witcher-Gamer-Sicht aktiviert. Hannah! Verfluchte Scheiße! Verfluchter Fuckshit! Nein! 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 Ah! Ja, wie stark die ist! Festhalten! Festhalten! Also, ich könnte das nicht. loslassen, Hannah fallen lassen. Äh, loslassen! Äh, loslassen! Äh, loslassen! Hannah, loslassen! Ciao, Hannah! Es tut mir so leid! Ja, ich glaube, ich weiß, was du letztes Jahr getan hast. Ich glaube, die zählen noch nicht zu den Hauptleuten. Die zählen noch nicht. Er ist auch ein bekannter Schauspieler. Den kennt man auch aus einigen Filmen und Serien. Das Spiel, das ist bedeutsam. Und ich werde dir dabei helfen. Manchmal, manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig, sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend ist. Du kennst den Typ aus Until Dawn? Oh, Leute. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Okay. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Nimmst du dir bitte diese Karte und ziehst dir das Bild auf der anderen Seite an und sag mir, was du dabei fühlst. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen. Aber sehe ich das richtig? Ich hätte jetzt, egal ob ich sie fallen gelassen hätte oder nicht, ich hätte nicht die beiden irgendwie retten können. Weil ich habe ja gerade die Schwester losgelassen und trotzdem bin ich runtergefallen. Ja. Ich finde den Kurator hotter. Ja, das stimmt. Aber der Kurator lebt nicht mehr. Und was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Und sei bitte ehrlich. Okay, ich bin ehrlich. Ich bin glücklich. Ich bin nervös. Also das Erste, was ich gefühlt habe, ist eher was Positives. Also glücklich jetzt nicht. Nervös jetzt auch nicht. Aber ich habe eher was Positives empfunden auf den ersten Blick. Aber das lag an der Scheune und dem Gras. Und dann habe ich die, erst als ich die Vogelscheuche mir genauer angeschaut habe, dachte ich mir, die sieht schon ein bisschen weird aus. Aber ich mache mein erstes Gefühl und das war positiv. Ah, das ist gut. Auf welche Weise hat es dich glücklich gemacht? Der Sonnenschein, es ist friedlich. Ah, interessant. Sehr interessant. Wärst du glücklich damit, eine Woche hier zu bleiben? Ganz allein für dich? Ich habe nicht aufgepasst. Was hat er gesagt? Ich habe irgendwie gerade an irgendwas gedacht. Ich habe sogar vergessen, woran ich gedacht habe. Willst du dort eine Woche bleiben? Alleine auf jeden Fall schon mal nicht. Aus welchem Grund? Ich wäre einsam, ich hätte Angst. Ich hätte Angst. Ist etwas auf dem Bild, das dir Angst macht? Die Vogelscheuche, ich weiß nicht. Also die Vogelscheuche nicht, sondern eher, dass es so weit weg ist von, wahrscheinlich von der Siedlung oder so. Dass wenn da mich irgendjemand nachts raiden kommt, ich bin tot. Tja, das ist wirklich interessant. Ich fürchte, die Zeit ist um, aber überlege dir bitte, was ist es, das in diesem Bild fehlt? Hm? Das Ding, das deine Angst entfacht. Ja, die Pille ist ja kommend. Naja, aber so irgendwie weit weg von jeglicher Zivilisation in so einer Hütte oder so. Junge, da kann doch jederzeit irgendjemand kommen, dich ausrauben, dich abstechen. Und niemand wird jemals herausfinden, wer das war. Ja. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist Stilmittel. Gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg? Könnte er sich da verstecken? Meine Leute haben das Gelände durchsucht. Digger. Konnten die Mädchen auch nicht so weit gekommen sein? Etwas an diesem Berg... Ja, ich glaube, ich brauche eine Playstation 5 Pro. Sie hört gerade Radio auf dem Handy. Und das macht jetzt so Geräusche wie so ein analoges Radio. Stark. Und hallo, Freunde und Fans. Okay, und gleich von vorn. Mega. Mega. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood-Winter-Ausflug. Aaaaaah! Also, ähm, ich will nur ganz kurz das ansprechen. Chris 3. Dankeschön für 16 Monate. Äh, ich hoffe, das legt sich gleich. Ich würde gerne das Spiel neu starten. Ich weiß nicht, wo ich lande, weil es ist gerade mitten in der Cutscene. Ich denke mal, nach der Cutscene starte ich mal das Spiel neu. Was alle im Hinterkopf haben, ihr wisst schon. Ich weiß, ihr macht euch sicher alle Sorgen um mich. Und ich weiß, es wird schwer für uns alle zurückzukommen nach dem, was letztes Jahr passiert ist. Aber, ihr sollt alle wissen, ähm, ich meine, es bedeutet mir so viel, dass wir das durchziehen. Und ich, ich weiß, wir machen, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu, zu Ehren meiner Schwestern und, naja, okay, also, diese Party wird absolut abgefahren, verstanden? Das Ganze hier wird ein Trip, den wir nie mehr vergessen, okay? Yeah! Ja, es ist weird, dass sie dann nochmal hinfahren, aber vielleicht ist das eine Art von Trauma-Bekämpfung. Hey, jetzt, guck mal, jetzt geht's wieder. Der Flammenwerfer-Mann ist direkt am Start. Neuer Brandskin zündet gleich die Old. Obwohl, lohnt sich nicht, du bist alleine, ne? Dann bouncet der Feuerball nicht hin und her. Gewissenhaft, unsichtig, umsichtig, tapfer. Hennas beste Freundin. Okay. Ist unsichtbar. Hallo? Ist jemand hier? Ne, sie hat keine Arschlampe. Ihr Arsch ist nicht beleuchtet. Ja, es soll wohl ein neues Ende geben. Und ich hab jetzt im Chat auch, äh, bemerkt, dass wohl der Anfang auch wohl recht anders ist. Haben mehrere in Frage gestellt. Oh, pass. Das Tor ist kaputt, klettere rüber, Chris. Von Josh Washington, gesendet 28. September 2014, 11.54 Uhr. An Chris, Wegbeschreibung. Vancouver Central fährt umab, an der Endstation umsteigen. Jaja, was auch immer, ne? Ey, wie komm ich da nochmal hin? Wird nach Hause gehen, wenn ich klettern müsste. Ich dachte auch kurz gerade, wo will die jetzt über einen Zaun klettern? Aber hier ist jetzt eine Wand, I guess, ja. Äh, sicher oder schnell? Ja, ich denke mal, ich kann hier noch nicht sterben, ne? Wir gehen den schnellen Weg. Ich nehm immer den schnellen Weg. Spring. Weil Clicktime Events kann ich. Warum? Ja, weil schnell... Sicher ist halt langsam. Da erwischt mich ja dann immer der Mörder. Der schnelle Weg ist zwar ein bisschen schwieriger, aber den schaffe ich eher. Weil ich kann Clicktime Events. Pa, puh, pa, bi, puh. Schnell ist immer besser. Weil da kommt, äh, kommt ja mehr Gameplay und Gameplay kann ich. Tierflüsterer, das bin ich. Mit Tieren kann ich. Ja, ich habe bisher noch kein einziges Tricktime Event verkackt, okay? Zack, Tollwut, ja. Tot. Cool. Naturvölker und Schmetterlings-Prophezeiung. Stämme, die einst in diesen Bergen lebten, glaubten Schmetterlinge, brächten Träume und Prophezeiungen einer möglichen Zukunft. Die Farbe des Schmetterlings symbolisiert die Art der Prophezeiung. Tod. Schwarze Schmetterlinge sagten den Tod des Träumenden voraus. Gefahr. Rote Schmetterlinge warnten vor einer Gefahr. Verlust. Braune Schmetterlinge sagten Tragödie voraus, die Freunde betreffen sollten. Führung. Gelbe Schmetterlinge betrachten helfende und wegweisende Visionen. Glück. Weiße Schmetterlinge brachten Träume von Glück und Segen. Okay, wenn wir irgendwo zwei Wege haben und da ist ein weißer Schmetterling. Das ist unser Weg. Ich habe das am Anfang nicht verkacktes Stillsein. Ich habe absichtlich geschüttelt. Hallo. Chris, bist du hier? Dein Rucksack ist hier. Wo bist du? Du steckst nicht da drin, oder? Ja. Hallo. Da sind seine Körperteile. Wo sind wir denn hier? Äh, ja. Sowas von herumschnüffeln. Woher kennt er meinen Spitznamen? Chris ist verknallt in Ashley. Loyal, beschützerisch, humorvoll. Zicke Friese. Erschreck mich nicht. Äh, I'm sorry. Bist du meine Sekretärin? Äh, es hat vibriert. Cool, dann danke fürs Bescheid sagen. Ich übernehme jetzt. Oh, also. Ich habe da was Cooles gefunden. Was? Wird nicht verraten. Das musst du schon selbst sehen. Komm mit. Hier lang. Wohin? Gleich hier drüben. Das wird dich umhauen. Ist das ein Schild? Milgram, Viktor. Oh, sieh doch mal. Gesucht. Krass. Besuchen uns die meistgesuchten Verbrecher Amerikas? Irgendwer hat das wohl geglaubt. Ach, komm schauen. Hier kommt doch fast nie ein Mensch her. Total tote Hose. Gesucht in Verbindung mit vorsätzlicher Brandstiftung. Ersten Grades. So wie mehreren Morddrohungen. Jeder mit Informationen über diesen gefährlichen Kriminellen sollte schnellstmögliche Polizei kontaktieren. Berittene Polizei der Provinz Blackwood. Okay. Aber das ist 98. Das ist nicht der vom letzten Jahr. Vom letzten Jahr war da so ein Typ mit einem Flammenwerfer. Das war jetzt von 1998. Tada. Tada. Ziemlich krass, oder? Was ist so krass? Ja. Komm schon. Das sind coole Babys. Babys ist nicht so das Wort, das mir einfällt. Was soll das überhaupt hier? Was meinst du? Was zum Henker macht ein Schießstand bitte am Fuß einer Siloth? Was ist ein Schießstand? Ähm, sag mal, kennst du den Vater von Josh eigentlich? Ja. Er hält sich für einen Großwildjäger oder so. Willst du mal? Äh, nein. Mach doch ruhig großer. Okay. Ein bisschen rumschießen. Ich muss nur in einem Kreis sein. Ich muss nicht genau treffen. So, ich mach mal jetzt mal hier so weiter links. Ich muss nur im Kreis sein. Wichtig für Quick-Time-Events. Wow, guter Schuss, Sheriff. Okay. Ich bin böse. Ich bin böse drauf. Ich bin mal so dreist und bei mir ist das Anfängerglück vom Kreis. Das glaube ich nicht, Kleine. Jaja, jedes Baby kann eine so große Flasche auf die kurze Entfernung treffen. Hahaha, die Szene, Chef. Das ist das Meme, oder? Kommt jetzt das Meme? Oder war das Dead Red Redemption? Ich bin mir nicht sicher. Ich hab dich erwischt. Hey, Scharfschütze, die Bahn kommt. Warte, ich hab jetzt den Dreh raus. Komm schon, Chris, die Seilbahn. Ich muss gut spielen. Und wenn ich das auf das Eichhörnchen geschossen, dann wäre Sam wütend. Und dann hätten wir ein Problem zwischen Sam und Chris. Und Probleme im Team führen zu, dass sie vielleicht später sterben. Echt ein komisches Gefühl, nach einem Jahr wieder hier zu sein. Ja, echt. Jetzt ist in dem Moment... Ich muss gut spielen. Wir haben eine Gamba am Laufen. Ein Jahr ist kurz. War hier gerade irgendwas zum Anklicken? Ja, auf dem Handy gucken ist was anderes. Das ist okay. Wir sind Freunde. Ich weiß gar nicht, wie er das aushalten kann. Ich wäre ein Wrack. Na, wir müssen einfach alle auf ihn aufpassen. Es muss so schlimm für ihn sein. Und er ist nicht gerade der Typ, der andere um Hilfe bittet, weißt du? Hey, das ist schräg. Abgeschossen. Die Syncro, Alter. Hey, das ist schräg. Wegen der Leute. Das wollte er? Welche Leute? Na, keine Ahnung. Er meinte, es hätten mal Leute da übernachtet. Äh, gruselig. Ein wahrer Gentleman. Habe ich eine Saschenlampe? Nee. Ah. Wieso leuchtet mein Gamepad lila? Pink. Pink-lila. Ach. Ich dachte, die Bahn wäre schon leer. Das heißt wohl warten. Langsam kapiere ich, warum es den Schießstand als Zeitvertrag gibt. Welcher Irre baut denn auch da oben ein Haus? Um zu zeigen, wie reich man ist? Wir sind nicht so reich. Hotel und Sanatorium. Für einen gesunden Körper und Geist. Äh. War das gerade eine Kamera für einen Whirlpool? Überwachungskamera für einen Whirlpool? Was sind das für alien Lasergeräusche? Ich weiß nicht, warum es den Schießstand als Zeitvertrag gibt. Pew, pew, pew. Ach so, der Wagen kommt hochgefahren. Ist dann... Oh, okay. Endlich. Kommst du? Tja, naja. Ich wollte eigentlich für ein Nickerchen hierbleiben, aber... Okay. Natürlich. Für die ungebetenen Gäste im Pool. Muss man immer aufpassen, ne? Upa, upa. Dankeschön für 54 Monate. Das ist wie beim Abschlussball. Und los geht's! Ey, wieso sind da zwischendurch so... Ja, auf ins Abenteil! ...Star Wars-Geräusche? Pew! Was? Naja, dass wir uns alle zum Jahrestag wieder hier treffen. Josh schien wirklich happy zu sein, dass wir zusammen was machen, oder? Ja, stimmt. Auf jeden Fall. So aufgeregt habe ich ihn echt schon ewig nicht mehr gesehen. Gut. Gut. Er ist schwer einzuschätzen. Ich hab mir Sorgen gemacht. Nein, nein. Es war... Es war eine gute Idee. Ich hoffe, die anderen werden das auch so sehen. Wir sind doch alle hier, oder? Danke, Bro. Ja, löst! Was war das denn jetzt? Danke, Bro! Ja, der Hund ist, glaube ich, im Krieg, ne? Da haben wir wieder... Pew! Stormtrooper ging... Okay, und? Die Wookies. Okay, ich musste nach hinten. Und? Und neben Josh, als Banknachbar. Und bald auch als Freunde. Und das bis jetzt. Oh, bestimmt vom Schicksal. Wäre es nicht so gewesen, dass Jeannie Simmons in der Pubertät war, drei Jahre zu früh, und sie an dem Tag einen weiten Ausschnitt hatte, aus dem ihr Sport-BH geschaut hat? Ich meine, wer weiß. Du wärst heute in dieser Seilbahn vielleicht allein. Gerade jetzt. Oder würdest dich mit jemand völlig anderem unterhalten? Boom. Boom. Schmetterlings-Effekt. Er beschreibt jetzt einfach Horny Männer mit Schmetterlings-Effekt. Jess, Mikes Freundin. Aufgeschlossen, engagiert und impulsiv. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Neue Leute. Zeit, sie zu begrüßen. Ja, sie ist temperamentvoll. Was war das denn? Jess, hey. Jessica, hierher. Äh, was für Anfälle habt ihr beide denn da drin? Wir stecken in diesem Misting fest. Lässt uns bitte hier raus. Bitte, bitte. Was ist das für Leute, ey? Die warten, bis sie rankommt, und dann treten und hämmern die volle Kanne dagegen. Jess! Oh mein Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgenagt. Ach, ich kriege Chris. Hey, ich hab viel Fleisch auf den Knochen. Es sind alles Muskeln, sonst nichts. Ja, klar. Das war schon so ein Foreshadowing-Joke. Der wird später wirklich sein Bein fressen im Spiel. Ich weiß nur, was Sam mir gezeigt hat. Die privaten Gedanken anderer Leute sind mein persönlicher Spielplatz. Sei nicht so ein Arsch. Meine Güte. Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris. Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag. Ich will's wissen. Ich bin mit Mike zusammen oder bei Haaren geht es zurück. Nee, wir sind nett. Mike und M sind getrennt. Wir sind jetzt zusammen. Wow. Drama. Nicht wirklich. Eigentlich ein sauberer Schnitt. M ist raus. Ich bin drin. Ein sauberer Schnitt. Okay, okay. Gehen wir jetzt endlich zur Lodge rauf. Ich hab dieses ganze Naturzeug schon satt. Geht ihr doch schon vor. Ich warte noch kurz hier, ob sonst noch wer ankommt. Ah, sie wartet auf Mike. Du meinst Mike? Was? Die will mit ihm hier rummachen. Ich meine, ihr wisst schon. Wieso guckt eigentlich die Runterhose raus? Sam. Ist das nicht arschkalter? Hast du die Aussicht gesehen? Ich meine, total krass. Manchmal vergesse ich, auch mal stehen zu bleiben und zu genießen. Typ. Ehrlich, hätten Sie die Lodge nicht an der Stelle bauen können, wo die Seilbahn endet? Das ist M, I guess. Der ist Emily, aber ich denke mal, das ist M, ne? Intelligent, einfallsreich, offen. Also hat er sich quasi für komplett das Gegenteil entschieden. Also Emily und Jess sind wohl irgendwie komplette Gegensätze. Dann wär's nicht mehr so malerisch, weißt du? Das ist ihr Neuer. Hilfsbereit, verlässlich, sportlich. Und wo ist der Gepäckträger, wenn man einen braucht? Gänsehaut. Wir sind fast da. Nein, ich meine, ich krieg langsam Angst. Oh, ja. Das wird komisch, die anderen wieder hier oben zu sehen. Das wird bestimmt nicht wie eine normale Party. Ich meine, was glaubst du? Tapfer, engagiert, charismatisch. Mobber. Ihr hättet wirklich mal eure Gesichter gerade sehen sollen. Mann, ich hätte dir fast eine reingehauen. Nicht schlecht. Michael, du bist ein Arsch. Kommt schon, Leute. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kein Grund zur Gewalt. Ist doch nur harmloser Spaß. Wir sind hier im Wald. Es ist schaurig. Kommt schon. Lasst uns doch die Stimmung genießen. Die Stimmung genießen? Echt jetzt? Was stimmt nicht mit dir? Ich will uns nur alle mal auflockern, M. Sei doch nicht so. Wieso? Na, so wie du bist. Du reagierst immer so. Drama. Hau ab, Mike. Begrüßt. Wir sind alle Freunde, genau. Nett sein, Chef. Nett. Okay? Den ekligen Run machen wir noch. Michael. Ich spreche es jetzt einfach an. Ansonsten wird das ganze Wochenende echt scheiße für uns alle. Das Ganze ist super unangenehm. Und wir wissen das. Lass uns das einfach akzeptieren. Aber was ist das für eine Freundesgruppe? Wieso ficken die sich alle gegenseitig? Wieso wechseln die da? Reichen die sich da so gegenseitig hin und her? So dicker. Hast du das Game eigentlich? Ja, ich spiele es gerade selber. Also ich besitze das Spiel gerade. Warum nicht? Keine Ahnung. Ist irgendwie weird. Die ganze Zeit. Nee, es ist weird. Abhacken. Okay? Matt. Verstanden. Ich seh's ein. Ich will nicht querschießen. Gut. Sind wir cool? Klar. Wollt ihr jetzt noch rumknutschen? Oh mein Gott, absolut. Wir knutschen auf jeden Fall. 2014, ja. War eine andere Zeit. Äh, nein. Ernsthaft, ich muss wieder zur Seilbahn und gehe jetzt zurück. Okay, bis dann. Bis dann. Okay. Bis dahin. Oh Mist. So war, so war, äh, der Vater von der Ex von mir. Immer wenn es so, so irgendwie Gay-Jokes gab oder so beim Familienessen oder so, hat er genauso immer reagiert. Könntest du die da für den restlichen Weg tragen? Das Gepäck? Ja, äh, die ganzen Taschen. Äh, wieso? Das war sogar vor 2014. Ich muss erst mal zu Sam. Okay. Sorry, ich, ich muss sie unbedingt erst finden. Ich hab total vergessen, dass ich mit ihr reden muss, bevor wir alle oben ankommen. Was kann ich warten? Wir sind doch fast da. Es ist wichtig. Matt, bitte. Äh, Baharren, ich lass dich nicht alleine. Na, okay, ich denk mal, sie kann alleine gehen. Sie ist eine erwachsene Frau. Ich weiß, es ist hier ein Horrorspiel. Hier kann jederzeit jeder sterben. Ähm, ich merke gerade, der Chat verdeckt auch die ganze Zeit immer die Dialogentscheidungen, ne? Hatte ich nicht irgendwo hier noch einen anderen Chat gehabt? Ähm. Stream abgestürzt. Da ist noch so ein Counter, der kann weg. Ja, ich schub's euch ein bisschen rum hier. So. Äh, ja, das ist das Intro. Ich denk mal, hier wird noch keiner sterben. Das, was ich sagen wollte, ne? Hier wird noch keiner sterben oder so. Hier wird jetzt nichts Schlimmes passieren. Deshalb, ich lass sie alleine gehen, ne? Ich glaub, das ist besser für die Beziehung. Okay, gut. Wenn's so wichtig ist, dann spiel ich Packesel für den Rest des Weges. Aber du schuldest mir was. Entschuldigung? Na, dann sind wir eben quitt. Ich überleg's mir. Sei aber vorsichtig. Wir sehen uns auch im Schuss hier. Ja, Dominic Gundy haut eine Million Punkte raus. Willkommen im New Game Plus. Legende. Ja, diese Punkte. Vor allem als Nicht-Sub so viele Punkte gegrindet. Junge, wie lange guckst du den Stream schon? Seit 70 Jahren? Als Non-Sub bekommt man ja sogar weniger Punkte. Ashley, fleißig, neugierig, sensibel. Okay. Oh. Ich bin ja wirklich neugierig. Moment, der küsst jetzt Emily? Oh, der läuft noch was. Bei den beiden ja nicht viel zu bedeuten. Bei denen läuft noch was. Obwohl die schon beide... Oh Gott, oh Gott. Hey. Hey, wow. Tut mir leid. Tut mir leid, Ash. Ich wollte dich nicht erschrecken. Muss das sein, Matt? Ja, also ich meine, ich wollte dich schon erschrecken, aber nicht völlig verschrecken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey, wow. Mann, tut mir echt leid, Ash. Ist okay. Schon gut, schon gut. Was schaust du dir an? Ist ja irgendwas Spannendes zu sehen. Lass mich mal ran. Lass mich mal ran? Was? Ich hab nicht zugehört. Das Einzige, was ich jetzt noch höre, ist, lass mich mal ran. Äh, Finger weg! Ermutigen. Ne, das soll er nicht sehen, ne? Nein, ist irgendwie kaputt. Man sieht gar nicht richtig, was nur... Was? Nein, die soll nicht sehen, was die da rummachen. Wir brauchen keine Streitereien hier. Und Jason, danke schön für den Gifted Sub. Beharren. Nein, ehrlich, Matt, man kann wirklich kaum was sehen. Ich hab schon Kopfschmerzen. Nur vom Reinschauen. Also, nein. Nein. Okay. Äh, klar. Wenn du sagst. So was machen, Freunde. Also, ich sag's, wie es ist. Ich mein, da passiert dir jetzt nichts Krasses. Ne? Wenn ich jetzt in Ashley Situation wäre, ich würde ihm auch das nicht zeigen, aber danach halt zu Emily gehen und sie zur Frage stellen, ob da noch was läuft und wie scheiße das ist gegenüber Matt und von ihr verlangen, dass wenn da was ist, dass sie mit Matt reden soll. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie so hinterrücks jetzt einfach sagen, guck mal da, die ficken oder so, obwohl die da nur stehen und diskutieren oder so. Vielleicht ist da nicht mal was passiert, ne? Und wenn ich ihm jetzt da irgendwie das zeigen würde, dann würde ich ja unnötig in die Beziehung herangreifen. So, ne? Die sollen das unter sich klären. Also, ich werde darauf anstupsen und dann sollen die das klären. Aber ich will da jetzt nicht, weil wir vielleicht quatschen ja gerade nur so und das sieht gerade nur ein bisschen weird aus. Und Matt ist vielleicht so ein super eifersüchtiger Typ, er sieht das und wird dann extrem wütend oder so. Und sticht die alle ab. Wir sind hier in einem Horrorspiel. Die Cam-Position ist doof, wie so. Die kam doch immer jetzt unter der Cam, oder? Buch lesen, auf Handy schauen. Buch, lol. Ein bisschen Doom-Scrollen, Digga. Das hast du jetzt nicht getan. Nimm die Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Du bist am Zingelt. Aber wie könnte ich mich da noch wehren? Welche Wahl habe ich? Eine sexy junge Rebelle denn noch, als mich dem jungen Stamm Militärobers zu ergeben, der mich festnehmen will. Zum Banklauf ein Schneeball. Erstmal dodgen. Ich mag auch Drama, aber wir machen einen guten Run. Ich versuche so viele... Ich soll nicht reden. Er bist... Oh, versuch das ruhig nochmal. Ich versuche so viel wie möglich am Leben zu lassen. Steckst du dich, kleines Vögelchen? Oh, jetzt. In sein Gesicht. Bats, Junge. Da war ein Stein drin. Was ist dieser Song gerade eigentlich, Junge? Jetzt auf den Vogel. Hallo. Komm schon. Junge, da habe ich jetzt irgendwie so Hirschscheiße reingelegt. Hey, Mike. Zack. Boom-Shakalaka. Boom-Shakalaka. Junge, was für Boom-Shakalaka. Manchmal ist es am besten, einfach nichts zu tun. Du kannst dich nicht verstecken, Michael. Ich kenne all deine Tränen. Also soll ich jetzt nichts tun. Niemand sieht ihn. So geht das. Ich finde dich, Jess. Und dann was? Er hat sich versteckt wie Chopper bei Wombees. Es reicht. Oh, oh, ja. Nichts da. Jetzt bist du dran. Was ist dieser Song gerade? Hab dich, das war's. Endstation. Hast du mich jetzt flachgelegt? Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, das wüsstest du, wenn es so wäre. Okay, okay. Mal sehen. Sagen wir also mal, ich habe gewonnen. Du bist eine würdige Gegnerin. Ist Jessica die Schneeballqueen? Okay, das klingt fast schon reizvoll. My Lady? Mal küssen. Ich nehme immer Schneeball. Was heißt denn, ich nehme immer Schneeball? Klingt so, als hättest du schon 20 Runs gehabt. In Gänsefüßchen. Tja, ich fürchte, irgendwo zwischen diesen Gänsefüßchen frieren wir uns zu Tode. Ja. Da ist der, Victor. Spiel das Spiel seitdem du liest jeden Tag. Stark. Da sind wir wieder. Und wie fühlen wir uns jetzt? Wer ist Victor? Ja, 1998 war wohl hier in dem gebietigen Victor, der irgendwie gemordet hatte. Nee, nicht ich. Mit C wird da geschrieben. Dieses Mal. Ich bin nicht so nekliger. Versuchen wir zu den Wurzeln deiner Ängste vorzudringen. Jetzt nimm dieses Buch und blättere darin. Du siehst da Sets aus Bildern und Symbolen. Ich möchte, dass du mir sagst, welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt. Der Bär. Flugzeug schon eher. Mit menge an Leuten komme ich easy klar. Aber Flugzeug ist schon ein bisschen gruselig. Boah. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Also ich finde, das Szenario, wenn ich jetzt irgendwie da ist ein Boot gesunken und ich bin jetzt irgendwie so mitten im Meer oder so, arschweit vom Land entfernt, dann finde ich das schon extrem gruselig. Aber das passiert eher seltener. Höhen ist immer, kommt immer drauf an. Ich habe per se nicht Angst vor Höhen. Aber wenn ich das so machen müsste, wie er das macht, dann hätte ich Panik. so wie er da steht. Davor hätte ich auch Angst. Aber per se ist Ertrinken schon eigentlich gruseliger. Ich wurde mal von besoffenen Leuten ganz oft gedäppt, dass ich fast ertrunken bin. Das war sehr gruselig. Ich nehme das rechte. Schlangen machen mir Angst. Ratten sind voll süß. Schlangen habe ich auch wirklich Angst. Die sind gruselig. Ich habe keine Ahnung von Schlangenalter. Ich meine, ja, Ratten können irgendwelche Krankheiten übertragen und so, aber keine Ahnung. Schlangen übertragen keine Krankheiten, sondern vergiften dich direkt und bringen dich um oder so. Waffen sind beängstigend. Ja, Pistole schon definitiv. Hallo? Achso. Bei einem Messer kann ich irgendwie fliehen. Bei einer Pistole, Digga, bin ich ja tot. Kakerlaken. Boah, das jetzt. Also, bei Schlangen habe ich eher so die Angst wegen Gift. Aber Kakerlaken sind schon echt widerlich, ne? Aber hätte ich jetzt vor mir eine Schlange und eine Kakerlake. Von der Kakerlake würde ich nicht irgendwie zurückweichen. Von der Schlange schon. Beides macht mir nicht wirklich Angst. Beides macht mir nicht wirklich Angst. Aber ich muss, glaube ich, sagen, ich überlege gerade so ein Szenario. Ich bin irgendwie mitten, mitten auf der Straße, so mitten auf der Straße, so nachts alleine gerade auf dem Weg nach Hause. Und dann steht da eine Vogelscheuche oder ein Clown. Was würde ich nachts auf dem Weg nach Hause gruseliger finden? Das Ding ist, bei der Vogelscheuche siehst du das Gesicht nicht. Beim Clown würde ich vielleicht denken, dass das irgendein Typ, der sich verkleidet hat. Der gerade vielleicht von einer Party kommt oder so. Aber dem Vogelscheuche, er verdeckt ja da ins Gesicht. Das ist schon so, direkt so ein bisschen irgendwie so ein Feeling von der hat doch was Böses vor. Der will nicht erkannt werden. Deshalb nehme ich den Rechten. Ja, vor allem Clown macht da einfach vielleicht nur seinen Job. Eine Vogelscheuche, die wird dann nicht seinen Job machen. Oder es geht darum wirklich, dass sie auf dem Feld steht. Ah shit, wenn sie auf dem Feld steht? Wobei, aber wenn du so nachts, du lebst so auf dem Land, guckst aus dem Feld, aus dem Fenster raus und siehst so auf dem dunklen Feld dann so einen T-Pose Vogelscheuche im Dunkeln herausragen. Weiß nicht, finde ich jetzt beides nicht schlimm. Blut ekelt mich an oder Kren? Was ist das? Wieso sind denn Kren beängstigend? Und das links ist nicht einfach nur Blut, Digga. Aber Kren finde ich süß. Wieso sollte ich Angst vor Krenen haben? Die sind super. Hab ich dich erschreckt? Verzeihung. Du machst das wirklich gut. Nur eine kleine Schürfunde links. Versuche es etwas schneller. Ach du Scheiße. Je mehr du dich auf deine Instinkte veräst, desto ehrlicher sind die Antworten und desto aufschlussreicher wird dieses Erlebnis. Okay, schneller Chat. Äh, Spinne. Äh, Spritze. Schnell genug? Okay, guckt. Äh, Zombie. Äh, Wolf. Äh, Wolf. Das ist sehr interessant. Danke. Dafür, dass du so gründlich warst. Wieso, Wolf? Digga, ich bin im Wald unterwegs. Auf einmal ist ein Wolf und knurrt mich an. Zombies und Wölfe. Tolle Kombination. Klingt perfekt für Freitagnacht. Ah, wow. Wow, 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 wow. Unsere Zeit ist mal wieder um, aber ich verspreche, wir sehen uns bald wieder. Ja, schade, dass es nicht die Auswahl gab zwischen Bär und Mann. So, äh, Spritze, äh, Gewitter und Wolf. Also, verspritzt kann ich mich wehren. Von einem Gewitter kann ich mich verstecken. Mann, mit jedem Aufstieg, Aber wenn ein Wolf vor mir steht, bin ich tot. Ja, das denke ich mir auch immer. Josh! Bruder von Hannah und Beth. Beharrlich, kreativ, verspielt. Kannst du dich von der Spritze wehren? Wenn vor mir ein Typ steht mit einer Spritze und will mich angreifen, ich kann ja weg rein, ich kann ausweichen, ich kann irgendwas machen. Es ist ein Mensch, mit dem kannst du ja eher umgehen als mit einem vorigen Wolf. Bei dem kannst du, der ist ja komplett unberechenbar. Er spielt vor allem, Junge. Ach, komm schon, du warst so oft hier, für dich schrumpft er doch sicher. Ja, das stimmt wohl. Dann sorgst du hier mal für ein paar Handymasten, ich hab schon Entzugserscheinungen. Hast du mal eine Million Dollar für mich, dann kriegst du die Dinger sofort. Witzig, dass du das sagst, äh, ich hab sie in der anderen Jacke. Ups. Chat, was findet sie schlimmer? Spinnen oder Schlangen? Bei der Aufstieg, okay? Hey, Gang. Hab mich gefühlt wie ein Packesel, aber hey, man kann nicht alles haben. Ja, war ganz okay. Ein bisschen gruselig, ich mein, schon seltsam, wieder hier zu sein. Wisst ihr, wisst ihr, was für mich Spinnen schlimmer macht als Schlangen? Die springen dich an. Irgend so eine giftige Ta-ta- Schmantel, Alter. Die springt dich einfach an. Das ist ja mega gruselig. Oder die ist... Schlangen können doch nicht so hoch springen, Alter. Spinnen halt auch... Und wir haben jetzt in Deutschland diese eine neue Spinne, die dich anspringen kann und beißen kann. Jetzt erst recht. Yo, yo, yo. Steigt hier oben mal die Party, oder was? Die Nosferatu-Spinne, ja. Die ist jetzt mittlerweile bei uns in Deutschland auch gängig. Äh, Tratschen, Matt und Emily, Sorgen, ist alles okay. Ja, wir tratschen. Und Matt und Emily sind ein Pärchen, ja? Ja, scheint so, Mann. Und was sagt Mike dazu? Ich hab das Gefühl, Mike hat schon alle Hände voll, so wie immer. Verdammt, das blöde Ding. Vereist? Was sonst? Vielleicht gibt's noch einen Weg rein. Pus, es gibt tausend Wege da rein, nur alle verschlossen. Es gibt sicher ein Fenster um die Ecke, das wir vielleicht aufmachen könnten. Warte mal kurz, du meinst also, wir sollten einbrechen? Ich glaub nicht, dass es Einbruch ist, wenn du da wohnst, oder? Hey, nicht, wenn ich die Cops nicht rufe. Ähm, geh mal voran, Kumpel. Hey, Ash. Hey, Chris. Seltsam zurück zu sein, zuversichtlich. Ja, wir sind zuversichtlich. Wie läuft's bei dir? Bisschen zum Montag. Und? Er ist ja in Love mit dir, ne? Wie läuft's bei dir? Hm, gut, Herr. Hat ein Crush auf sie. Etwas kalt. Ich bräuchte jetzt ein warmes, kuscheliges Feuer. Ja, das hört sich verlockend an. Scheiß Sportler. Äh, neugierig, freundlich. Ja, wir machen neugierig. Also, du und Emily, ihr, ihr seid zusammen? Hundertprozentig, Mann. Kam etwas überraschend, aber es ist toll. Hä? Wieso hat sich gerade seine Stimme gewechselt, irgendwie mittendrin? Hä? Und jetzt haben wir gar keinen Ton mehr. Äh, hallo? Entschuldigung. Hallo? Es liegt am Spiel. Also, ich hatte auch auf jeden Fall, als ich gestern das gekauft hatte, hatte ich auf jeden Fall gelesen, dass es wohl einige technische Schwierigkeiten gibt zum Release. Aber es gab, gab es schon einen Patch oder so? Und den habe ich noch nicht runtergeladen? Das ist die neueste Version. Vielleicht fängt sich das gleich. Wir müssen jetzt lesen. Ja, ich starte mal das Spiel neu. Okay. Ah, er ist wieder da. Okay. Alle VOD-Zuschauer wundern sich, welche Musik gerade wohl läuft. Mann, schon wieder gemutet. Ich will, ich will Josh hinterher. Ich kann aber nicht. Jetzt geht's. Da war gerade irgendwie eine unsichtbare Wand oder so. Josh Lee sah heute verdammt heiß aus, oder? Okay. Josh steht auch auf Heißlecht? Sie schlägt ein wie eine Bombe aus dem Nichts. Okay. Ich will ihr am liebsten den Parker runterreißen und mich mit ihrem Schnee wälzen, klar? Äh, ja, absolut. Ja, absolut, Mann. Wann willst du denn die Kleine ins Bett kriegen? Tch, als hätte ich da Chancen. Komm schon, Mann. Sie verbringt doch praktisch ihr gesamtes Leben nur mit dir alleine. Ja, aber nur als Freunde. Hör zu, Alter. Ich überlege gerade. Wäre das, das wäre schon ein bisschen weird, oder? Also wenn du und dein, also du hast dich in ein Girl verliebt. Du hast dich in ein Girl verliebt und dein Kumpel sagt zu dir, boah, ist die geil. Ich würde dir am liebsten jetzt die Klamotten runterziehen und sie bumsen. Obwohl er das natürlich ja weiß, dass du auf sie stehst und der mit dieser Ansage eigentlich nur das Thema einleiten will, mit dir darüber zu reden, dass wann traust du dir den ersten Schritt? Wäre schon ein bisschen ekelhaft, oder? Aber ich hatte so eine ähnliche Situation gehabt, Chad. Ich habe tatsächlich so eine, nicht so, nicht das genau, aber das war noch, also meine erste richtige Beziehung, die ich hatte. War so ein Girl, das war so ein Girl aus der Freundesgruppe, wo wir dann halt uns jedes Wochenende alle zusammen getroffen haben und so weiter und ich weiß nicht, ob mein Kumpel damals schon wusste, dass ich was von ihr will. Ich bin mir nicht sicher, ob er das wusste. Auf jeden Fall waren wir im Meckes und ich wollte was von ihr und sie wollte eigentlich auch schon was von mir und wir waren schon die ganze Zeit in so einem bisschen Hi-Hi-Haha-Flirty Modus und eigentlich ich weiß nicht, ob ich schon mit ihm kommuniziert habe oder mit ihm gesagt habe, hey, ich stehe auf sie, aber der ganze Freundeskreis hat schon mitbekommen, da läuft was zwischen den beiden und wir saßen schon da am Tisch und haben irgendwie gegessen oder gewartet auf unser Essen und sie stand noch an der Kasse und hat bestellt und dann sitzen wir da und er sagt zu mir, boah, die hat schon aber eigentlich einen echt geilen Arsch, oder? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie ich reagiert habe, was ich dazu gesagt hatte, aber ich weiß, dass es immer in meinem Gehirn eingebrannt war, bis heute immer noch und als ich dann auch mit ihr immer zusammen war und er halt irgendwie in der Nähe war und so, dachte ich mir immer, der schaut gerade mies auf ihren Buri. Ashley, endlich allein. Du hast die Vorarbeit geleistet. Du warst der perfekte Gentleman. Jetzt hol sie dir endlich in die Kiste. Dankeschön für 55 Monate. Zustimmen, vielleicht hast du recht, widersprechen. Ja, ja, du hast recht. Wir gehen rein. Vielleicht hast du recht. Du bist ein Killer, Bro. Keine Furcht, keine Gnade. Ich meine, sie wird nicht wissen, wie ihr geschieht. Schon gut, schon gut, kapiert. Wow. Ja, ich habe einfach Finger weg gesagt. Finger weg. Das ist mein Fleisch. Kriegst du sie nicht in die Kiste. Oh, shit. Keiner steht auf Frostbeulen. Okay, da fehlt eine Axt. Victor hat die Axt sich gesnackt. Wow, Josh ist schnell unterwegs. Jetzt kommt langsam der Saft aus. Jetzt fängt mir auch noch mein GPS. Endlich bin ich mal draußen und könnte es tatsächlich benutzen. Und bin ich mal ohne dein Handy klar. Was? Wieso? Du redest von nichts anderem. Naja, es kann also viel Zeug und... Ja, hast du eine App, die uns in die Lodge reinbringt? Nope. Eine App, mit der du ein Date kriegst? Ja, eigentlich gibt es da... Also, hast du nicht. Die Antwort ist... Hast du nicht. Josh war gerade so schnell, der hat gerade so diesen Ding jetzt gemacht. Ähm, soll ich auf den Berg und wieder zurück? Soll ich nochmal? Soll ich nochmal? Den hat er gerade gemacht einfach. Wuhu! Ja, ja, ja. Das nenne ich ja mal clever. Sehr gut. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Schön, Junge. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alles okay. Hätte ich in der Kletterstunde mal besser aufgepasst. Du meinst Sport? Ja, da, wo man das Seil hoch muss. Oh. Äh, war ich das? Ich glaub nicht. Sie platzt einfach. Sie geht nicht aus. Sie platzt einfach. Oh, Chris, ich hab gerade ne Wahnsinnsidee. Ja? Absolut. Äh, lass hören. Okay, also... Ich bin ziemlich sicher, ich hab noch irgendein Deo in einem der Badezimmer. Benutz doch das mit dem Feuerzeug. Äh, ich schnall das nicht. Wie soll uns ein Deo-Stift denn helfen? Spray, Mann. Es ist Spray. Oh, ja, jetzt versteh ich. Flammenwerfer. So wie bei unseren Spielzeugsoldaten. Ja, die so schön schmelzen. Einfach das Spray ans Feuerzeug halten und wusch. Und wieso soll ich das machen? Bye bye, vereist das Schloss. Ach so, wegen nem Schloss. Okay, du kriegst es hin. Ich muss schnell was erledigen. Ist es okay, wenn du dich kurz allein durchs Dunkel kämpfst? Nein, aber ich mach's. Geh mit Gott, Partner. Ich weiß, früher im Sportunterricht, in der Umkleide, haben das die Jungs bei mir in der Klasse gemacht. Ich hab davor immer voll Schiss gehabt. Ich hatte immer Angst gehabt, dass irgendwie, wenn ich das versuche zu machen, dann platzt die Dose oder so in meiner Hand. Hatte voll Schiss immer davor gehabt. Aber ich fand das immer so cool, wenn das andere gemacht haben. Wollte das auch immer machen. Aber das ist wieder so ein Schmetterlingseffekt, ne? Wer weiß, hätte ich das gemacht, dann wäre die Flasche in meiner Hand geplatzt. Ich hätte jetzt eine verletzte Hand. Bis jetzt könnte gar keine Videospiele spielen und wäre niemals Streamer geworden. Und hätte euch nie kennengelernt. Schmetterlingseffekt. Als ich auf Klassenfahrt war, haben das die Jungs bei uns gemacht und damit ein Bett der Jugendherberge angekokelt und die Haare von mir. Okay. Holy shit. Ah, echt cool. Ah, echt cool. The Washington Family. Ja, da sind die zwei Schwestern, die gestorben sind und Remi Malik. Also Josh. Was war das denn? Ich dachte kurz, da steht ne Ritterrüstung. Das ist ne Palme. Ich mag Remi Malik. Ja, ich mag ihn auch. Ich find das auch ein sehr, sehr hübscher Mann. Mr. Robot, ja. Der hat so ein komplett uniques Gesicht irgendwie. Sehr, sehr hübscher Mann. Der sieht nicht nur random aus wie Remi Malik. Das ist der Schauspieler Tirole hier auch. Also das sind alles echte Schauspieler hier. Kann ich die Kerzensteine anmachen? Degg, wo gibt's die denn? Hier Deos. Da. Ist ein Deo. Ist ein Telefon. Okay. Okay. Hi, Mrs. Washington. Hier ist Sergeant Tate nochmal. Ich fürchte, ich habe schlechte Neuigkeiten. Wir haben die Fallakten durchgesehen und man kann da nichts tun. Er ist ein freier Mann. Wir können seine Bewegungsfreiheit nicht einschränken. Victor? Ich weiß, das ist nicht, was Sie hören wollten. Rufen Sie mich an, wenn Sie mehr wissen wollen. Ende der Nachrichten. Ja, also mir gefällt das auf jeden Fall hier schon besser. Also man, ich merke schon, wieso das der beliebteste Teil ist. Die anderen haben meistens immer so lange Intros, wo nichts passiert. Oh, da kommt jemand. Du hast hier jetzt schon mehr Quick-Times-Events gehabt, zum Beispiel, also jetzt innerhalb des Intros und den ersten Kapitels, mehr Quick-Time-Events gehabt, als im ganzen Frankenstein-Game. Also ist schon, ist schon um einiges nicer, ja. Und Partyhütchen, Dankeschön für 13 Monate. Wieso Victor? Weil vorhin ein Plakat hing, 1998 gab es hier einen Mörder, der hieß Victor. Und I guess, das ist der Typ mit dem Flammenwerfer, der hier oben war. Ich hab nicht alle Cuties verkackt. Cuties! Kann ich nicht umdrehen? Nee, ne? Und bei den anderen Spielen waren auch die Quick-Time-Events teilweise so komplett random, weil dann halt zwei Stunden lang eigentlich nichts passiert und dann kriegst du aus dem Nichts random ein Quick-Time-Event reingeworfen und dann wieder zwei Stunden nichts. Das ist halt so weird dann teilweise gemacht. Bei Frankenstein war das auch wieder so schlimm. So, die hätte man auch einfach rauslassen können. Hebt das Buch auf, da war ein Buch. Ach so, du machst einen Cutie-Joke. Cutie? Ey, ich hab noch keine Schmetterlinge gesehen. Ach, das ist das Fenster, was hier so knatscht. Ha! Aua! Oh! Oh! Wo ist denn mein Deo? Ok, ich hätte wohl schon irgendwelche Schmetterlinge hier Du hast Menü auf Kreuz Ich habe kurz geguckt, ob es eine Sprint-Taste gibt Kreuz ist einfach Menü Da, davon haben die eine Kamera Es gab zwei Kameraperspektiven In dieser Lodge, wo die Überwachungskameras waren Und die eine war hier drauf gerichtet Und die andere auf den Eingang, fertig Nur zwei Kameras Zu gucken, ob der Einbrecher gerade am Einbrechen ist Und ob der Einbrecher gerade am Baden ist Ich habe mein Deo gefunden Oh mein Gott Wieso ist ein Wolf? So ein Dreck Das sind die Scheiß Weil ich entschieden habe In dieser Buchkacke Habe ich Wolf entschieden Das kam Wolf Hätte ich da gesagt Spritze Dann würde jetzt eine Spritze rausfliegen Das war kein Marder, das war ein Wolf Danke, danke Die Show läuft die ganze Woche Das ist doch kein Marder Mann, das Ding hat mich erschreckt Was war das? Bist du okay? Das war ein Bär oder ein Tiger oder sowas Oh, es war nur ein süßer kleiner Baby Vielfraß Baby Keine Sorge Du wirst bald ein großer Junge sein Digga, klipp die Scheiße Guck dir das an Du bist doch ein Wolfs Furry Als ob du das nicht erkennst Also, wenn das jetzt ein Wolf ist Und du erkennst das nicht Ich würde dir deine Furry Lizenz wegnehmen So würde ich das nicht ausdrücken Oh mein Gott, es tut so gut drin zu sein Auch wenn es hier irgendwie ziemlich eisig ist Ich mach mal Feuer an Hier hat sich ja kaum was verändert Es war niemand hier oben War nicht die Polizei ständig hier? Das ist ein Vielfraß Nein, in letzter Zeit war ja nicht viel los Ich bin ein Vielfraß Aber das war definitiv nicht ich Wer ist denn? Was, wer ist der denn? Es gibt einfach ein Tier Das heißt Vielfraß Magic Roll Dankeschön Für 24 Monate Also Hätte jetzt nie gedacht Das ist Also, keine Ahnung Guck mal Das ist doch ein fucking roter Panda Oh, Wolverine 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 Ist das englische Wort für Vielfraß? Tatsächlich Lol Ich wusste nicht mal, dass der Name Wolverine Auf einem Tier basiert Wieso ist der fucking Zorro und Gatz Wolverine Tierlist Lol Ich dachte Wolverine ist eine Art Wolf Aber das passt zu ihm wirklich Der ist auch so süß Wie die Kleinen Aber ich dachte auch Er soll eher Irgendwie so was Wie so ein Wolf darstellen Aber die Kleinen Aber die Kleinen Süßesten Sie sehen ja aus wie Babybären Ja, ich dachte Das ist irgendwie Wolf Und dann irgendwie so eine Ein anderes Wort noch dafür Dass das so cool klingt Wie so Keine Ahnung Keine Ahnung Was ich sagen will Crazy Wieder was gelernt Vielfraß Was ist das für ein weirder Name Für ein Tier Vielfraß Was geht Party People? Hey 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 Party People Ich fühl dich wie zu Hause, Bro Klar doch Kuschelbedürftig Oh mein Gott Das ist so eklig Warst du vor Sein Gesicht aufzufressen? Im Ernst jetzt Durchschaubarer Geht's ja bald nicht mehr Niemand will Manslaughter Dankeschön für sieben Monate Vielen Dank Dein Revier streitig machen Schätzchen Entschuldige bitte Hast du was gesagt? Oh, hast du Mich nicht gehört? Wird deine Flittchenshow zu laut? Da ist wohl jemand verbittert Weil sie nicht landen konnte Ja Ist ja auch wie beim Viehmarkt Bei deinem Traumtypen Glückwunsch zur schönsten Kuh Nein, wie kreativ Nennt bis Homecoming eine Kuh Äh Provozieren Das ist unnötig Jess Ne, wir entschärfen Ähm, komm schon Nein, Schnauze Matt Halt dich da raus Du Trottel Hey, pass auf Ach, außer dir Darf ihn keiner runtermachen Gehört dein Spielzeug allein dir Du bist so ein Miststück Von mir aus Es ist mir sowas von egal Was du denkst Und deshalb Wechselt man innerhalb Einer Freundesgruppe Nicht die Beziehungen hin und her Der braucht Noten Wenn man schon alle Natürlichen Vorzüge Im Überfluss hat Oh, bitte Du könntest nicht mal Schimmeliges Brot kaufen Mit deinem dürren Arsch Ist das dein Ernst? Glaubst du, das ist eine Beleidigung? Das Flittchen ist auf Crack Oder sowas Die Jungen Die Anloge Provozieren Halt die Klappe, Jess Entschärfen Emily, hör auf Moment Verdammt Ich bin ja dumm Ich bin doch der Boyfriend Von 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 Emily Scheiße Ich müsste eigentlich Jess Sein, die soll die Fresse halten Nein, doch Matt ist doch der Boyfriend Von Emily Ich will ja Dass ihr Boyfriend Und sie supportet Ja, ja Deshalb sollte ich ja eigentlich Das andere machen Jessica, halt endlich deinen Mund Okay Nein Du bist derjenige Der sich aus den Angelegenheiten Anderer Leute raushalten muss Ich werde gleich zu deiner Hauptangelegenheit Du Schlampe Machen wir endlich ernst Ich bin nämlich mehr als bereit dazu Hört auf Halbesommerhaus hier Das ist nicht der Grund für unser Treffen Das hilft uns nicht Das ist nicht, was ich wollte Okay Ehe wir uns nach 10 Minuten schon umbringen Brauchen wir vielleicht eine Pause, oder? Mike Sieh dir doch mal die Gästhörte an Von der ich dir erzählt hab Ja Ja, okay Willst du mitkommen? Hauptsache weg von dieser Hure Sie legt ein Stück den Weg hoch Soviel dazu Kann jetzt jemand die Lampen anmachen oder so? Also Josh Wahrscheinlich noch kein Strom angemacht Sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Hä? Meine Tasche Die, äh Das kleine Ding mit dem pinken Muster Die vom Rodeo Drive Matt, äh Hörst du mir zu? Ne Oh mein Gott Weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft Da gab's diese Silettos und Du hast das Regal umgeworfen Weil du die Kassiererin angegafft hast Was ich meine Ich bin halt auch noch ein Mann Sie hat doch nur nach meiner Teamjacke gefragt Klar, weil sie echt abgefahren ist Auf deine Designer-Teamjacke Was hast du gegen meine Jacke? Matt, ich brauch meine Tasche Oh mein Gott, M Vielleicht hast du sie nur vergessen Glaubst du ernsthaft? Ich vergesse meine Tasche Also, ich Glaubst du's? Frauen Schätze nicht Du musst sie an der Seilbahnstation vergessen haben Ach Geh doch Komm mit, Schatz Wir sind bald zurück Und dann können wir uns aufwärmen? Ja, und zwar richtig warm Ficken Ha Okay, dann los Okay, ich nehme jetzt ein Bad Boah, bestelle ich mir heute was zu essen? Im Exil Im Sexil Nichts dagegen Wir gucken ja eh Filme, ne? Wie weit ist es überhaupt zu dieser Hütte? Diese Hütte Ist das gemütlichste Und romantischste Liebesnest Das du je sehen wirst Falls wir jemals ankommen Ich glaube, das Glück ist heute Fünf Kilo Popcorn bestellen Alles richtig Vielleicht wirst du dann noch glücklicher Hey, Pornostars Ihr braucht den hier Pornostar? Ich würd's mir ansehen Äh, Igitt Sorry für den kleinen Rausschmiss Ist okay, man Oh, ich bin sicher Ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie Mhm Dir viel Spaß auf den billigen Plätzen Pff Ach Oh, fast vergessen Ihr müsst den Generator anwerfen Damit ihr seht, wo ihr hingeht Ist dunkel da draußen Okay Verstanden Ich glaube, Josh hat mit mir geflirtet Okay Willst du fragen, ob er mitkommen will? Was, wirklich? Was? Nein Was? Nein Kurz getestet, ob sie Bock hat auf den Dreier Er steht auf Josh Er findet eigentlich Josh ultra hot Moment Um Moment, gib mir kurz eine Sekunde. Na ja, bestellen ist kein QTE, ich brauche noch irgendwas kleines, ich kriege den Warenkorb nicht voll. Ich bestelle Schweinshaxe. Angeblich sind die 15 bis 20 Minuten schon fertig, okay, crazy, jetzt muss ich den Ohr offen halten. Ja, Kartoffelsalat und ganz, ganz viel Mayo, ich sitze genauso hier, wartest du auch auf deine Bestellung. Junge, das triggert mich so sehr, dass sie über der Hose, zwischen Jacke und Hose diesen einen Schlitz hat. Das macht mich so wütend. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie, wenn es draußen arschkalt ist und ihr euch irgendwie bückt und dann irgendwie zieht sich irgendwie die Jacke oder so hoch, sodass dann am Rücken so ein bisschen freie Luft ist, dass da so kalte Luft hin kann. Dieses Gefühl, ich hasse dieses Gefühl. Ich muss immer ein ganz, ganz langes T-Shirt tragen und das T-Shirt muss immer ganz tief in der Hose drin sein, dass egal wie ich mich bücke, egal wie ich mich bewege, dieses T-Shirt auch nie rausgezogen werden kann und irgendwie kalte Luft an meinen Rücken kommen kann. Wie willst du das anstellen? Äh, ich hätte da ein paar Ideen. Ich habe für mein Arschgewalt gutes Geld bezahlt, warum soll das auch nie gesehen werden? Ja, bei ihr ist es ja nicht so, dass sie da gerade ihr Arschgewalt zeigen will, sondern es ist einfach nur so ein ganz kleiner, schmaler Schlitz. Hallo, mein Name ist Emily, bitte bring mich nicht um. Ich bring hier niemanden um. Ich werde alle am Leben lassen. Alle werden überleben. Da lag was auf der Terrasse? Nein, zu spät. Ich bin weg. Mike, Generator. Okay, klar. Alter, die sind wir da, wobei der bei Daylight. Okay, mal sehen. Boom, sehr gut, Mikey. Wow, du bist echt genial. Ja, wieso ist er ein Elf? Okay, das ist Victor. Ich habe falsch gegambelt. Nee, nee, alles richtig. Ach, du hast so wenig gegambelt, dass nur drei überleben? Ja, Opfer. Alle Punkte verloren. Das ist schon das dritte Mal, glaube ich, dass die Sesam öffne dich sagen, oder? Ziemlich gut, oder? Ja, total, das ist super. Oh ja, ich habe die Hips. Und die Hips hast du auch. Bist du schon gespannt? Du siehst nicht gespannt aus. Ich bin sowas von gespannt, Süße. Ja, weil ich kann es nicht unkommentiert lassen. Wir haben jetzt mehrere Schotts die ganze Zeit auf ihren Arsch bekommen. Das Spiel will, dass wir über ihren Arsch reden. Absperrband. Wegen Hannah und Beth. Wieso räumen die das nicht weg? Tja, die Ermittlungen wurden nie abgeschossen. Okay, jetzt kriege ich Gänsehaut. Äh, respektvoll. Mögen sie in Frieden ruhen. Nicht Frage. Es ist alles so verschwungen. Ich kann mich kaum erinnern, was passiert ist. Also, was ich noch weiß, ist... Wir haben einen dummen, hirnlosen Streich gespielt. Und der hat vielleicht Hannah und Beth getötet. Hey, ich meine... Es ist nicht unsere Schuld, dass sie in den Wald gerannt sind. Ja. Wer hätte auch damit gerechnet, dass sie etwas so Dummes tun? Wie sie das einfach kalt droppt. Wir haben Streich gespielt und die sind gestorben deswegen, Mike. Hör auf, es zu verdrängen, Mike. Ähm, hast du das gehört? Da war... Irgendwas. Ja. Das war nur der Vielfraß. Alles gut. Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge, sehen Schießbodenfiguren und trinke heiße Schokolade mit Emily. Weißt du was? Scheiß drauf. Wir sind Abenteurer. Wir finden einen anderen Weg zur Hütte. Wow! Ah! Jess! Fuck! Hey, Jessica! Ja! Alles gut! Was war das? Heiliger Scheiße, du hast mich voll erschreckt. Was meinst du, wie es mir geht? Was? Hast du dir den Kopf angeschlagen? So weit ich das sehe, sind noch alle von meinen sieben Armen dran. Das ist also, als wäre sie einfach mit Absicht runtergelaufen. Ich weiß nicht. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen. Ich springe runter, schiebe die Lore weg. Ich spring runter. Okay, ich komme runter. Bleib, wo du bist. Victor, komm. Hey, Adonis! Hilfst du mir, diese Lore wegzuschieben? Okay. Hilf doch mit! Hilf mir, schieben, hilf mir, schieben! Also, wie wir beide zusammen stöhnen, habe ich mir anders vorgestellt. Was war das denn? Wie so eine Fake-Lache. Sie fand das eigentlich gar nicht lustig. Erst mal ein Anfall, erst mal ein Anfall. Ach, du Scheiße! Oh mein Gott, alles in Ordnung? Er macht einfach den Spider-Man. Er hat den Zug gestoppt. Er ist einfach Peter Parker. Oh, Himmel! Hier empfange ich eine Menge Reibs. Und zwar nur die richtig gruseligen. Eine Menge Reibs? Kann ich was tun, damit du die Gänsehaut loswirst? Spare dir das für die Hütte, Poser. Poser. Ist wahrscheinlich ein Collectible, ne? Untersuche das Tod, um meine Wahrnehmung zu finden. Ah, stimmt, das war ja auch mal so ein Ding, ne? Das hat jetzt bei Dingens nicht mehr, bei Frankenstein-Ding. Aber ja, man konnte ja irgendwie so in die Zukunft immer vorausschauen. Was war mit seinem Arm? Was war mit seinem Arm? Hier liegt irgendwo halbnackt in so einer Silent Hill-Welt. Ja, aber da muss ich mich wirklich umschauen. Und ich brauche diese Prophezeiungen, damit ich besser darauf reagieren kann oder so. Wow. Das hier ist ja historisch. Oh, wie abgefahren. Das ist von den Ureinwohnern, oder? Ich glaube nicht, dass die Bergarbeiter eine künstlerische Ader hatten. Nein. Nein, genau. Das ist wie eine Art Schrein oder sowas. Ein Schrein? Wofür? Ich, wenn ich im Museum bin. Oh, wow. Das ist ja historisch. Ich war letztes Jahr im Museum, okay? Ich gehe in den Museum. Eine Wahrnehmung zu finden. Ah, stimmt. Das war ja auch mal so ein Ding, ne? Das habe ich jetzt bei Dingens nicht mehr, bei Frankenstein-Ding. Aber ja, man konnte ja irgendwie so in die Zukunft immer vorausschauen. Ja, es sieht ein bisschen weird aus, aber so schlimm ist das gar nicht. Das sieht aus wie wirklich wie so eine Hebebühne. Zigarettenstummel. Alles klar? Ja, war knapp. Von Sicherheitsvorschriften halten die hier wohl nichts. Ja, ich finde, wir sollten jetzt hier raus. Ach, echt? Das ist eine coole Idee. Na dann. Ich habe mir davor gar keine Gedanken darüber gemacht. Aber jetzt, wo du es sagst. Scheiße. Der Laden ist die ganze Bruchbude. Hier ist ganz schön viel Danger hier unten. Aber ist geil, Mann, dass es sofort so losgeht. Direkt Kapitel 1, Alter. Frankenstein ging es auch irgendwie. Erst fünf Kapitel ging das Spiel gar nicht mehr los. Und Weg Nicholson, Dankeschön für 19 Monate. Kann ich mir so eine Besichtigung in Gelsenkirchen vorstellen? Ich habe, war nicht in dem Museum in Gelsenkirchen, sondern in Trier. Und ja, du kannst auch in Gelsenkirchen Museen besichtigen. Zum Beispiel das Felddienststadion. Das Ganze besichtigen. Was? Was? Junge, deren Dialoge, auch alles nur um Sex. Was war das? Ich habe den Jumps gar nicht gecheckt. Ich habe den Jumps, Jumps Schreck, den Sprung Schreck gar nicht gecheckt. Chat, das war ein Wolf. Hier gibt es nur Wölfe, Grizzlybären und Elche. Das war ein Wolf. Gebirgsbewohner, McKenzie Wolf, Canis Lupus Occidentalis, diese mächtiges Raubtier, eine wahre Legende unter den Fleischfressern greift Vepitis, Rentiere und alle verwundeten Tiere an, denen es begegnet. In Alberta ist die Jagd auf Wölfe auf Privatgrund gestattet. Glücklicherweise werden die Wolfsbestände hier in Blackwood Pines stets unter Kontrolle gehalten. Grizzlybär, Ursus Arctus. Der Grizzly, ein Allesfresser mit ausgeprägter Vorliebe für Aas, ist generell nicht dafür bekannt, eine Mahlzeit zu verschmähen. Seine bevorzugte Nahrung ist Fisch, Lachs, Barsch, Bröde, weshalb man in der Nähe von Flüssen oder Gebirgsbächen besonders häufig auf das Tier trifft. Obwohl Grizzlybären als extrem gefährlich gelten, sind Angriffe auf Menschen eher selten. Rocky Mountain Vapiti. Der prächtige Vapiti durchstreift diese Lande schon seit Tausenden von Jahren. Obwohl sie zumindestens einer sanftmütigen Geschöpfe sind, sind die dominanten Männchen, Bullen dafür bekannt, ihre Herden verhemmend gegen Eindringlinge zu verteidigen, was zu harten Auseinandersetzungen mit Kopfstößen und heftigen Angriffen führen kann. Es gibt in Marvel einen Helden, der heißt Wapiti? Ich hoffe, in den Wäldern gibt es keine Männer. Doch, doch. Das ist ja das Problem. Hier läuft ja irgendein Typ mit einem Flammenwerfer und einer Machete rum. Das ist kein Bär, das ist kein Wolf. Das ist ein Schweinebärmann. Ein Direktor, der heißt Waititi. Nee, nee, das ist ein YouTube-Kanal. Die Schweine haben mich angemalt. Tutumbots. Vorsicht, Spatzenhirn! Hat er mich grad Spatzenhirn genannt? Nachdem ich einen Vogel gejamskiert hatte. Guter Humor. Genervt. Ratten mit Flügeln? Ratten mit Flügeln? Witzig. Ich habe nur geflirtet. Ich habe auf den Paarungsruf geantwortet. Genau. Wow, du Flittchen. Ja, ich habe viel Liebe zu geben. Ich habe mich erschreckt. Gleich wird auf brutale Art und Weise geschleudert. Hey Maeve. AI? AI-Gor? Wo ist AI-Gor? Das soll ein L sein, ein Algoren? Was ist ein Algoren? Ben. Hey, Mike. Äh, du hast da was im Gesicht. Ben! Das ist der AI-Gor. Okay, okay. Wenn es das ist, was du willst. Sie ist weg. Jess? Jess! Sie ist noch nicht tot, Chat. Das zählt noch nicht. Ich habe nichts getan. Was? Kannst du mir helfen, das Feuer anzukriegen? Äh, tja. Ich wollte gerade in die Wanne. Oh. Oh, kann ich dir dabei irgendwie behilflich sein? Dann muss Josh gerade. Ja, dann muss ich wohl kurz nochmal zurück zur Hütte gehen bei der Seilbahn. Ich habe da was Wichtiges vergessen. Der Präsident, Chefskandidat, der in South Park Schweinebeermann wurde. Okay, Josh, dann zeig mal, ob du in deiner schicken Lodge auch das Warmwasser anstellen kannst. Ach so, das wurde jetzt als South Park Joke wahrgenommen. Ich meinte eigentlich den aus Spongebob. Aber der hieß nicht Schweinebeermann, stimmt. Der war das, das war der Seebär, ja. Ich habe Schweinebeermann gesagt, aber an Spongebob gedacht. Ich habe gar keine Ahnung von South Park. Ja, ich check auch nicht so, die die ganze Zeit kein Licht haben. Ich weiß nicht, bin die ganze Zeit verwirrt, ob ich irgendwie einen Dialog übersetzt, äh, übersetzt habe. Überhört habe, dass die gesagt haben, jo, wir haben keinen Strom. Ähm. Oder ob die einfach das so cool moody finden. Was war das? Ich habe so Angst, ein Jumpscare zu ver- äh, ein Quicktime-Event zu verkacken, während es gleich an der Tür klingelt, weil das Essen kommt. Haben Sie am Anfang gesagt, dass es keinen Strom gibt? Okay. Pausieren. Soll ich kurz den, ähm, Lieferanten anrufen und sagen, kannst du kurz den Chat schreiben, bevor du klingelst, dass ich pausieren soll? Okay. Der nennt das Hexenbrett. Wer nennt das denn Hexenbrett? Totale Verhoffung. Quatsch nicht, Bro. Wir haben das früher ständig gemacht. Ich und- Quatsch nicht, Bro. Ja. Hey, Josh. Kein heißes Wasser ist irgendwie mieser Service. Findest du nicht? Ja. Ja, man muss nur den Boiler anschmeißen. Er ist im Keller. Okay, ihr zwei, schaut doch bitte mal nach dem Hexenbrett. Chris? Na los. Suchen wir es. Das wird wie ne Schnitzeljagd. Sam war Single, ne? Die hat nicht hier mit irgendjemandem aus der Gruppe rumgebimst. Und die war auch nicht mit denen zusammen. Weiß man nicht bei dieser Gruppe. Ne, okay. Wie alt sind die eigentlich alle? Haben wir ein alter? Ich kann jetzt nicht ins Menü. Sind die alle so zwischen, ich würde sagen, alle so zwischen 18 und 20 Jahren? Hast du gecheckt, dass ich Chris und Ash zusammen losgeschickt hab? Naja, ich dachte mir, die zwei sollten mal allein sein. Chris muss was unternehmen. Spöttisch, schmeichelnd. Sie sind süß zusammen, ja. 18 und 20. Ich wünschte, sie würden endlich mal weitermachen. Im Ernst, die brauchen nur ein, äh, irgendwas, das sie zusammenschweißt, wie ein traumatisches Erlebnis. Und schon legen sie sich in den Armen. Bei dem Tempo sind sie im Altersheim, bevor Chris mal in die Gänge kommt. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob ich das als Beziehungsbooster bräuchte. Weiß nicht. Hm. Ne, wobei, stimmt, die sind bestimmt alle mindestens 21. In Amerika bist du ja volljährig mit 21 und die treffen sich ja hier alle, um zu saufen. Ich denk mal, die sind mindestens 21, oder? Weißt du, Sam. Ja, Josh. Ich wollte nur sagen, äh, ach. Was? Es bedeutet mir wirklich viel, dass alle dieses Jahr wieder hier sind und dass... Ich dachte, er würde jetzt sagen, er hat nen Crush auf sie. Du da bist. Oh, er hat nen Crush auf sie. Ähm. Beruhigend. Josh, wir sind für dich da. Ehrlich, was auch immer du brauchst. Jederzeit. Wir werden das zusammen durchstehen. Wir alle. Ähm. Ich will, dass wir alle Spaß haben, weißt du? Ja, mit 16 ein erstes Bier getrunken. Irgendwo, ähm, in der Nähe von zu Hause mit Freunden unterwegs. Aber doch nicht, äh, weit weg ne, ne Hütte gemietet. Seid ihr alle mit 15, 16, 14 mit eurer Freundesgruppe in irgendeine andere Stadt gereist und habt ne Miet, äh, ne, ne Hütte gemietet oder was? Ohne Eltern. Geh schön langsam. Ich glaube, Treppen laufen kann ich schon ganz allein. Mhm. Ja, okay, gut, sie hat's nicht gemietet. Aber trotzdem. Auch ohne Miete. Und er springt jetzt hervor. Doch nicht. Sorry, dass ich dich hier runterschleppe. Besorgt mir einfach heißes Wasser und mir geht's supra gut. Ich meine, ich würde nicht wollen, dass du allein hier runter gehst. Weißt du? Es ist, äh, definitiv gruselig hier unten. Jep. Hier will man nicht unbedingt allein sein. Ja, sind wir ja zum Glück nicht, ne Josh? Ist das jetzt irgendwie seine Art von Riz? Will er versuchen jetzt irgendwie sie rumzubekommen? Indem er hier so mutig und erwachsen ist im Keller, im gruseligen Keller. Ah, guck mich an. Sam. Normalerweise sollte man hier zu zweit gehen, weil es echt gruselig ist. Aber ich komme hier auch ganz gut alleine, klar, Mann. Guck mich an. Ich bin so mutig. Ich bin so tapfer. Ich bin ein Gott. Okay, ich kann einfach nur das Schloss anschauen. Nicht durchgehen. Was war das? Für ein Zoom. Bum. 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 Ich glaube, mein Essen ist da. Da steht auf jeden Fall jemand. Ich habe ihr Gesicht gesehen. Scheiße, das Spiel ist kaputt. Aber doch nicht. Ich dachte kurz, die Kamera ist freezing. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, da steht irgendjemand. Bitte, Sam, nicht so nah, okay? Oh, ist das die Axt, die fehlt? Ne, ist ein Basie. Komm auf, ey. Ich will einen Joke zu hören. Bestimmt schwierig, so ein Baseballspiel draußen im Schnee. Nein, das war doch nicht im Winter, Dummi. Ich meine, wir kamen immer im Sommer her und hatten so viel Spaß. Die ganze Familie war da. Mom, Dad. Meine Schwestern, da war immer jede Menge los da draußen auf der großen Wiese. Auch egal. Das Leben geht weiter. Neue Realität. Richtig, Sam? Vergiss es. Ich wollte diesen alten Kasten reparieren, stimmt's? Okay, vorhin hieß es 15 bis 20 Minuten, jetzt sind wir schon bei 33 Minuten. Lieferant reist einfach in die Vergangenheit. Hier, kann. Kannst du mal halten? Was war was? Hey, leuchte hierhin, damit ich sehe, was ich tue. Okay, das war einfach random lautes Geräusch. Nicht schlecht. Starkes Krieg, der im Event. Boah, es wird so lustig, wenn wir einen Run machen, wo ich alles verkacke. Ich werde den so geilen Mobben mit den Taschenlampen. Ich werde ihm die ganze Zeit ins Gesicht leuchten. So wie bei Dead by Daylight den Killern ins Gesicht immer leuchten. Och, verdammt. Schon okay. Jetzt, versuch's nochmal. Ja, theoretisch kannst du den Controller auch hinlegen, aber das kommt ja halt direkt. Du kriegst ja nicht irgendwie eine Vorwarnung von wegen, in drei Sekunden geht's los, sondern es ploppt ja direkt auf. Und wenn das schon aufgeploppt ist und du dann das Gamepad hinlegst, dann hast du ja eine Bewegung gemacht. Okay, Hadouken. Ganz ruhig. Ist nicht so schwer. Drück einfach den Knopf, sobald das Licht angeht. Achso. Okay, okay, okay. Ich krieg das jetzt hin. Es geht kein Licht an. Hey, jetzt drückst du nicht mehr automatisch. Die hat vorhin die ganze Zeit automatisch gedrückt. Ich hab nur den Kreis gemacht. Wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit R2 weiter gehalten habe. Aber hat sie weiter gehalten. Ich bin doch socially awkward, der kann doch nicht einfach jetzt einen High-Five antäuschen aus dem Nichts. Das Mögliche sein, jedenfalls nichts Schönes. Ich lass das. Ach, Quatsch. Ich verarsch dich nur. Oh, du warst wirklich in Panik. Protestieren, ich hatte keine Angst. Streich, hinter dir ist etwas. Yeah, so. Jetzt kommt die Rache. Oh mein Gott. Wie schlecht. Nicht bewegen. Wie schlecht. Hinter dir ist etwas. Ja, klar. Josh. Ohne Scheiß jetzt. Okay, jetzt kaufe ich sie ab. Nein, ist etwas. Okay, okay. Dein Punkt. 30 nur. Was? Nein. Woher kommt der erste Punkt? Zuerst kommt doch 30. Nein, 15. Oh, tja. Ich bin eher ein Ping-Pong-Fan. Was ist das für ein Diagnose? Okay, du hörst das doch auch, oder? Was ist denn das? Der Rhythmus ist seltsam gleichmäßig. Ich, ich, ich finde ihn nicht gleichmäßig. Äh, wir sollten nachsehen, ja. Zusammen. Meinst du, wir sollten nachsehen? Wieso? Was, wenn da ein Rohr kurz vor dem Platzen steht? Oder ist es ein Problem mit dem Ofen? Unwahrscheinlich. Ist nur meine Meinung. Aber ich würde nicht wollen, dass die Hütte hier abfackelt. Ja, klar. Okay. Jetzt der Zoom. Oh! Oh! Der ist doch Chris oder so. Der spielt doch einen Prank. Oh! Oh, komm schon! Wieso ist der abgeschlossen? Damit keiner hier reinkommt! Hey! Hey! Was? Hey! Was zum Teufel? Boo! Ich hab dich erwischt! Der ist auf einmal Resident Evil 4 Gegner. Schön, schönes Ding. Der war gut. Was sollte das denn? Hier liegt überall dieser coole alte Filmkrempel rum. Hätte ich mir die Gelegenheit etwa entgehen lassen sollen? Ist das dein Ernst? Wusstest du etwa Bescheid? Ich glaub, Sam mag halt Pranks. Das hätte ich aber gern, das war so gut. Ich finde es aber auch lustig, wie die sich jetzt gegenseitig Streiche spielen, in einem Szenario, wo vor einem Jahr bei einem Streich zwei Menschen gestorben sind. Humor haben sie! Ein dummer, kleiner Streich, möglicherweise ein bisschen lustig war. Joke, Meister! Hey, ich sagte nichts von Witzen. Ich sagte Streich, der dumm war. Oh, scheiße, du hattest Angst. Gib's zu. Hatte ich nicht! Komm, du hast dir echt in die Hose gemacht. Josh! Was in aller Welt hast du da an? Ich hab zu Gott gefunden. Bitte sag mir, dass du das Schweigelgelübde ablegst. Okay, okay. Hast du wenigstens dieses Dings? Er hat geschwiegen, Schat. Boing! Hier ist unsere Eintrittskarte... Schweigelübde ist. Wisst ihr was? Also, nein. Loing! Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Okay? Viel Spaß noch! Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Okay. Ach, den gibt's ja auch noch. Hallo, er dann Matt. Ich muss die Tasche holen. Kommst du mit? Ja. Ja, ich komme. Bitte sehr, Madame. Oh, danke, Sir. Mit wem im Chat, ähm... Hey, Em? Ja? Identifiziert ihr euch am ehesten von der Gruppe? Ich mache ein Mitgefühl. Geht's dir jetzt besser? Dem Killer! Wie bitte? Junge. Das war ein fieser Streit. Je weiter weg von Jessica, desto besser geht's mir. Ich will nur, dass du entspannst. Weißt du? Und Spaß hast. Mit dem Jokemeister. Ja, mit dem identifiziere ich mich auch am meisten. Aber danke fürs Aufmunteren. Oh, Vielfraß ist auch stark. Auch wenn wir keinen Vielfraß bisher im Spiel gesehen haben. Okay, na schön. Bemegungswählen erkennt er noch gar nicht. Ist neu für ihn. Hey, Dummkopf. Komm hier lang. Flirten. Oder widerstehen. Flirten. Wie so ein Paar. Willst du, äh... Irgendwo mit mir allein sein? Dann komm doch her und find's raus. Matt? Mhm. Ja? Ja? Danke für die Hilfe mit meiner Tasche. Ich weiß, ich kann manchmal anstrengend sein. Äh, kein Problem, Babe. Kein Problem, Babe. Aber du solltest dran denken, dass ich mehr für dich sein kann, als eine große, muskulöse Gepäcksuchmaschine. Kannst du das beweisen? Auf jeden. Was? Auf jeden. Warte, was soll das heißen? Na, auf jeden Fall. Ich, äh... Ich, äh... Ich, äh... Dachte, das klingt sexy. Was ist das für ein Dialog schon wieder? Auf jeden. Auf jeden. Damit kriegt man Matt ganz easy ins Bett. Wenn man es ihm sagt, auf jeden. Dann wird er ganz heiß. Oh, heute Abend ist es so schön hier. Wow. Ja. Und am schönsten ist es hier draußen mit dir, Muskelmann. Ah, ich hab nicht nur Muskeln. Ich hab im Kopf auch was drin. Na, du hast genug im Kopf, um mich zu mögen. Zeig mir die Muckis. Hast du es schon mal draußen gemacht? Es heißt draußen. Nicht im Auto. Ich mag dein Auto. Geräulich. Hättest du hier Platz genug? Es ist ein bisschen kalt, würde ich sagen. Es ist vielleicht ein bisschen kalt. Aber vielleicht ist das auch eine Art von Kick. Nackt in der Kälte. Äh, weißt du was? Bestimmt finden wir einen besseren Platz. Was ist? Bankdrücken. Nichts so dein Ding? Es gibt jede Menge Stellen hier draußen. Ich hab uns doch hier schon was freigeräumt. Wie ein Gentleman. Komm schon. Sehen wir uns um. Was ist denn eigentlich so Wichtiges in der Tasche? Nur meine Höschen. Die aus Spitze. Flirten. Wer braucht Unterwäsche? Ungeduldig. Ich sag's doch gleich. Flirten. Oh hey, die brauchen wir nicht. Willst du mich nicht mal darin bewundern? Ich reiße sie dir sowieso runter. Vielleicht will ich sie aber vorführen. Bring mich in die richtige Stimmung. Los, holen wir sie. Alle einfach nur horny. Der ist nicht unangenehm. Der ist einfach nur horny. So sind wir Männer, wenn wir horny sind. Der ist nicht ein sexy Kussmund auf dem Ding. Steck doch mal die Hand rein. Ey, das würde ich... Jetzt ganz langsam reinstecken. Ich glaube... Was für ein Kreis läuft. Er hat schon einen großen Kreis gelaufen, weil er war schon ready, wenn jemand dahinter steht, ihn schon direkt mit genug Anlauf zu dropkicken. Der Mann ist smart. Er hat ja gesagt, er hat auch was im Köpfchen. Jetzt komm! Was war das? Äh, weiß nicht. Stimmt noch ein Tier, oder? Das ist gar nicht cool. Bro. Ähm, 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 ähm. Wie, wie sind die eigentlich da ursprünglich hingegangen? Wir sind auch nicht geklettert oder gesprungen. Oh, wow. Sehr beeindruckend. Und griff halt. Dankeschön für 33 Monate. Nee, bei mir sterben hier keine Leute. Im Englischen ist es auf jeden nicht besser. Es ist nur all day. All day, every day. Auf jeden. Schweinekopf. Auf jeden. Hey. Was soll das? Ein Schweinekopf, ekelig. Ähm, der war... Er war vorher noch nicht da. Eine Nachricht? Willkommen zurück. Whoa. Äh. Not okay, okay. Das war bestimmt Chris. Äh, oder Josh. Die wollen uns bloß veralbern. Irgendwie uncool, Jungs. Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Oh! Matt! Was zur Hölle ist hier los? Was zur Hölle war das? Weißt du, irgendwie ist mir meine Unterwäsche gerade scheißegal. Ich will nur wegschweren. Okay. Schwach. So richtig umsehen tust du dich aber nicht, oder? Nee, ich spiele komplett geradewegs auf das Ziel hinaus. Ich habe auf dem zweiten Bildschirm eine Map für den kürzesten Weg und versuche gerade zu speedrunnen. vor Isolation. Vor Isolation, Einsamkeit. Hast du auch diese Furcht? Eine Spinne oder ein toter Hase oder so? Nee, schon eine Spinne. Achso, es ging, glaube ich, gerade nur auf Angst. Ist das wahr, aber das zeigt sich nicht in der Art, wie du dein Spiel spielst, nicht wahr? Da war eine... Digga, es ist arschdunkel in dem Spiel. Ich laufe einfach irgendwo hin, wo ich sehe, dass es dort einen Weg gibt. Und jetzt... Nehmen wir mal deine Gefühle gegenüber anderen Menschen unter die Lupe. Was du wertschätzt, was du respektierst bei dir und anderen. Was würdest du sagen, ist bei einer Person wichtiger? Loyalität oder Ehrlichkeit? Ja, Ehrlichkeit ist schon stärker, oder? Aber irgendwie ist nicht loyal auch gleichzeitig ehrlich. Aber ich glaube auch eher... Also ich verbinde irgendwie beides irgendwie zusammen. Also für mich ist irgendwie das eine... Für mich ist jemand, der loyal ist, ist ja auch ehrlich. Und jemand, der ehrlich ist, ist auch loyal. Für mich persönlich irgendwie... Loyal viel wichtiger. Ja, aber jemand, der ehrlich ist, ist doch auch zu dir loyal. Ich nehme Ehrlichkeit. Also, du sagst die Wahrheit. Auch wenn das unangenehme Folgen haben würde für einen Freund. Und was ist mit Ehrlichkeit und Nächstenliebe? Also, so meinen die das quasi, dass... Egal, ob es wehtut oder nicht, du sagst immer die Wahrheit. Und bei dem anderen ist es... Du würdest theoretisch auch eine Notlüge machen. Um der Person nicht wehzutun, I guess. Darauf wollten die hinaus. Äh, ich schätze Ehrlichkeit. Ich schätze Nächstenliebe. Ich schätze Ehrlichkeit. Nächstenliebe wird überbewertet, Schätze. Ich lieber sich selbst treu bleiben, anstatt anderen zu helfen, ja? Wieder mal ist uns die Zeit ausgegangen. Wir sehen uns bald wieder. Matt, hast du nicht die Cam gezeigt? Ja, aber nicht, weil ich ihn anlüge, sondern weil ich das erst mit Emi klären will. Bevor ich ihm die Wahrheit sage. Das ist nur aufgeschobene Ehrlichkeit. Also, hier steht drin, zum Kommunizieren mit der Geisterwelt müssen sie ihren Verstand befreien, von allen Vorurteilen lösen, alle Hemmungen fallen lassen und sich insgesamt rückhaltlos öffnen für den Willen der anderen. und alles unterordnen unter die Wünsche des Geistmeisters. Das steht da nicht drin. Und alle Beteiligten werden sich nach meinem Ermessen völlig entkleiden. Chris, komm schon, jetzt sei mal ernst. Ja, der ist für den Spieler. Ich bin tot ernst. Der redet mit dem Spieler. Ach, sei still. Probieren wir es aus. Ja, bitte. In Ordnung. Mal sehen, was passiert. Linda Taylor, bist du hier? Du solltest heute unser Medium sein. Äh, flapsig. Abracadabra. Okay. Äh. Es klingelt an der Tür. Es klingelt an der Tür. Tür, Tür, Tür klingelt. Tür, Tür. Äh. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Es gibt Frühlingsrollen. Und eine dicke, fette Bowl. Mit Sushi-Reis, Tofu, Avocado, Kirschtomaten, eine eingelegte Imwa, Edamame und ganz viel Zeug. Und eine Mayo-Chilisauce. Die beste. Alles auf meinen Pullover. Danke. 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 Wer bist du? Oh, es geht los. Okay, S. I. S. T. E. R. Schwester. Schwester? Wessen Schwester? Ach, komm schon, ist das euer Ernst? Seid still. Frag wessen Schwester. Josh, das ist bestimmt... Ja, okay, na, welche Schwester ist es denn? Ashley, frag wer es ist. Beth? Wer spricht da mit uns? Beth? Bist du das? Yes. Oh Gott. So ein Blödsinn. Josh? Geht's dir? Alles gut. Bist du sicher, wir können noch aufhören? Nein. Alter, alles cool. Ich will hören, was das sagt. Ich weiß nicht, was ich fragen soll. Überleg mal, wäre das da tatsächlich Beth? Ich meine, wir könnten rausfinden, was passiert ist. Okay. Ähm. Mal überlegen. Es tut uns so leid oder vortasten? Was ist mit dir passiert? Das hier. Scheiße, entschuldigen. Beth. Wir möchten wissen, was dir damals zugestoßen ist. Sagst du es uns? H. A. N. N. Das heißt Hannah. Warte, es geht weiter. K. I. L. L. Oh mein Gott. Killed? Leute. Leute, wieso sagt sie ermordet? Ich glaube, ich kann nicht weitermachen. Es muss sein. Nein, nein, nein. Bleib ruhig. Also so gesehen, ja, ich habe sie losgelassen. Ich weiß es nicht. Achso, nee. Ich stelle noch eine Frage. Wer hat Hannah getötet? Klarstellen, wie ist Hannah gestorben? Wer? Okay. Okay. Wer ist Hannahs Mörder? Wer war das? L. I. B. Library. Vielleicht finden wir was in der Bibliothek. E. R. O. O. Proof. Es gibt Beweise. In der Bibliothek. Vorsicht! Heilige Scheiße. Chris! Ach, wisst ihr was? Nein, das ist Schwachsinn. Das ist nicht real. Josh, ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Hör zu. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ihr glaubt. So ein Blödsinn würde mir helfen, meine Trauer zu vergessen. Oder was auch immer. Aber das ist nicht cool. Josh, nein. Du wolltest das Hexenbrett bringen. Er schaut ein bisschen doof gegenüber. Es ist nicht, es ist schuld. Ich kann das jetzt nicht brauchen, okay? Ihr seid voll daneben. Soll, sollen wir ihm nachgehen? Ach man, ich denke, er kommt schon klar. Lassen wir ihm Zeit. Ich kann ihn verstehen. Das war verrückt. Der Zeiger ist einfach vom Tisch geflogen. Ich meine, wenn Tasche ein Fake war, dann forschst du verdammt überzeugt. Library und Proof. Ehrlich nicht. Wir sollten tun, was es sagt. Wir sollten in der Bibliothek nachsehen. Also die haben das halt nur so runtergecutt, dass man nicht alles gesehen hat. Aber du hast halt von Library halt nur L-I-B gesehen. Und danach haben die direkt gecutt zum nächsten Wort. P-R-O-O-F. Verdammter Scheiß. Geist im Hintergrund? Mir ist kein Geist. Ich bin alleine hier. Ja, Party ist richtig geil. Nee, ich finde die Synchro gut. Die tut nicht weh. Ich finde die gut. Wer ist ein Bier? Habt ihr sich erwischt. Niemals. Hätte mir fast in die Hose gemacht. Was zur Hölle hat das Ding da drin verloren? Jess, wo bist du hin? Das ist nicht witzig. So. Das Ding ist, ich habe jetzt hier wieder zwei Wege. Und ich weiß ja nicht, wo ein Totem ist und wo eine Cutscene ist, die das Spiel weiter voranbringt. Guck mal, hier. Wäre ich jetzt zuerst die andere Richtung gelaufen, wäre wahrscheinlich eine Katzchen getriggert und dann... Aber das weiß ich ja vorher nicht. Jess? Schatz? Licht meines Lebens? Geht das wieder los? Ich denke mal, es geht immer um den Schlitz, oder? Ernsthaft? Das ist nicht witzig! Doch nicht. Da. Was ist das scheiße? Okay, im Grabstein? Ich schwöre hoch und heilig, ich mach dich nicht kalt, wenn ich dich finde. Da wären wir beim Jump-Scare. Und jetzt wieder Sex-Joke. Das war so genial! Nein! Äh, nein! Ich will dir das nicht... Nein, nein, nein! Du hast das aufgenommen? Oh Gott, dein Gesicht! Ich hatte Angst, Jess. Du kannst dich einfach so aus dem Gebüsch springen. Ich bin mitten im Wald, das ist gruselig. Oh, hab ich dich erschreckt. Wenn du das irgendjemandem schickst, dann mach ich dich kalt. Okay. Nein, lass mich das sehen. Wo ist die Löschentaste? Ich mach dich einfach kalt. Nein, 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 nein. Nicht witzig. Nicht witzig. Aber du bist zu süß, wenn du Angst hast. Ich wusste gar nicht, dass du wie ein kleines Mädchen schreien kannst, Michael. Man kennt jemanden wohl erst richtig, wenn er sich vor lauter Angst in die Hose macht. Hm. Witzig. Soweit ich sehe, ist sie aber noch trocken. Oh, ist das so? Ja, du musst dich vor mehr anstrengen. Du willst also mehr? Coyote, danke schön für neun Monate. Coyote, dann würdest du dich lieber anschneiden, denn auf dich wartet die ganze Macht meiner allgemeinen Selbstsprechung. Du fühlst dir. Schon wieder diese Witcher-Sicht. Victor kommt wieder. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Was für ein schöner, kleiner Liebesbeweis. Mike und... Emi. Ein M und ein E. Hast du ne Ahnung, was das heißen könnte? Oh, heißt vielleicht, äh, Elizabeth und Myron. Oder vielleicht Michael und Emily? Entspann dich. Mir war bloß nicht klar, dass du auf Kitsch stehst. Äh, das, das, das... Das war ich nicht! Ich war letztes Jahr mit M hier, aber im Ernst, sehe ich etwa wie der Typ aus der Herzen der Welt ist? Ich hätte auch nicht gedacht, dass du kreischst wie ein Mädchen, aber kennt man einen Menschen denn jemals wirklich? Das war bestimmt M. Sie steht auf das ganze kitschige Zeug. Ja, klar, sicher. Ich würde sowas niemals tun. Ich bin Michael. Ich bin cool. Ich mach nicht so ne Scheiße. Ich bin doch kein Mädchen. Nice. Okay, fast, die kommen aus dem Wasser. Aus dem Eiswasser. Mh. Ja, aus dem Totems kann man bestimmt so einen Turm bauen. Kannst du überall individuell in deiner Wohnung aufstellen. Bissin sick. Ist das ein Pokéball? Hm. Cool. Cool. Geh ins Menü und da. Und dann? Dann sind wieder alles Turm aufgelistet. Menü geht nicht mehr. Ah, hier. Tatsächlich. So, genau so meinte ich das auch. Ach, guck mal, es gibt auch für Tod Pech. Okay. Ich hab jetzt für Führung gefunden und Hunger und Glück. Ach, das sind die Schmetterlinge. Okay. Die sieht man vielleicht vorher, die mich da hinführen, weil ich seh die ganze Zeit keine Schmetterlinge. Wow, das ist ja wie ein echtes Winterwunderland hier draußen. Du weißt, ich hab's drauf. Mhm. Hä? Wieso sagt jetzt einfach Ren, du weißt, ich hab's drauf. Hä? Auf jeden. Was ist denn das? Hat da jemand geschrien? Nein. Nein. Bestimmt nur ein... Wo klang das bitte nach einem Schrei oder einem Eichhörnchen? Abartig. Abartig. Was reden die? Pssch. Was? Hörst du das? Nein. Hallo? Jemand da? Ja. Es ist ein Hirsch. Ey. Das war jetzt unfair. Dieses Klick-Dame-Event war jetzt unfair. Ich hab meine Gabel fallen gelassen, okay? Das zählt nicht. Das zählt nicht als viel geschlagen, okay? Mir ist Unwoll passiert. Wir werden alle sterben. Nein. Ist genau so, wie du's beschrieben hast, Michael. Was? Die Hütte. Sie ist toll. Ja. Gibt's noch einen Totem? Oh, da ist in der Hütte ein Totem. Oh, das sieht nach einem richtigen Weg aus. Alte Maske. Von Billy... Billy Bates, okay. Erschrecken. Yeah. Rache ist süß. Nein, 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 nein. Ah! Oh mein Gott! Oh! Nein! Hör auf! Oh mein Gott, Jess! Wack es nicht, mich jetzt auszulachen! Die Rache ist mein! Oh nein! Das ist nicht fair! Ausgleichende Gerechtigkeit, meine Liebe! Ich hab dich nur erschreckt und nicht völlig durchnässt! Hey! Ich werde tun, was ich nur kann, um dich aufzuwehren. Dann beeil dich aber mal! Unterschätze meine Aufwärmkünste nicht. Okay. Junge, die muss doch jetzt eigentlich sterben. Die hat nur noch 10 Minuten, dann stirbt sie. Ja, ich glaube, das war keine gute Entscheidung. Da, jetzt hören wir noch einen Wolf, Wölfe. Das war vorhin wirklich ein Wolf im... ...Badezimmerschrank. Der wird gefressen. Ich will's gar nicht wissen. Der wurde von einem Wolf erwischt. Verdammt! Echt furchtbar! Shit! Ich glaube nicht, dass er durchkommt. Wir töten ihn. Ist zwar schwer, aber muss... Oh mein Gott, wie soll ich? Äh... Ich kann nicht hinsehen. Okay. 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 Mike, was hast du getan? Was ist denn mit Mike los? Lauf! Lauf! Oh mein Gott, was zur Hölle war das? Keine Ahnung! Eine Brücke! Hier lang! Hier lang! Mike! Ich komm hier rüber! Oh! 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 Abkürzung! Abkürzung! Boah, ist sie dumm. Helfen? Komm schon, wir müssen weiter! Ja! Ja! Wieso schubst sie dir nicht weg? Mike! Hol den Schlüssel! Du musst sie öffnen! Hey, was war das denn? Oh mein Gott! Das war knapp! Ach! Was? Alles unter Kontrolle! Die ganze Zeit! Schwachsinn! Nein, 100 Prozent! 100 Prozent! 110! Ich fühl mich wie nach einem Marathon! War irgendwie auch einer! War das ein Bär? Ja, garantiert! Ja, wie er deinen Kopf abgerissen hat! Das wär nix! Ich hab's gesehen! Hey, der kommt garantiert nicht hier rein! Ich verspreche's! Bist du da ganz sicher? Ja, ich bin ganz sicher, dass Bären keine Türen öffnen können! Ich hab gesehen, wie sie Autos öffnen! Was? Wo? Tiktok! Na, im Internet! Wirklich? Okay, wir sind nicht im Internet, Jess! Klar, das ist real! Und ich verspreche, dass kein Bär oder sonst irgendwas die Tür aufbekommt! Ja, du hast recht! Okay, ich bin fast wieder richtig entspannt! Nur fast! Ah, typisch! Boah! Das ist nicht die kuschelige Hütte, die du versprochen hast, Mike! Ja, irgendwie zieht es hier ein bisschen, oder? Tja, da ist doch ein Kamin! Wir brauchen doch kein Feuer, damit uns heiß wird! Michael, ich bin eine Lady und eine Lady braucht eine hübsche, romantische Kulisse! Okay! Eine Lady möchte gern kuscheln mit ihrem Mann vor einem gemütlichen Kaminfeuer bei stimmungsvoller Beleuchtung! Okay, es wird sicher ganz gemütlich, wenn wir uns aneinander reiben! Ich bin eine Lady, Chad! Und Beleuchtung, bitte! Ja! My Lady! Aber du bist live! Dankeschön! Für 25 Monate! Jetzt zieh doch dir endlich die nassen Klamotten aus! Girl! Oh, scheiße! Ich hab dir das Handy verloren! Mike! Was? Oh, scheiße! Was? Wo ist es? Was? Was ist los? Weg! Es ist weg, okay? Ganz ruhig! Was ist weg? Mein scheiß Handy, Sherlock! Findest du es nicht? Scheiße! Nein! Ich hab's wohl draußen verloren! Oh! Shit! Ich darf mein Handy nicht verlieren! Meine Eltern killen mich! Kauf dir doch ein neues! Das wäre mein... Okay, vielleicht sind die doch 16! Viertes dieses Jahr! Okay! Yes! Okay! Tja, dann helf ich dir suchen! Es ist bestimmt draußen! Ja, ich finde... Wir sollten jetzt nicht da rausgehen, wegen den Bären! Oder was immer das war! Okay! Ich wünschte, ich wäre jetzt nicht komplett nass, bis auf die Knochen! Bloß wegen dir! Beschissene Aktion! Tut mir leid, Jazz! Bestimmt hab ich's im Wasser verloren und es funktioniert gar nicht mehr richtig! Also, was soll's! Hey! Ich mach's wieder gut! Versprochen! Okay, wir haben schon mal Feuerzeug! Also, Sprechfest! Jetzt gibt's Feuer für mein Schnucki! Den Spruch musstest du unbedingt loswerden! Er war voll stark! Der hat mich! Der hat mich! Der hat mich! Und danach gibt's Lecki-Lecki unter der Decke! Cool! Das entfacht die Stimmung sicher ein bisschen! Oh! Ah! Hey! Bist du okay? Was machst du denn da? Es... Es ist das Licht! Ich hab's gemerkt, du Trottel! Du hast es gekillt! Wahrscheinlich falsch verkabelt oder sowas! Ach, du bist falsch verkabelt! Tennisfoto ist scheinbar wichtig zu... Ach, das ist hier Beth oder Hannah! Hannah! Holt Bronze! Bronze! Oder wie war die Linen mit Lecki-Lecki unter der Decke von... ...BTS? Bei dem Affensong? Falls du nicht auf Rumknutschen mit Eiskulturen abfährst, solltest du Feuer machen! Pronto! Pronto! Uga Uga Bam Bam! Mach ich Chuga Chuga Bam Bam! Da gab's ne Line mit Unterdecki-Lecki-Lecki! Oh, was haben wir denn hier? Ui! Die waren einfallsreich! Hab ich Hunger, mach ich Ham Ham! Ja, und da in dem Song singt er irgendwas von Lecki-Lecki unter der Decke oder so! Mach ich Lecki, mach ich Lecki unter meiner Decke! Ja, irgendwie sowas! Wenn einer der Liebenden einen oder beide Schenkel des anderen zwischen seine oder ihrer eigenen Schenkel aus Kräften presst, so wird die Schenkelumarmung genannt. Vielfältiger Einsatz des Vergnügens in seinen höchsten spirituellen und physischen Formen. Was der Ehemann am stärksten von seiner Frau der oder Geliebten begehren muss, muss die Frau oder Geliebte höchst ekstasisch erwidern. Die mannigfaltigen... Hallo, ich lese gerade eine wichtige Lektür! Die mannigfaltigen intimen Freuden des Fleisches sind Ausdruck sowohl weltlicher Zuneigung als auch spiritueller Einigkeit. Daher muss man, wenn der Ehemann die Position Aufsteigende Elefant einnimmt, die Frau mit der Position antworten, die seit Urzeiten als prächtiger Schwan bekannt ist. Die fortgeschrittene Position, die als Eremit auf der Leia spielen, bekannt ist, wird oft mit einer Position gepaart, die vielen Namen trägt, aber zumindest tausend schön genannt wird. Ich verstehe kein Wort. Ich weiß nicht, ob ich fit genug bin für diese Art von Matratzensport. Matratzensport, Junge! Ähm, äh, Schlafsack-Tango. Wenn man das Bild einer Person im Spiegel oder im Wasser küsst oder einen eigenen Schatten an der Wand, ist das ein Kuss der Offenbarung? Wenn die Frau ihre Schenkel mit ihren Liebhabern verschränkt, versteht... Achso, das ist jetzt dasselbe nochmal. Die Seite davor. Ja, muss ich gleich alles für die Quicktime-Events merken. Für die Cuties. Mann, verdammt! Weg, weg! Hä? 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 Verfluchte Scheiße! Fuck, fuck, shit! Wow, du kleiner Schisser, Mike! Komm schon! Verfluchte Scheiße! Fuck, fuck, shit! Ist der ein Trottel? Er kann einfach keinen Badevorhang, Duschvorhang öffnen. Ist das ein Trottel? So, wo ist jetzt das dumme Holz hier? Ah, da hätten wir ja stimmungsvolles Licht. Ach, das Holz steht direkt daneben, lol. Achso, und dann geht's einfach an? Mike 1, Feuer 0. Puh! Wirklich schön, bravo! Okay, my lady. Was kommt jetzt? Jetzt kommt Uga Uga Bam Bam! Ich glaube... Oh, mit Alkohol wär's entspannter. Oh nein. Na, wenn ich das früher gewusst hätte... Ich weiß nicht, ich... Irgendwie... Ich bin noch nicht so weit. Verführen, let's go. Vielleicht müssen wir... ...einfach den... ...Sprung wagen. Weißt du, wie ein Sprung in den Swimmingpool. Was? Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen... ...du weißt schon... ...umknutschen... ...und sehen, was da... ...er macht das... ...er hat das doch in der Dingens gemacht. Als sie die geprankt haben vor einem Jahr... ...hat er das genau das gleiche bei Hannah gemacht. Aber da war's ein Prank. Jetzt macht er das aber ja... ...nicht... ...auf Prank-Basis. Ist der scheiße. Raus hört's? Äh, echt jetzt? Dachtest du, die Nummer zieht? Hat sie bisher immer... ...blöd, Mann. Ich mein... ...bei... ...Hannah... ...hat sie gezogen. Da hat's funktioniert. Wirklich. Mann, Jess, jetzt zieh dich doch einfach raus. Hallo. Sind die jetzt zum Quatschen gekommen, oder was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Frau... ...voilà. Die Läden sind dicht. So. Wo waren wir? Tut mir leid. Sorry. Ich glaube, ich bin ein bisschen... ...durch den Wind. ...und mir fehlt es schon, das jetzt durchzuziehen. Ähm... Du bist... ...du bist, ähm... ...Brüde. Das bist du so. Also, ich geb mich immer selbstbewusst und total super sexy und all das. Aber eigentlich... ...ich will ehrlich sein. Ich bin... ...eigentlich ziemlich unsicher. Beruhigend. Du bist super heiß. Ich dachte, er droppt jetzt einfach direkt als Antwort. Du bist super heiß. Ja, ist okay. Ja, doch. Du bist genau wie ich und jeder sonst. Wir sind alle unsicher. Aber du hast ein Händchen für große Auftritte. Du glaubst, es ist fake. Aber... ...es ist echt. Ja. Ich schätze schon. Ja. Und das ist super mega scharf. Super mega scharf. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Komm her. Digga, ihr müsst das doch so kalt sein mit den nassen Klamotten. Vielleicht hab ich ja auch ein Händchen für dich. Ich bin auf jeden Fall bereit für deine Händchen. Oga, oga, bam, bam! Gerald von Riva benutzt seinen Gamersense. Um irgendwelche Teenies beim Sex zu beobachten. Scheiß Freak. Mike? Was ist das? Ich weiß nicht. Okay, dann sieh halt nach. Los, bitte. Digga, dass die immer noch angezogen ist, ne? Die war im Eiswasser. Erste, was hier gemacht hat, ist, wäre, irgendwie die Schränke durchzusuchen nach Klamotten, hätte mich ausgezogen. Oder irgendwie die Decke vom Bett genommen oder so. Der muss ja so kalt sein, ne? Das ist ihr Handy. Dein Telefon. Was? Wieso denn mein Telefon? Äh, Bumerang. Äh, keine Ahnung. Bo, 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 fliegt immer zurück. Kam halt das Fenster. Oh, verfluchte Scheiße. Verdammt, Mann. Was? Diese verdammten Arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt, um uns zu erschrecken, wenn wir gerade zur Sache kommen wollten. Hey! Ja, Penner! Penner, so, gibst den. Ich weiß, dass ihr da seid. Gibst den. Was für eine Scheiße soll das sein? Gönnt ihr uns den Spaß so wenig? Slay Queen? Ja, ratet mal. Neuer Pain, ihr verdammt uns den Spaß und ich nicht, weil Michael und ich nämlich weich sprichnen. So. Genau. Wir haben jetzt sein Sex. Genau. Und wir werden echt heiß. Genau das. Genieß es, denn wir werden das ganz sicher tun. So. Uga Uga Bam Bam. Ach, so eine Scheiße. Ach. Ah! Ich konnte nichts machen. Ich konnte nichts machen. Die ist nicht tot. Die darf nicht tot sein. Ich konnte nichts machen. Ich konnte keinen Quick-Termin, wenn sie nichts machen. Glaubst du wirklich, die Mädels haben mit uns kommuniziert? Ich hab sie nicht sterben lassen. Ich hatte ja keine Wahl. Ich konnte mir nicht mehr entscheiden, zur Tür zu gehen und rumzuschreien. Das hat sie ja von alleine gemacht. Und ich hab ja ein Totem gehabt, wo sie irgendwo nackt rumliegt. Wir werden wahrscheinlich gleich noch nackt Gameplay haben. Josh sah wirklich erschrocken aus bei der Seance. Ja, ich meine, er sah aus, als hätte er sich im Griff, aber... Hätten wir lieber nicht über seine Schwestern reden sollen? Ich meine, deshalb sind wir doch hier. Ja, aber nicht so. Nicht wegen einer Seance. Vielleicht war das echt zu viel. Die ist gestorben, weil du sie vorher ins Wasser gebrochen hast. Nein. Das hatte jetzt nichts mit Kälte zu tun. Das Thema Kälte war ja gar nicht mal gerade Thema. Da war etwas hinter den Büchern. Was ist das? Ist das ein Knopf? Hennas Geist. Wozu sollte da ein Knopf sein? Sehr gute Frage. Soll ich draufdrücken? Dazu sind Knöpfe da, schätze ich. Hennas Geist wütet hier. Wow, Band geht auf. Kopf explodiert. Sind wir hier in einem Film oder sowas? Falls ja, hoffe ich auf eine Komödie. Typisch für die Froschiken, sogar mit Geheimgängen im Haus. Vielleicht wussten sie nicht davon, das Haus ist überhaupt... Welches ist eine Komödie? Sollen wir reingehen? Ja, geh vor. Nee, 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 du gehst. Vielen Dank. Es gibt doch noch eine andere Überwachungskamera, wie es aussieht. Ich werde sie holen und die Schweine ausbluten lassen. Und ihnen die weiche, weiße Haut abziehen. 16 beschissene Jahre. 16 Jahre habe ich auf die beiden süßen Henna und Beth gewartet. Das ist Victor! 16 Jahre in die Vergangenheit ist 1998. Und 1998 hat hier irgend so ein Victor rumgewütet. Heilige Scheiße! Schau dir das an. Hey Ash, ich will nicht, dass du durchdrehst, aber... Sieh mal hier! Was? Chris, was ist das? Ich... Ich glaube, der Beweis, den uns das Hexenbrett zeigen wollte. Der Hinweis? Ja, es ist ein Brief. Lass mich sehen. Es ist eine Drohung. Chris, das ist kein Spaß. Wir müssen zu Josh. Jetzt gleich. Wo ist eigentlich Josh? Die waren doch gerade zu dritt. Wo ist eigentlich hin? Okay, gut. Er ist bei der Sirons weggelaufen. Nach der Sirons, ne? Weichei. Josh, einfach Schneeflocke. Er versteht schwarzen Humor nicht. Er ist wirklich beschissen. Also, ähm... Ich hab über was nachgedacht, was Sam und ich gesehen haben. Was? Ähm... Da war so ein Steckbrief. Wie in den alten Westernfilmen. Genau, das meine ich. Mit 19. Mit Victor. Und Sam war überzeugt, dass ihr irgendjemand gefolgt ist. Also, willst du sagen, hier ist ein Verbrecher auf dem Berg bei uns? Ver-Ver-Ver-Verbei. Da war eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter und sie war von diesem Sergeant und der sagte, so ein Kerl wäre aus dem Gefängnis gekommen. Und er könne nichts machen. Was meinst du? Es hat geklungen wie... wie eine Warnung. Und da war der irre Psycho-Brief. Chris, wenn das deine Art ist, mich aufzumuntern, bist du gefeuert. Hörst du das? Das kam aus der Küche Josh, wir kommen Halt durch Ashley Ashley, was ist los? Lass mich rein Das ist ein Prank schon wieder Alles klar? Schon wieder ein Prank, oder? Das ist ein Prank Die pranken sich die ganze Zeit Das ist einfach alles die Jokemeister Das ist kein Jokemeister Ich glaube, das ist schon ein bisschen mehr als ein Joke Seine Augen haben aufgeblitzt Er ist ein Android Standby-Modus aktiviert Einfach Megatron Schmeckt ja Ich zeige dir jetzt ein paar Bilder von Menschen, die du ganz gut kennst Kenn ich nicht Wer ist das? Aber möglicherweise magst du sie nicht so gern, wie du vorgibst So Das ist eine Übung in Ehrlichkeit Sag mir, welche Person du jeweils am meisten magst Lass dir Zeit Die Antworten sind von Bedeutung Okay Er sind bisher die die sympathischsten, meiner Meinung nach Also Sam und Josh Bist ja am sympathischsten Ich nehme, glaube ich, Sam Ich mag Remi, Demi, Emi Madison Madison Lappen Ich mag Chris absolut nicht Aber Ashley ist bisher so uninteressant Aber ich mag Chris halt gar nicht Ich nehme Ashley Boah, Mike ist echt unangenehm Ich nehme Jessica Ja, definitiv Josh Boah Das ist jetzt echt schwer Chris ist halt ultra nervig Mike ist einfach nur unangenehm Aber Chris ist halt einfach ultra nervig Jetzt sag mir Bei diesem Spiel, das du so beflissend verfolgst Wen kannst du da am wenigsten leiden Chris Ich schätze, du glaubst, er kriegt, was er verdient Du denkst, wie du für ihn empfindest Er ist rechtfertigt das furchtbare Trauma Das er bald durchmachen wird Ja, er soll ja ein Trauma bekommen Das ist ein Bonding für Ashley und ihn Oh Die Zeit ist um Jeder nimmt der Chris Oh, ich bin so langweilig Wieso bin ich langweilig? Bis dahin beantwortest du dir diese Frage vielleicht schon selbst Boss-Shit? Oh, wo ist halt Oh, Leute, ich kann Oh mein Gott Oh, fuck Oh, fuck, so ein fuck Jessica Oh mein Gott Oh mein Gott Junge, was ist denn da los gerade? Jess Irgendwas ist in meinem Gehirn durchgebrannt Kapitel 4 Boss-Shit Ähm, Abkürzung Boah, ich freu mich, den Run zu spielen, wo ich nur Scheiße mache Das wird so super Ich will ihn schwimmen sehen Ich will ihn so gern schwimmen sehen, Chad Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich ihn gerne jetzt schwimmen sehen hätte Wollen, müssten Gewollt Boss-Shit Fuck, fuck Darf schießen, darf schießen, darf schießen Jess Nein Nein Vom imagine Hilf mir Nee äh, runterspringen ach du Scheiße er macht einfach ne Arschbombe auf die Steine ich dachte, er springt halt auf das Holz er holt Anlauf und spring mit dem Arsch vorwärts in die Steine rein komm schon äh, spring geht schneller das sind die Dead by Daylight Geräusche äh, runterrutschen nein, nein, verdammt er ist halbe Nathan Drake gerade Nathanius Drake komm schon, komm schon na los, Mikey Boy ja, spring doch wieder mit deinem Arsch nach vorne, voraus sein Gewehr ist gerade verschwunden komm, Mikey Boy Jessica ich komme ich komme Jessica sprennt denn doch irgendwie schneller oder so totem ja, das ist die Zeit, Mikey Boy okay Jet, wie motiviert wie nennt ihr euch selbst wenn ihr euch versucht zu motivieren macht ihr auch einfach hängt ja auch ein Boy dahinter das war Matt du Hurensohn stark ich nenn mich immer Eldenlord geile Jessica sie lebt sie lebt nicht ne, sie lebt alles gut ist nur ein Prank ist ein weiterer Prank Hilfe 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 Jessica Jessica was zur Hölle geht's gut alles, alles gut chat Junge der steht nicht wieder auf ich hätte gerne so ne Bullet Time gehabt die diese Patrone langsam durch sein Gehirn fliegt äh, schnell boah, ist wirklich Nathan Drake jetzt komm schon komm schon komm zu äh komm zu Papa komm zu Papa jetzt mag ich ihn mehr ja, ja, jetzt macht er einen auf Nathan Drake voll Actionheld jetzt mag ich ihn oh, shit Digga, wie kann der noch laufen ich hab den ins Gesicht geschossen aber so ne Stahlmaske Gott, verteidigt wow der hat dich nachgeladen verknemter Haufen Schrott der ist never ausgewichen der ist so nicht schneller als ne Patrone und Jess lassen wir jetzt einfach zurück wir folgen dem Typen aber lassen jetzt Jess einfach jetzt da unten stark Mike nein, die ist nicht tot Tode in solchen Spielen sind immer sehr, sehr obvious also was heißt obvious die, die werden dir richtig ins Gesicht gezeigt also es ist da nicht irgendwie so jemand fällt drunter und weiß nicht ob er überlebt hat wenn sie gestorben wäre dann hätten wir gesehen wie sie auf dem Boden aufknallt und dann irgendwie aufgespießt wird oder sowas weil das sehr mal so Element dieses Spiele äh Spiel ist dieser 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 Gore halt ne das gehört immer dazu Sicherheit geht vor ja genau unser Motto an Mr. Henry Caldwell zu Händen der Blackwood Blackback im Anschluss an die kürzliche Inspektion freue ich mich Ihnen mitteilen zu dürfen dass die Blackwood Blackbossshit-Mine und die dazugehörigen Anlagen alle im Gesetz der Provinz Alberta verankerten Sicherheitsfortschriften übertreffen wir loben unsere fleißiges Technik und Wartungspersonal für die Sicherstellung des Wohlergehens unserer geschätzten Mitarbeiter bitte setzen Sie Ihre gute Arbeit weiterhin fort in dem Wissen dass für das Unternehmen Ihre Sicherheit an erster Stelle steht freundlich grüßen Jefferson Bragg okay wichtiger Lord Peace gleicher Effekt wie bei Dragon Ball wenn dann noch die Staubwolke da ist und jeder so haben wir ihn bekommen genau das der schießt aus einem dicken Strahl durch den Gegner und dann so ich hab ihn und dann steht er hinter dir endlich haben wir besiegt wie geht er wenn er tausend kleine Kiewerle schmeißt weil wie geht er wirklich jedes Mal wirklich das ist ein schwarzer das ist tot oder der sieht ziemlich schwarz aus weiße Fingernägel ist das Jazz sollte das Jazz sein ich denke mal so in der Höhle weiße Fingernägel wird wohl so ein Moment sein wo sie auf dem Boden liegt und sterben könnte da war echt nichts drin mit der Zeitung kann ich nicht interagieren komisch der hat echt haarige Arme Alter halte der Wolf fuck shit oh shit war besser als war bisher noch immer ne ach du scheiße fuck shit shit was ist das für ein Bude jetzt mag ich ihn den aber noch nicht vielleicht lerne ich den auch noch mögen oh nein Ashley Ash Ash What is das? Ash Ash okay Ihr kleines Stresskissen oder so? Hühnchen? Wo kam das ganze Blut auf einmal her? Hat er Ash ausgenommen? Oh, shit, nein. Oh, shit, nein. Die Betonung. Oh, shit, nein. Ash. Oh, mein Gott. Puppy-Pup cruisert mit dem Mercedes-Benz Drop Top. Ashley! Ashley! Remake, by the way, Vollpreis-Remake. Ist jemand da, Ashley? Ist jemand da, Ashley? Junge. Er ist einfach am Telefon. Ist das der richtige Weg? Nee, ich glaube, das ist... Sackgasse! Ja, weil ich angegeben habe, ich habe Angst vor Zombies. Wer tut sowas? Sonst wäre wahrscheinlich hier eine Vogelscheuche gekommen, ne? Ah, das ist ein Schweinekopf. Oh, shit. Oh, shit, nein. Ach, nö. Ist wirklich ein riesiges Schwein, ne? Der Kopf war echt... ...riesig. Ash! Ash! Ach, du grüne Neune. Ash! 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 Jason? Jason? Wer war das? So eine schwarze Hose und so eine schwarze lange Jacke? Wer soll das sein? Niemand trägt solche Klamotten. Ashley? Das war einfach Victor. Victor wird getötet. Ash! Der Typ, der Ash entfüttert, der hatte doch keinen Jacke an, oder? Der hat ja nicht so einen... Ashley! ...so einen, ähm... Handwerker... ...Handwerkskittel an? So eine... Genau, Overall. Und der in der Vorschau, der sah... Vorschau. ...in dieser Vision, der sah so aus, wie der Typ, den Mike gerade hinterherläuft. Chris! Ash, ich bin hier! Wo bist du? Hey! Ich lass hier niemanden sterben. Hast du gerade gesehen, was ich für ein... ...actionreiches Abenteuer mit Mike hatte? Ich komme, Ash! ...hier einfach weiter mit mir! Was ist passiert? Chris! Er hat mich gewesselt! Ich bin gewesselt! Ashley, ich hol dich da raus! Keine Sorge! Ich hab' solche Angst, Chris! Nein, ich bitte! Ooooooh! Bist du da? Hallo! Und danke, dass ihr alle gekommen seid! Josh! Mach auf! Was? Was soll das? Heute führen wir ein kleines Experiment durch. Einen Test! Was zur Hölle ist hier los? Und für dieses Experiment brauchen wir die Mithilfe unserer beiden! Oh nein, Shit! Es ist gerade etwas passiert, was mich gerade in meinem Kopf etwas anlockt hatte. Und ich weiß jetzt... Ich kann mich mehr jetzt an die Story erinnern. Es ist gerade etwas passiert. Aber ich spoilere nicht. Ich sag das später. Ich hab' mich quasi... Gespoilert. Ich war eigentlich... Ich hab' mich eigentlich... Ich fand das eigentlich ganz cool, dass ich das meiste von dem Spiel vergessen habe. Aber es ist gerade etwas passiert. Testperson. Joshua und Ash. Oh mein Gott! Aber wir brauchen noch einen mutigen Teilnehmer, der entscheiden wird, welche Testperson überlebt und welche stirbt. Oh nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das kannst du nicht tun! Lass mich sofort hier runter, du Psychopath! Bitte beruhigt euch alle. Es ist ganz einfach. Christoph, direkt vor dir befindet sich ein Hebel. Alles, was du tun musst, ist zu entschalten. Nee, das Ding ist... Nicht das Szenario spoilert mich gerade. Sondern was anderes an diesem Szenario. Aber an sich nicht per se das Szenario, was mich spoilert. Wen du retten willst. Nein! Das ist gar nicht wahr! Scheiße! Nein! Okay, 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 okay. Alles ist bald okay. Oh Gott, Gott, Gott. Kumpel! Oh mein Gott! Ich denk dir danach. Einen Moment! Du lässt mich dann nicht sterben! Geht mir eine Sekunde. Ich... Ich kann nicht denken, ja. Ich kann nicht denken! Ähm... Josh retten. Es tut mir leid, Ashley. Ashley retten. Ich werde dich retten. Äh, traumatisches Erlebnis. Wenn ich Ashley rette, Chat, dann kriege ich sie eigentlich ins Bett. Es tut mir leid, Josh. Aber das ist das, was du gesagt hast. Ein traumatisches Erlebnis wird uns zusammenbringen. Ich... Was soll ich denn tun? Bro! Gott, Mann! Oh Gott! Nein, Chris! Oh, nein, 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 nein! Ich dachte wir sind Freunde, Mann! Ich dachte wir sind Freunde! Nein, 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 nein! Warum tust du das? Das ist wahr! Nein, nein! Das habe ich dir getan! Oh! Das kannst du nicht tun! Bitte! Nooo! Oh Gott! Oh Gott, 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 Gott! Nein, 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 nicht hinsehen. Ich bin so verwirrt gerade. Ich komme, ich hole dich ab, ich hole dich da runter. Ich bin so verwirrt gerade. Komm, komm, los, wir holen dich da runter. Ich kann nicht über meine Verwirrung reden, weil ich was spoilern würde. Aber ich bin so extrem verwirrt. Ich bin so verwirrt. Chris! Ashley! Blut? Blut? Wessen Blut ist das, Ash? Geht's dir gut? Chris, was ist passiert? Josh, was, Mann? Wir haben jetzt zweimal Josh. Was? Wovon redest du da? Psychopath? Oh mein Gott, du hast lieber abhauen. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Hier ist ein Psychopath und er hatte eine Säge und es hieß er oder Ash. Was soll ich denn los tun? Sie hat ihn zersägt. Überall ist sein Blut durch die Gegend gespritzt. Was? Oh mein Gott, Chris, was? Ich, ich hab ihn getötet. Ich, Chris. Ich hab ihn getötet. Es war meine Schuld, Matt. Nein, nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Einfach durchgesicht. Hey, wir werden die Sache klären, Mann. Matt, wir müssen sofort Hilfe holen. Ich weiß nicht. Ja, hört auf zu heulen, jetzt könnt ihr endlich wummen. Chris, sie hat recht. Wer weiß, wer der Nächste ist? Wir müssen hier weg. Ja, ja, das ist das einzig Vernünftige. Wir holen Hilfe. Du willst dich doch nur selbst retten. Nein, ich will bloß nichts übereilen und uns am Ende noch alle umbringen. Such du die anderen zusammen und ich hole Hilfe. Mit Matt, ja? Ja, Therapie wird lange dauern und teuer sein, aber wir haben etwas gewonnen, was unbezahlbar ist. Und zwar Liebe. Bing. Da sind wir wieder. Da draußen wird es ziemlich heftig, nicht wahr? Läuft die Nacht so, wie du es gehofft hattest? Ähm. Alles läuft gut. Hm. Verstehe. Und glaubst du, diese armen Menschen kriegen, was sie verdienen? Äh, wer sind sie? Ich will dir doch helfen. Und dieses Spiel, das du spielst. Dir ist klar, dass es nicht gut für dich ist, nicht gut für irgendwen. Und ich erkenne nicht besonders viel Ehrlichkeit in der Art, wie du spielst. Ich bin jetzt. Ich finde, ich spiel gut. Ich glaube, er hat gerade nicht die ganzen Quick-Time-Events von Mike gesehen, die ich gemeistert habe. Hast du mir jetzt vor, dich weiterhin an diesem Komplott zu ergötzen? Ja, ich mache weiter. Ich habe Angst. Äh, ich... Ich kann jetzt schlecht das Spiel abbrechen, der Guest. Glaubst du überhaupt, dass ich echt bin? Äh, ich bin verwirrt. Was will der Mann von mir? Oh, ich trage eine Cap. Ist gar nicht vorher aufgefallen, dass ich die ganze Zeit eine Cap trage. Äh, also du bist ein Videospiel. Und du bist... Echt. Denn ich habe sonst nichts in meinem Leben außer Videospiele. Und Videospiele sind... Ah, der Kern des Problems, alles läuft darauf hinaus. Kannst du wirklich noch den Unterschied erkennen? Ich glaube nicht. Typ heißt Hill und alles passiert auf einem Berg, merke ich gerade. Mount Hill? Beute. Silent Hill. Aber der Berg heißt nicht Silent. Gar nicht gut. Nein, gar nicht gut. Und der Doktor heißt auch nicht Silent. Er heißt Hill. Da, Wolf. Seht ihr? Das ist kein Vielfresser. Weing Bossshit. Wir kennen seinen Vornamen nicht. Der Doktor. Doktor Hill. Klar, der hat so eine Jacke an. Den fangst du das mal genauer an. Das ist Victor. Der trägt... Der trägt nicht mal so eine Maske wie am Anfang. Manche, die haben ihn absichtlich so... ...designt wie... ...Nathen Drake. Ulrich. Ich hab noch nie in meinem Leben Nathan Drake gespielt. Äh, ne, Uncharted. Ja, Nev, danke schön für sechs Monate. Irgendwann spiele ich bestimmt Uncharted. Das ist bestimmt spaßig. Der Rote. Das ist irgendwie Warnung oder so. Schräg. Sam. Sam, nachdem sie gebadet hat. Äh, Silent Hill wird Freitag kommen. Ist das das Sanatorium, was vorhin auch wir was dazu gelesen hatten? Sanatorium? Sanatorium? Ich glaub schon, ne? Ja, der lebt hier wirklich sein eigenes Abenteuer, Mann. So eine Scheiße. Ja, das ist die Jacke und die Hose. Oh, was zum... Aber was hat der mit... ...Mit Beth und... ...Hannah zu tun? Was war denn hier los? Was war denn hier los? Was war denn hier los? Was da hinten ist? Sieh mal an! Das Blackwood Pine Sanatorium. 1922. Mens sanaein corporo sano. Uuuuh. Loot. Da wollte aber jemand unbedingt reinschauen. Als ob das Holz nicht bricht. Yeah. Ja. 30 Stechuhrkarten. Ist das krass. Ja, ist richtig krass, Alter. Stechuhrkarten. Crazy. Boah, ist das krass. Er findet einfach in einem verlorenen Gebäude, in einem Administrationsbüro, Stechuhrkarten. Boah. 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 Fotoapparat, wie krass. Ja, gleich findet er noch einen Stift oder so. Dann geht ihm richtig einer ab. Dann geht ihm der Stift. Vögel Es sind immer die Vögel Gab's schon 19, 22 Takane Da haben die das noch mit den Zähnen gemacht Medizinischer Berichte, Bergarbeiter Dr. N.H.F. Bowenalder Bericht betreffend Ausgangszustand der zwölf Bergarbeiter nach dem Einsturz der Mine und der anschließenden Rettung in Blackwood Pines Aufnahme Bei Aufnahme der zwölf Patienten in die medizinische Einrichtung des Sanatoriums hatten wir angenommen, die Männer seien völlig ausgemergelt, erschöpft und verwirrt Jedoch machen die Bergarbeiter einen überzeugenden und relativ gesunden Eindruck der sich auf ihren offensichtlichen Fund von Notration in der Mine zurückführen lässt Wie prognostiziert wiesen einige der älteren Männer eine gehemmte Atemfunktion sowie Symptome einer Lungenentzündung auf Auf psychologischer Ebene war der Wiedereingliederungsschock für einige Gruppenmitglieder nach der 23-tägigen Isolation schwierig zu bewältigen Auch ihre äußerliche Gesundheitszustand besser als erwartet Besteht eine Beeinträchtigung aufgrund der Gefangenschaft in der Mine Behandlung Aufgrund der labilen Verfassung einiger der Patienten haben wir Flügel A des Sanatoriums abgeriegelt Es werden so bald wie möglich psychologische Analysen durchgeführt Die Männer mit Atemschwierigkeiten wurden einer Bronchoskopie unterzogen Unterhalten eine Behandlung mit Streptomycin Die restlichen Patienten stehen rund um die Uhr unter starker Beobachtung Wichtige Lore Drei Zwei Eins Ich hab vergessen worum es ging Aber ich hab's vorgelesen Das ist das Wichtigste Ging um Tacker Ja irgendwie waren die alle krank in der Mine Konnten schlecht atmen Waren verschüttet Wurden wiedergefunden Und waren eigentlich alle noch recht fit Außer dass die Atemprobleme hatten Oh scheiße Krass Oh scheiße Krass Joa er verwandelt sich jetzt immer mehr in den In Victor Gleich kriegt er noch ne Jacke Diese Sterbeanimation die wir gesehen hatten Wo ich verwirrt war wer die Jacke trägt Das war Mike Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ach Was war denn hier los? Paralleluniversum Mike wird Zeitreisender Ja das ist Jonas aus einer anderen Timeline Junge manchmal die Steuerung ist echt weird Die kranken Schweine haben wohl gern zugesehen Die kranken Schweine Ja das war ne dark Referenz Togos Ja ich hasse auch kranke Schweine Die sind so schweinisch und kränklich Reply immediately Sofort antworten Reporter und andere Schnüffler Müssen um jeden Preis Wern gehalten werden Wässern Provinz Wir würden hier keine Presse wollen in diesem Zwölf überlebenden im Sanatorium eingewiesen Zeichen mentaler Traum Traumat Eventuell Festsetzung nötig Lokale Presse Hatte Blut geleckt Wird zum Problem Erbitte Anweisungen Und Wieso auch immer Durfte niemand wissen Dass die gerettet wurden Oder niemand durfte wissen Dass die eingeschüttet sind Es wäre dumm Das weiß dann jeder Wenn plötzlich zwölf Leute verschwinden Das weiß dann ja jeder Ratte Wieso durfte das Wieso durfte die Presse nicht wissen Dass die zwölf Leute gerettet haben Wäre das nicht eine gute Nachricht Eigentlich Oder die wollten Völlig krank Oder die wollten Die gar nicht hier freilassen Sondern wollten Dass die Menschheit immer noch denkt Dass die zwölf eigentlich tot sind Damit sie An den zwölf hier rum experimentieren können So Deutsche Wissenschaftler Mit dem Zeug fütterte er sie Das war mein Lieblingsfinger Die Machete Eigene Finger abhacken Abfahrt Let's go Äh Bärenfalle öffnen Ich könnte auch mit der Machete Die Bärenfalle öffnen Dann behalte ich meine Finger Aufhebeln Aufhebeln Ja Aber Finger abhacken hätte schon mehr Stil Ich hätte mir die abhacken sollen Er ist zu unfähig Okay weg mit den Fingern Hat mehr Stil Oh shit 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 Er macht das eigentlich Und es ist nicht mit einem Schlag durch Aber wie auch Unfähig er war Dass er nicht geschafft hat Die Bärenfalle aufzumachen Was redet der Mann da Hey Das wird ja hier immer besser Zombie Köpfe Ah Jumpscare Tür Jumpscare Nummer 1 Kein Jumpscare Oh shit Ist das krank Ne das ist tot Nicht krank Lochkarte Stechkarte Lochkarte Stech Okay Sehen wir mal Er hätte so einen Overall an Das ist ein Hausmeister oder so Jetzt hier ist der Jumpscare Doch nicht Wo ist mein Jumpscare Mund zu Mund Vielleicht hätte ich noch retten können Name der verstorbenen Person Sarah Smith Sterbedatum Ich verstehe hier mit Ich verstehe hier mit Dass ich mich um die Verstorbenen zuletzt am 18. März 51 bis zum 24. Februar 52 gekümmert und zuletzt am 24. Februar 52 lebend gesehen habe Todursache Todursache Schwere Fleischwunden am Unterleib Intraabdominale Verletzungen Hoher Blutverlust Wenn der Tod durch externe Ursachen herbeigeführt wurde Gewalt Bitte das folgende ausfüllen Unfall, Selbstmord oder Mord Mord der Art der Verletzung Achso Oder Mord Das war Mord Okay Art der Verletzung Fleischwunde durch scharfes Werkzeug Womöglich Fingernägel Zusätzliche Anmerkung Bitte das Feld auf der Rückseite Für weitere relevante Informationen ausfüllen Zusätzliche Anmerkung Die Leiche wurde erst 6 bis 8 Stunden nach Eintritt des Todes gefunden Teile der Gedärme und Nieren wurden anscheinend vom Angreifer gegessen Also mit den bloßen Fingernägeln den Bauch aufgerissen Gedärme rausgeholt und lecky lecky schnabuliert Da ist jetzt mein Jumpscare endlich Kein Jumpscare? Nicholas Bowen Angriff durch Insassen Tödliche Fleischwunde am Hals Okay Die Insassen haben sich gegenseitig hier gefressen Jo, parasitäre Fäule Gute Nacht Ich streame bis das Spiel durch ist Also keine Ahnung Kann ein bisschen noch dauern I guess Ich habe keine Ahnung Wie weit ich im Spiel bin Okay, hier ist ein Loch Da kann ich nicht rein Ja, wir werden Until Dawn zocken Oh shit, oh shit, oh shit Okay, okay Okay, okay was war 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 okay okay du bitte nicht ich tue niemandem hier weh das mit der säge und josh passiert stimmt wo ist die machete eigentlich die sollte die machete nicht mehr ja die finger man hat zehn finger komm zwei mehr oder weniger juckt hier waren wir schon ich dachte ich soll ihm jetzt hinterher laufen oder ist er nicht raus entscheidend ist er nicht rausgegangen der ist doch da durchgegangen ich stand doch da oben oder so habe ich runter und da oben stand ich habe hier runter geguckt und erst auch da durchgegangen oder wollen wir damit jetzt sagen dass diese tür jetzt offen ist weil er von hier aus kam ach so ich habe jetzt die karte wie robotisch hat sich bewegt man ist auch ein android wolf wolfie wieso ist auf einmal zehn frames mich ist eine richtige maschine junge er tritt ihn da kurz beiseite aus dem weg tölle tölle er kriegt wirklich eine jacke so was haben wir denn hier ja was steht mir das viele im weg der gar komm schon ja wer ist der alpha hier kurz mal die wölfe zurechtgewiesen so man muss halt den wölfen zeigen wir hier das sagen hat dass die dass die nicht hierzu sich zu viel erlauben erziehung er raucht also dann jetzt nicht mehr denn die gehört uns doch nicht aber für mich stirbt junge vielleicht kann ich so ja die wölfe besänftigen ja du kannst den wölfen auch einfach ins gesicht treten das besänftigt sie schon genug was für ein freak bigfoot siret ok er sucht nach bigfoot oder so footprints find found liars local man found dead da sind die und die zwölf wahrscheinlich 14 missing in mountains ansonsten ist hier nichts ja jetzt ist er nicht mehr nathen drake jetzt ist er james sonderland wobei die haare passen halt nicht mehr erst nathen sonderland er das gefällt mir ist das der dude aus ellen wake du meinst ellen wake die wundermänner die erfolgreiche rettung alle zwölf eingeschlossene berge arbeitet beim unglück das ist eins zu eins die jacke von james aus hell und zwei diese navy farbe noch das ist genau die geilen arsch hat er auch ja das ist das ist das ist das ist natürlich zu ja schießen wieso gibst du wölfe nicht den knochen ja ich such den ich sehe keinen wölfe wie du siehst ok ich glaube das fass jetzt umzuwerfen war jetzt echt nicht nötig ist der dumm ist der dumm du wach du wach du wach du wach du Er hat das Fass umgeworfen. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich das Fass weg mache oder nicht. Ja, stimmt. Aber manche Dinge muss man selbst sehen. Ich glaube, was sie sagen. Da! Eine Axt! Mir geht's besser mit einer Axt. Mit einer Axt kann es nur gut gehen. Das ist eine gute Waffe. Oh, was? Jetzt! Äh, Tür aufbrechen. Komm, ich bin doch der Muskelmann. Okay. Okay. Schön. Auf geht's. Ich werde hacken und werde... Schluss, mach jetzt! Schluss, mach jetzt! Okay. Crazy. Das ist wirklich ein Muskelmann. Ich dachte vorhin eigentlich auch, das ist eine Stahltür, aber nee, ist wohl... Papier. Oh, Gott! Verdammt! Was ist passiert? Das ist irre! Wir waren doch vor ein paar Stunden noch hier. Das muss gerade passiert sein. Was zum Teufel geht hier vor? Das muss der Kerl sein. Derselbe wie bei Chris und Ash. Der Kerl hat eine Unterwäsche geklaut und trägt die gerade. Die Spitze. Sag das nicht. Das ist ein Ultra-Freak. Da. Die Seilbahn ist ein ganzes Stück draußen. Na, das... Ich meine, das ist nicht weit, oder? Kannst du springen? Ich bin gut, Em. Aber nicht so gut. Trotzdem danke. Tja, Matt, wenn du nicht springen kannst, was sollen wir tun? Ich... Ich weiß nicht. Gott, alles ist total demoliert. Die. 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 Ich kann nichts drücken. Toll. Wir brauchen Schlüssel. Keine Schlüssel. Keine Seilbahn. Also, zurück auf Anfang. Matt, wir brauchen einen neuen Plan. Wir können nicht rumsitzen und Däumchen drehen. Wirklich freundlich. Ach, so grottig. Er sagt, wie es ist. Mike hätte es geschafft mit dem Springen. Matt holt nur rum. Der ist kein Macher. Ja, da oben ist gerade Mike. Ähm, wir sind gerade hier unten beim Cable Car. Und wo ist das Hotel? Das sieht man nicht. Hey, da. Feuerwachturm. Da wollen wir hin. Äh, vielleicht gibt es in dem alten Feuerwachturm ein Funkgerät oder Telefon oder sowas. Möglich. Viel Auswahl haben wir ja nicht mehr. Wahrscheinlich, ja. Matt, wir müssen zu diesem Funkgerät. Äh, wir brauchen das Funkgerät. Widersprechen. Gehen wir zurück. Ne, ne, wir gehen schon. Abenteuer erleben. Wir benutzen das Funkgerät und rufen Hilfe. Irgendwer empfängt sicher das Signal. Wow, Matt. Gute Idee. Funkgerät sehr schlau. Warum bist du so biestig? Wir sitzen gerade ziemlich in der Scheiße. Wow, Matt. Ist gut. Biestig. Oh, Moment. Was geht bei dir? Jetzt guckt es einmal über den Verkacken. Ich hole uns hier raus, Mr. Blödbirne. Mr. Blödbirne. Oh. Schon gemein. Aber kannst du dich beeilen oder so? Was haben wir hier Schönes? Du kommst mit mir, Baby. Oh Gott, redig. Komm runter. Auf diesem Weg kommen wir hier raus. Ui, quick damn event. Die wäre jetzt einfach straight am Tod. Ja, äh, danke. Weißt du, geh doch vor und beschütz mich. Okay. Okay, vorsichtig. Ah, jetzt kann sie es. Na gut. Oh mein Gott. Gleich da. Oh mein Gott. Meine Knie sind ganz weit. Guck nicht runter. Kommst du? Okay. Soll ich dir an die Hand nehmen? Nee. Ich würde einfach auf die Knie gehen. Das ist doch voll viel Platz. Für mehr Hals. Heiliger Strohsack. Zum Glück ist das... Heiliger Strohsack. Hör mir auf, du. Ihr macht hier Scherze von wegen Oh du grüne Neune. Die sagt das gleich wirklich. Bein Teutatis, Junge. Okay, Mike wird in den Schrank schieben. Merken wir uns. Gelb war irgendwie Hinweis oder so. Gelb bedeutet Unterstützung oder so. Also wenn Mike einen Schrank sieht, schieben. Schwarz ist drin. Vielleicht brauchen wir einen Plan. Vielleicht können wir ja runterklettern. Wo runterklettern? Den Berg. Ist das dein Ernst? Wo ist das Problem? Wir sind ja nicht in einem Flugzeug. Ist fast dasselbe. Es ist stockdunkel. Hey, vielleicht müssen wir ja gar nicht. Glaubst du, der Psychopath geht einfach auf und haut ab? Nein. Aber suchen wir uns doch ein Versteck. Oder? Warten ab. Und bis morgen früh finden wir bestimmt eine Lösung. Wir verstecken uns nicht in der Lodge. Das erwartet er nämlich von uns. Lass uns ein wildes Pferd jagen, es töten, seinen Magen ausleeren und da drin schlafen. Es gibt noch ein Wort. Das Sanatorium auf der Karte. Schatz, ich glaube die Bude ist abbruchrein. Wir bauen doch so ein Ding wie das nicht auf einem Berg ohne Notfallkontakt zur Außenwelt. Ja, vielleicht hast du recht. Aber ich bin nicht scharf darauf, mich da drin rumzutreiben. Wir behalten das als Plan C im Kopf. Wohin geht's? Hier ist doch eine Sackgasse. Ja, ihr könnt auch eine Hirsch nehmen, nicht ein Pferd. Was ist denn dann ein Cliff? Ist hier ein Ding jetzt runtergefallen, Chat? Hanna und Beth? Ah, Matt, was ist das? Mr. Rage, danke schön für vier Monate. Scheiße, shit! Äh, scheiße, shit. Verdammter fuckshit. Fuck, 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 shit. Was plant die Hirsche? Werden irgendwie kontrolliert? Von einem übernatürlichen Wesen? Die ist gerade aber nur auf einem ganz anderen Planeten. Huh, hey, okay, das ist ein H overheber. Oh, hey, ich bin schon noch��asz worry Medical Stoppers. Was treibt ihr da draußen? Wollt ihr spannen? Machen wir gerade. Der ganze Chat. Okay. Spannt die gerade. Oh, verdammt nochmal meine Klamotten. Wirklich? Der hat dir eine Socke übrig gelassen. Ich habe von mir kein Weihnachtsgeschenk. Wirklich nicht cool, Leute. Überhaupt nicht cool. Und Sam hat immer die coolen Geschenke. Die kreativen. Wird bestinken. Und die Socke klebt. Hör auf. Der Stand und Dan hat sie beobachtet, damit sie nicht flieht. Josh? Oh, was zum Lenker? Wie viele fucking Kerzen sind angezündet? Die haben ja keinen Strom, ne? Und so eine Kerze gibt halt echt nicht viel Licht. Ich hoffe, Sam. Alle überleben. Sam überlebt. Alle überleben. Wir überleben alle. Not under my watch. Mike, Emily. Das geht jetzt langsam echt zu weit, okay? War alles echt witzig. Haha, seht euch Sam an, wie sie im Handtuch rumläuft. Aber können wir die Sache jetzt bitte beenden, okay? Da unten ist er. Reicht es euch? Das ist unter mir. Laufballon. Okay, wenn ihr mir Angst einjagen wollt, ratet mal. Ihr habt gewonnen. Oh mein Gott, die Steuerung. Ich drücke in die andere Richtung. Hallo? Die geht von alleine. Okay. Jetzt drehen. Oh, okay. Das haben wir gesehen. In einem Video. Äh, in einem Video. In einer Vision. Wo seid ihr bloß? Wow, das ist schräg. Genau das. Aber was sagt mir das jetzt? Hey, Leute, kommt schon. Ich will nicht mehr. Jetzt hört gefälligst damit auf und redet mit mir. Was war doch nochmal? Einfach nur genau das, wie es sich einfach durch die Tür geht. Das war's. Mehr hat man nicht gesehen. Du bist nach mir. Ich glaube, deine Suche wird nicht sehr erfolgreich sein, Samantha. Du wirst nur das sehen, was ich dir zeigen will. Und ich habe dir eine Menge zu zeigen. Was ist denn hier los? Öffne die Augen. Oh mein Gott. Eine wahre Augenweide, nicht wahr? Was treibt ihr da draußen? Eine hübsche Baden. Oh, was so gut. Glaubst du, sie weiß, was dir bevorsteht? Glaubst du, das waren die letzten schönen Momente im Leben dieser Kirche? Warum weißt du mir das hier? Warum siehst du hin? Ja, nein. Schachmann. Josh! Wo findest du dich dabei? Oh mein Gott, was hast du getan? Ich gebe dir noch 10 Sekunden. 9, 8, 7. Bitte, nein. 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 Äh, Vase werfen? Vase werfen. Ich verstehe dich. Guter Wurf. Shit, 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 shit. Spring. Ich weiß nicht, ob er sich da unter dem Bett verstecken wollte. Ja, lass in den Keller gehen. Äh, weglaufen. Weiterlaufen. Nicht verstecken. Wollt das ein Tipp sein? Kein Türgriff? Da durchquetschen, durch das Loch. Aufdrücken. Zieh. Ziehen. Junge. Ich dachte, das war's. Ich dachte, Schrank auf den Boden werfen war wie eine falsche Entscheidung. Vor allem das mit dem Schrank sah so aus, als hätte sie sich jetzt selbst mit dem Schrank platt gedrückt auf dem Boden. Äh, weglaufen. Immer weglaufen. Oh, fuck. Kacke. Oh, fuck, kacke. Ey, was? Nein. Nein. Oh, weglaufen hat so gut funktioniert. Nee, nicht verkackt. Sie ist nicht tot. Sie schläft nur. Das war aufregend, nicht wahr? Sehr gut. Nicht minus zwei, sie lebt noch. Sie schläft nur. Das Spiel läuft anscheinend wirklich gut. Ja. All der Fortschritt. Beim Erforschen des Ursprungs deiner Angst. Und du setzt ihn einfach zum Schlechten ein. Ah. Deine überwältigende Angst vor Isolation. Du hast sie gegen die Menschen gerichtet, die du so verzweifelt quälen willst. War ist das denn wert? Was denn? Okay. Dr. Hill steht jetzt auch? Minus drei. Beruhigen. Beruhigen. Sind nur Herrscher. Die wollen uns nur beschnuppern. Nein, 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 nein. Die werden uns wehtun. Bei Minus, ich hab ne Axt. Wenn's sein muss... ...werden ein paar Köpfe fliegen. So, Metz ist jetzt einer von ihnen. Die gehen jetzt alle so beiseite und dann hinten ist so... ...ein Hirsch, der so ein... ...ein Geweih für ihn so bereithält. Damit er sich das auf den Kopf setzt. Und dann wird da einer von ihnen. Die nehmen ihn auf. Da, seht ihr? Nein, 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 nein. Geh. Langsam. Ich hab nichts gedrückt. Komm weiter. Ist okay. Junge, hätt ich jetzt draufgehauen, die werden ja komplett ausgeflippt. Ah! Was war das denn? Ah! Ah! Imagine's, kein Reiten. Das wär cool, ne? Hätten wir jetzt so gebändigt und wären dann so runtergelaufen zur Lodge. So mit dieser Gruppe an Hirschen. Dann wären wir dort angekommen. Und die anderen sind so grad am fliehen oder so. Und dann sagten Matt und Emily, steigt auf! Und dann springen die auf die anderen Hirsche und wir rennen so weg. Falls wir es hinkriegen, jemanden zu erreichen, dann sagen wir, wir brauchen Hilfe. Was tun wir, während wir warten? Wir gehen zurück zur Lodge und holen die anderen. Oh Gott, nicht zur Lodge. Wir sollten hierbleiben. Für den Fall, dass die draußen uns nochmal erreichen wollen. Erst muss das Funkgerät funktionieren. Die reden mir mittlerweile zu wenig über Sex. Das ist verflucht grell. Ach, wirklich? Ich kann nichts sehen. Was ist das? Nur eine Sicherheitsleuchte. Bestimmt bewegungsaktiviert. Ihr kennt doch Bewegungsmelder. Ich kann nichts sehen. er abrigo er lässt die axt unten aber wieso bin ich mit einem idioten eigentlich hier gerade unterwegs aber wieso ich bin mit dem größten trottel unterwegs warum ist es hier plötzlich so wendig wir sind schon fast drin es gibt kein performance oder graphic mode es gibt nur mode mode lucien dankeschön drin 2 ja deshalb hat er die 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 lachs weggelegt sonst könnte er nicht klettern Deshalb kann die Pappnase jetzt klettern. Wahrscheinlich für PC kann man das einstellen, aber nicht auf Konsole. Oder vielleicht auch... Nee, PS5 Pro ist noch nicht draußen. Ach, komm schon! Toll, kein Strom. Hier muss doch ein Schalter oder sowas in der Nähe sein. Tja, kein Strom. Druckertod. Okay, Hulk, sorry. Scheiße, ja! Wer sagt's denn? Scheiße, ja! Okay, ein Punkt für Matt und Emily. Wer hat diese Person gesehen? Beth Washington wurde zuletzt am 2. Februar 2014 bei der Ski-Lodge in Blackwood Pines in Alberta gesehen. Eventuell war sie emotional aufgewühlt. Beth trug... Moment. Die haben nicht ihre Leiche gefunden? Die haben nur Hennas Leiche gefunden? Beth trug eine leuchtend-pinkenfarbe gefütterte Jacke, schwarze Leggings, Skischuhe und deine süße weiße Mütze. Nein, Murphy! Dankeschön! Für 62 Monate in Tier 3. Vielen, vielen Dank. Ich dachte, die haben beide Leichen gefunden. Weil die sind ja einfach straight up da in die Klippe runtergefallen. Ach, sie ist jetzt bei den Hirschen aufgewachsen. Sie ist eine von den Hirschen. Ranger Station Blackwood County, over. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Bitte sagen Sie etwas, wenn Sie das hören, bitte. Wir brauchen Hilfe, over, over. Scheiße. Oh, hallo? Oh mein Gott! Zum Glück, wir brauchen Hilfe, bitte. Hallo? Willst du jemanden kontaktieren? Hier ist die Park Ranger Station von Blackwood County. Wir haben eine sehr schlechte Verbindung. Sprechen Sie bitte langsam und deutlich, over. Bitte, 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 Hilfe. Oh mein Gott, wir sind hier am Blackwood Mountain. Und hier ist ein Psychopath. Wenn Sie mich hören, holen Sie Ihre Nachricht. Es war nicht möglich, zu verstehen, was Sie sagen. Wir brauchen Hilfe, bitte. Hallo? Können Sie sich bitte identifizieren, over? Äh, beharrt. Weite, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh mein Gott, okay. Hier ist... Mein Name ist Emily. Hallo? Ich empfange Sie nicht deutlich. Bitte wiederholen, over. Wir sind am Blackwood Mountain bei der Ski-Lodge. Hier ist ein Killer, er ist hinter uns her. Und er hat unseren Freund umgebracht. Oh Gott, bitte, Hilfe, Sie müssen uns helfen. Unseren Freund umgebracht? Welchen Freund? Ich weiß nicht, was beim Bewegungssensor. Bestimmt ein scheiß Regen. Ich höre Sie, man. Also, wer... Wo? Ja, aber wo haben die das mit Josh mitbekommen? Die waren noch gar nicht dabei. Was? Wann? Wie lange? Morgen. So früh es geht. Over. Nicht vor dem Mord. Scheiße! Die hatten Chris und Ashley getroffen? War das denn? Oh mein Gott, Ben, was passiert hier? Hält der ganze Turm gerade? Wegen dem einen Seil? Nicht bewegen! Emily! Emily! Okay, aufpassen. Quicktime Events. Emily darf nicht sterben. Wieso rollt ihr denn wieder dahinten? Weicht aus und rollt wieder zurück. Scheiße, shit! Scheiße, fuck, shit. Shit, fuck. Nein! Oh, shit! Okay, er lebt noch. Oh, fuck. Wo ist Emily? Wo ist Emily? Verdammt! Ha! Ha! Verdammt! Ha! 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 Ah, verdammt! Ah, da ist er. Oh Gott, man! Hilf mir, bitte! Ich komme! Ich komme! Em, das Ding ist echt verdammt wackelig! Mäh! Du musst etwas unternehmen sofort! Worauf wartest du? Ich denke nach! Lass mich nachdenken! Denk nicht, du Idiot! Hol mich einfach hier runter! Äh, beleidigend! Aufmunternd! Alles wird gut! Äh, nicht bewegen! Ich versuche, zu dir zu kommen und dich hochzuziehen! Mach's nicht schlimmer, als es schon ist! Jetzt hol mich bitte von diesem gottverdammten Turm! Bitte, 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 Matt! Tu endlich was! Oh! 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 Sie lebt noch, Chad. Alles gut, sie lebt noch. Wir haben keine Katzchen gesehen, wie sie stirbt. Sie lebt noch! Sie lebt noch! Wir haben noch nicht gesehen, wie sie stirbt! Sie ist da nicht oben? Weiß nicht, hab's ja nicht gesehen. Sie muss hier runtergekommen sein. Ich hab's ja auch nicht gesehen! Nein, sie ist nicht begraben! Das ist an... Oh! Die Tode sind hier gory! Wo ist das wirklich passiert? Verdammt, was ist denn hier bloß los? Wir haben gesehen, wie Josh in zwei geteilt wurde. Wir werden nicht so einen lamen Tod haben. Oh, runtergefallen. Chris! Was? Chris, ich wollte nur sagen, was da in dem Schuppen passiert ist. Ich weiß, wie schwer das für dich war! Josh war dein Freund! Ashley, stopp! Nein, ich will nur sagen, ich... Danke! Danke, ich... Ich verdanke dir mein Leben! Chris, das ist deine Chance! Okay, ich... Ich musste dich eben einfach retten! Chris, das ist deine Chance! Ich musste! Ash, geht's dir gut? Ja, nur das... Schnappst du die Tiger! Ich weiß, du und Josh standet euch nah! Chris! Los, suchen wir Sam, okay? Darauf konzentrieren wir uns! Aber ich meine, oh mein Gott! Ashley, jetzt! Hör auf, okay? Ich will nicht darüber nachdenken, was da passiert ist! Chris! Wir suchen Sam! Der muss sowas jetzt sagen, sowas wie... Du brauchst keine Angst haben, Kleines. Ich werde dich beschützen. Mit meinem Leben. Das Kleines ist wichtig, er muss Kleines sagen. Baby-Girl! Baby-Girl! Alles wird gut. Wenn sie den Namen nehmen und auf die Stirn küssen. Was soll das? Okay. Das ist so abartig! Ew! Hä? Warte mal kurz! Hast du das grad gesehen? Ja, es kommt auf jeden Fall auf so eine Ekelliste. Das, Chris! Das! Welches das meinst du? Das war wie... Das war wie eine durchsichtige Gestalt! Wie ein Geist! Oh, Mann! Ich meine es ernst! Warum glaubst du mir nicht? Ich hab... Ich hab das gesehen! Zählt das denn nicht? Das war... Das war die Hölle heute Nacht, okay? Du bist total fertig! Ich bin total fertig! Ich glaub nicht mal mehr, was ich sehe! Äh... Äh... Nachgeben! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Da war... Etwas... Crash! Gib auf! Du bist nur... Wir... Wir beide... Sind im Moment nicht ganz wir selbst! Wir... Wir müssen uns zusammenreißen! Ja, geht das? Ja, geht das! Krass! Lass uns... Lass uns Ruhe bewahren! Oh, wenn ich hier unten langsam irre! Woanders kann Sam nicht mehr sein, Ash! Warum... Können wir nicht einfach die anderen suchen und... Was, wenn Sam uns braucht? Wenn sie in der Klemme steckt! Oh, Gott! Los geht's! Die haben jetzt schon das ganze Haus durchsucht? Weil die haben jetzt... Sind durch zwei Räume gegangen und haben dann einfach gesagt... Woanders kann Sam eigentlich gar nicht sein! Woanders kann Sam eigentlich gar nicht sein! Was geht ab, Ricky? Woanders? Kann doch doch nicht wahr sein! Was der... Woanders! Was ist denn hier los? Oh Gott! Habe ich mich ja geschossen! Wie konnte hier alles zur Freakshow werden! Türen, Knallen und Kerzen gehen ganz von alleine an und dieses Gespenst oder was ist, aber es war Guckt sie in der Zoom noch? Das ist die Zoom-Ecke Die Zoom-Ecke geht nicht mehr Das wäre sein Moment gewesen Der Bonding-Moment Und er ist einfach nur ein Trottel Er macht den ganzen Moment kaputt, ne? Die haben jetzt die Möglichkeit zu bonden Trauma-Bonding Und der scheißt komplett rein Hä? Hat Sam den Schrank nicht umgeworfen? Der hat sich irgendwie schnell gefixt oder so Er hat auch den Nippel wieder rausgenommen Hier ist kein Griff dran Griff heißt das Ja, der hat hier aufgeräumt Knauf Griff, Knauf, Nippelgriff Da Puppe, äh Puppenhaus Da, 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 Chris Da, 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 da Man sieht's durch die Fenster Was denn? Mini-Einrichtung? Nein, eine ganze Szene mit Puppen und so Ja Ich schätze, du brauchst einen Schlüssel Um damit zu spielen Da kann ich nicht mehr weitergehen Ich dachte, da geht's noch lang Ne, da geht's nicht lang Ein Sogenannten Schlüssel Ah, ich weiß, wo ich noch nicht war Make-up mies verschoben, ja Ist, glaub ich, heute Bad Make-up Day Hier war ich noch nicht, oder? Ne, doch, hier war ich auch Im Schrank selbst nicht Hey, wo hab ich denn was übersehen? Okay, hab ich zu lange gebraucht? Warte, Chris, 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 Chris Der Geist Was? Hast du's nicht gesehen? Nein Du hast mit dem Handy gespielt? Du, der Was twitterst du? Hashtag, wir werden von einem Geist verfolgt Witterst du? Ash, komm runter, okay? Es ist kein Geist hier Der Geist von wem? Du flippst aus wegen der Sache mit Josh Du hast einfach nicht auf Da war ein Geist und ist aus wie Hannah So wie Hannah Warte, warte, was Warte, warte, warte Was glaubst du? Die verfolgen uns jetzt seit der Seance? Ich weiß nicht, vielleicht Das tun sie nicht, weil es Geister gar nicht gibt Chris, du bist so ein Versager Ich weiß es nicht Ja Was war das? Wie kann ein Bild einfach schon von der Mann fallen? Ah Wie atmet ich hier so laut? Na bitte Da hinten Oh mein Gott Da, da Chris Jetzt sag mir nicht, dass du das nicht gesehen hast Oh, das ist Siehst du? Das ist Du siehst das doch Ich weiß nicht Ich, ich, ich Ich bin völlig verrückt Chris Es zeigt uns den Weg Das ist Hennas Geist Das ist unglaublich Ich glaub, der Geist wollte mir das zeigen Mit was? Wow, 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 wow Aber es ist genau Ich meine, genau da hab ich gesessen Und da war Matt und Das hat jemand aufgebaut Der dabei war Oder jemand Oder etwas, das uns beobachtet hat Vielleicht ist das eine Warnung Ich glaube jemand Ich glaube jemand hat das aufgebaut, um uns zu erschrecken Nein Es war bestimmt der Geist Das heißt Der Irre ist der Mörder von Hannah und Ben Nein, das ist dieses Dreckschwein Der treibt hier seine Spielchen mit uns Warum sollte er das hier inszenieren, Chris? Er will uns sagen, dass er uns alle auch noch erwischen wird Ein Buch, Tagebuch 2013, 14 Das ist Hannah, Tagebuch OMG Mike hat zugesagt Er hat Josh heute angerufen Juhu, morgen steigt die Party Wenn alle zusammen hier sind Wenn alle zusammen hier sind Auf dem Berg Das wird so super Das wird so super Kaminfeuer Kaminfeuer Und oh mein Gott, Mike Ich bin so begeistert, dass er hier sein wird Ich kann das nicht lesen Es ist so traurig, Chris Es passiert wirklich Mike hat mir eine Nachricht hinterlassen Es war wie ein kleiner Liebesbrief Ob Sam davon weiß? Auf der Rückseite war sogar eine kleine Zeichnung von mir Total süß Ich ziehe das Oberteil an, von dem er gesagt hat Dass es ihm gefällt Und warte, bis die anderen sich in die Küche verziehen Dann kann ich vorbeischleichen Und er sollte dann im Gästezimmer sein Es ist so viel los Das war aber schon über mehrere Tage Dieser ganze Prank war über mehrere Tage geplant Das war nicht einfach so Hey, lass mal spontan sie pranken Das haben sie über mehrere Tage gesetappt Ich wollte das Beth erzählen Aber sie würde nur sagen, dass es eine dumme Idee ist Aber sie versteht einfach nicht Wie lange ich auf so einen Moment gewartet habe Ist es übertrieben, wenn ich hoffe Dass er seine Gefühle mir gegenüber eingesteht Einen Schritt nach dem anderen, Hannah Okay, weiter geht's nicht Einfach Erdbeerchen-Moment Nee, Hannah war die geprankte Beth ist ihre Schwester So, hier ist ja Oh, Morgen Ungetrennt, lol Okay, doch, nicht getrennt Ich dachte, die werden jetzt wirklich getrennt Was zur Hölle war das? Das war der Geist von Hannah Und da denkt man, gruseliger geht's nicht mehr Oh, shit Auf dem Tisch war was? Ach, da hinten Ja, oh, wie versteckt Wir werden gefilmt Hallo? Ich will drehen Okay, ich kann nicht drehen Ist das dieser Kerl? Das würde ich vermuten, oder? Ich werde nicht gern beobachtet Besser? Küss die Wiese Sau Oh, Mann Wieso stöhnen die immer so? Oh, man sieht sogar Wie die Brust sich bewegt By the way Merke ich gerade Transformers steht da oben Rechts in der Ecke Megatron Ist der Bösewicht Eine Glühbirne ist eingekreist Das ist eine starke Birne Okay Das ist eine starke Birne Wir haben eine Waffe Junge, pack sie doch nicht weg Behalte sie doch in der Hand Damit du direkt zustechen kannst Ey, dieses komische, nervöse Atmen Es klingt so, als wäre irgendjemand im Nebenzimmer am Atmen Und nicht sie selbst Der ist riesig Chris Ich glaube, ich will nicht weitergehen Doch Ist das das Sanatorium? Von einer Seite wahrscheinlich, ne? Ja, da ist Ashley Sam hingelaufen Da wurde sie gepackt Und ich hatte die Wahl Mich irgendwie hier zu verstecken Oder so Ich glaube, verstecken hätte auch nichts gebracht Boah, das ist wieder schwarz Schwarz bedeutet Tod Das soll weiß sein Das soll weiß sein Ah, nichts gesagt Irgendwelche Schienen Aber wieso kommst du denn hier hin? Ja, tja Du weißt, wie das ist, wenn man sich in jemanden verknallt Toll Also im Grunde sagst du Wir hätten eine verletzliche Freundin in eine schlimme Situation gebracht Und deshalb konnte sie gar nicht anders als weglaufen Ich meine Ich meine, der Prank war scheiße, ja Das war schon eine harte Mobbing-Nummer Aber dass sie halt wegrennt Und dann eine Klippe runterrutscht Und runterfällt Dass denen die Schuld zu geben Weiß nicht Wir haben sie blamiert Wenn du's wärst Meinst du nicht, du wärst auch weggerannt? Ich meine Wer lässt sich gern verarschen? Mich verarscht hier niemand Das denkst du? Was? So Chris Wir haben sie voll lächerlich gemacht Vor all ihren Freunden und ihrem Schwarm Kann man jemandem noch was Schlimmeres antun? Mich verarscht hier niemand So ein Macher Das Wegrennen war ja nicht das Problem Naja, dadurch, dass sie weggerannt ist Ist sie ja an diese Klippe gekommen überhaupt Hätten sie den Prank nicht gemacht Wäre sie nicht weggerannt Wäre sie nicht an der Klippe gewesen Wäre sie nicht gestorben Das ist es halt Oh nein Was ist das? Sams Armband Und sie nimmt dieses Ding nie ab Wir müssen sie finden Schnell Ja, das war der beordnige Moment Die sind jetzt verliebt Wir haben's geschafft Klar, Kevin Warum druckt jemand falsche Zeitungen? 18. August Das ist eine echt gute Frage Das war's, ja Mehr kriegst du nicht Das war's mit Romanze Weißt du was? Nein Ash Nein, ich hab genug Ich werd nicht noch tiefer reingehen In diesen Albtraum, Chris Ashley Ich versteh dich, okay Ich hab wirklich auch echt Angst Aber falls Sam da unten Ganz allein mit einem Psycho ist Und wir abhauen Dann könnten wir sie auch gleich selbst umbringen Ja, okay Das ist jetzt ein bisschen Ist jetzt ein Sehr weiter Stretch Ich meine, ich versteh seinen Punkt Aber Es ist doch schon ein bisschen was anderes Äh, zögerlich Mutig Ne, wir suchen Sam Gottverdammt Aber nicht, weil Chris recht hat Wieso hast du immer recht? Ich hab nicht immer recht Tja Wo du recht hast Hast du recht Ich will nicht recht haben Ich will hier weg Nein Erst finden wir Sam Gehen wir Sie suchen nur Sam Weil Mike und Jess waren ja weg Zusammen Ashley und Ashley und Matt haben sie draußen gesehen Josh haben sie gekillt Und der einzige Die einzige Person Die noch alleine war Und auch im Haus war Ist halt Sam Deshalb I guess suchen die Sam Weil die anderen waren ja weg Und das wissen sie ja Dass die weg sind Vielleicht haben die auch Sam Schreien gehört Ich bin stuck Okay 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 Chris Ich hab wirklich kein gutes Gefühl bei der Sache Was meinst du? Wir nehmen doch an, derselbe Kerl steckt hinter den Zeitungen und auch der Kamera, ja? Ja, ich glaube schon Es ist... Anscheinend konstruiert er diese ganze Story für uns Dann sieht er zu, wie wir rumlaufen Verängstigt und beobachtet uns Als wäre es ein krankes Experiment TV-Show Alles für die TV-Show Oh, das ist... Das ist ja... Das alles ergibt auf eine kranke Art echt Sinn Ja, oder? Er ist irgendwie dumm Seinen Blick gerade Seinen Kommentar dazu Ich glaube, er ist so ein bisschen dumm TV und Light Ne, ich glaube, er ist nicht gerafft Er hat nur so getan, als würde er es verstehen Ja, ja, du hast recht Genau Du bist so schlau, Ashley Hey, da Kana Oink, oink Schwein Oh, nein Das ist nicht zum Essen da Warum ist sowas hier? Oh, nein Nein Was ist das für ein Dialog, Mann? Die sieht so ein... Die sehen so ein totes Schwein Die so... Oh, nein Und der so... Das ist nicht zum Essen hier Okay Okay, da können wir gleich einen Film schauen Okay, Chris lässt mich nicht durch Dann schauen wir uns erst den Film an Aber das wäre ja langweilig, wenn sie nicht so hölzern wären Das muss, das gehört dazu Das ist deren Film, den sie gemacht haben Er hat sich die Mühe gemacht Die Videodatei von der GoPro Schön, dass du hier bist Auf einen Filmstreifen zu übertragen Ich fühle mich so mies Das ist grauenvoll Ich fühle mich so mies Scheint dir Spaß gemacht zu haben Das ist doch das Schlimmste, oder nicht? Wir haben einfach nur Spaß gemacht Es sollte doch lustig sein Ja Schuhe, da ist gar kein Streifen drauf Ich will dieses Video nie wieder sehen Gibt es solche Geräte? Die eher so... Für Atmosphäre sind? Also du steckst da ganz normal so eine Speicherkarte rein Dann guckst da ganz normal deine Filme Okay Also quasi ein ganz normaler Beamer Aber das ist so ein Ding, was sich dreht Fürs Feeling Oh, stimmt Ich hätte daran gar nicht gedacht, Chat Geister gucken gar keine Filme Ach, bin ich dumm Achso, ich muss spielen Ich werde Chris nicht aus Versehen sterben lassen Auch Chris hat ein Leben verdient Das Buch käme von der Therapie? Die sagt einfach gar nichts Okay Kein oh fuck shit Oder oh fuck fuck shit Gar nichts Oh, Mist Was sieht dir das an? Blut? Vielleicht von Sam Okay, mal sehen, ob ich das aufkriege Oh, nein Verdammt, ist das Ding schwer Vorsichtig Jetzt komm schon durch, Ash Ich kann sie nicht halten Komm schon Chris Was? Ich glaube, ich hab Sam gesehen Ash, bist du sicher? Ich weiß nicht Aber komm, wir sollten nachsehen Tja, also wer immer hier auch blutet Ist hier durchgekommen, okay? Deshalb müssen wir uns bei allen los Äh Chris folgen Bleib lieber zusammen Okay Okay, du hast recht Ich komme Auch wenn das vielleicht eine Falle ist Lieber zusammenbleiben Oder Das andere war die Falle Das einen so hinlocken So, oh, da bewegt sich was Lass da hingehen Und dann ist da irgendwie so eine Falle So eine Fallende Axt oder so Die dich dann in zwei teilt Die Klamotten Ja, das sind Sam's Klamotten Das ist Krank Das ist total krank Dieser Psycho war also hier Sicher Klaus, der ist immer noch hier Ich hoffe nicht Was Soll dieses Ding Ne, ist nach Hause gefahren Das ist Feierabend Er hat ihre Klamotten geklaut, dass sie gebadet hat Und dann hat er sie irgendeiner Puppe angezogen Ach, Chris lässt mich wieder nicht durch Ach, du grüne Neune Oh, Chris Oh, nein Hallo Oh, nein Nein Sie hat jetzt irgendwie keine Augen oder so Nein, sie ist nicht tot Nein, sie ist nicht tot Sie atmet noch Ja, sie schläft Oh, nein Hinter euch Dreht euch schon Hinter euch Ja, wir sind jetzt alle nur festgebunden Niemand ist gestorben Okay Nein, niemand ist tot Oh, shit Oh, shit, nein Oh, fuck Ash Ja, ich konnte, glaube ich, auch zustechen Aber ich habe nicht aimen können Weil es zu schnell war Wer hat sich zu schnell bewegt Das ist er Nein, Chris Das ist der Typ, der Josh umgebracht hat Oh, Gott, nein Du perverse Stück Scheiße Du Monster Zieh dich um, wir werden sterben, Chris Ich will noch nicht sterben Niemand wird hier sterben Ich wollte dir nur sagen Es ist so unfair Was? Mir was sagen? Chris, es ist zu spät Chris, was soll das bringen? Hör auf, sag's Wir reden immer drum herum Und jetzt, ich wein Wir haben so viel Zeit verschwendet Ashley, nichts davon war verschwendet Was soll das heißen? Jede Sekunde, die ich bei dir war Ich hätte meine Zeit nie anders verbringen wollen Was meinst du damit, Chris? Tut mir leid Ich hätte sagen sollen, was ich fühle Chris Ashley, ich schwöre, wenn wir hier rauskommen Oh, Gott Ashley, ich hole dich hier raus Ich lass dich hier nicht sterben Oh, hallo, meine kleinen Versuchskaninchen Oh, scheiße Ich habe keine Angst, Chris Oh, das solltest du auch, Ash Denn hier kommt der Clue Chris hat schon eine tödliche Entscheidung getroffen Und die nächste wartet schon auf ihn Chris Du kannst die Waffe da vor dir nehmen Und Ashley erschießen Oder du erschießt dich selbst Wer übrig bleibt, darf leben Nur du entscheidest Okay, die Pistole ist echt Ich mache einfach nichts Ich habe nichts gedrückt Oh, mein Gott, oh, mein Gott Stopp Oh, mein Gott, nein Nein, 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 Chris 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 Am Anfang im Tutorial wurde gesagt Manchmal muss man auch nichts machen Nein 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 Diesmal bist du zu weit gegangen Siehst du das nicht? Hä? Siehst du nicht, dass dieser Folterporno Zu weit gegangen ist? Hä? Also, was gibt dir das Recht Hier Gott Mit diesen Leuten zu spielen Was macht dich zu was Besonderem? Der Killer wird therapiert Du bist krank Du bist krank Ein krankes Stall Also, was zur Hölle hast du ihnen angetan? Hä? Was zur Hölle hast du ihnen getan? Psychopath 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 Sag es nochmal Psychopath 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 Wach auf Was macht denn Mikey hier? Was macht denn Mikey hier? Was? Was? Komm hierher Ja Also, er redet die ganze Zeit mit dem Mörder Also, er hat die ganze Zeit den Mörder therapiert, I guess Ich meine natürlich genau den Psychopath 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 Oh Mann, waren die Dinger fest Dass dieses Handtuch aber auch so fest die ganze Zeit dranbleibt, ne? Ich hab kurz gelesen, wer bist du da? Wer bist du da? Schockiert. Mein Gott, deine Finger, Mike! Ja, dabei hab ich noch Glück. Scheiße, was ist passiert? Ein verdammter Irrer läuft hier oben rum. Er will uns alle kalt machen. Hör zu, dieser Typ, von dem du sprichst. Er hat mich angegriffen. Er hat mir auch Videos gezeigt. In einem davon wurde Josh ermordet. Er wurde zerfetzt von diesem riesigen Scheiß-Sägeblatt. Verdammte Scheiße. Was für ein kranker Scheiß-Film ist das denn hier? Hier ist eine Tür. Sie geht nicht auf. Kannst du sie von da auf machen? Er hat hier einen Rucksack dagelassen. Er will, dass sie flieht. Wieso konnte er nicht irgendwie ein paar Schuhe dalassen? Oh mein Gott, diese Steuerung. Dreh, dreh dich doch! Oh mein Gott. Jetzt kommt Tomb Raider-Gameplay. Wir haben jetzt Nathan Drake gespielt, jetzt kommt Tomb Raider. Gott, siehst du schlimm aus. Ach, schön dich zu sehen. Bin gerade ausgekommen, was geht es um Game? Äh, Trauma-Bonding. Wir versuchen durch Trauma jemanden ins Bett zu bekommen. Weißt du? Würdest du mal, Mike? Oh, äh, 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 ja, klar doch. Okay, fertig. Bringen wir es hinter uns. Allerdings. Was war das? Da, die leben noch, Chad. Alles gut. Nein, 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 nein. Ich gehe weg. Das ist gar keine echte Pistole. Oh, Chris, 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 Chris. Was zum Teufel? Du weißt, was Plasmotoren sind. Ich meine echt jetzt. Der Reveal! Das wurde mir gespoilert, Chad. Da, sie lebt. Und zwar, diese, diese Roboter-Stimme. Man hört ja komplett raus, dass es fucking Josh ist. Ich hab bis zu diesem Zeitpunkt, wo man Josh da in der Mitte zerteilt, hab ich gar nicht dran gedacht, dass es ja Josh war, der eigentlich der Böse ist. Und dann kommt diese Roboter-Stimme und das ist ja einfach seine Stimme. Und dann, ich dachte mir erst so kurz, hä? Wieso haben die denselben Synchronsprächer? Ja, genommen. Und dann, oh mein Gott. Dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Und den Josh, den sie da zerteilt haben, das war wohl irgendwie eine Attrappe oder so. Ich weiß nicht, ob das im Englischen auch so schlecht ist. Keine Ahnung. Im Englischen ist es tatsächlich schwerer rauszuhören, okay? Ja, keine Ahnung, ob der da irgendeine Puppe wahrscheinlich gemacht hat mit ganz viel Schweineblut oder so. Deshalb war er ja überall Schweine oder so. Keine Ahnung. Ja, es leben noch alle. Niemand ist gestorben. Der Einzige, wo es so aussah, als wäre gestorben, war Josh. Aber jetzt haben wir das herausgefunden, der ist gar nicht tot. Jetzt wird's schwierig. Oh Gott! Oh mein Gott! Man! Man! Oh Scheiße! Shit! Wieder Star Wars Geräusche. Oh Scheiße! Die Star Trooper kommen. Da fliegen sogar so ein paar Laser. Verdammt! Das ist schon echt eine miese Situation. Also hätte ich wirklich gar keinen Bock eigentlich. Die Ewoks gegen die Star Trooper kämpfen wieder. Oh! Oh! Knappu! Okay. Shit! 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 Auf den Knien gelandet. Junge, schnell weg. Das stürzt gleich alles ein. Guckt doch nicht. Brenn. Jetzt hat ihn vernetzt ins Knöchel. Aber ja, wir haben trotzdem immer noch Victor. Victor ist ja auch noch unterwegs. Das waren 600 Mäuse. Das klappt nicht. Das war mein Lieblingsteil. Aber ja, im Großen und Ganzen sieht das jetzt alles so aus, als wäre einfach Prank gone wrong, oder? Dass Josh einfach nur einen riesen Prank gemacht hatte, den er irgendwie ein Jahr vorbereitet hatte, um die Gruppe zu traumatisieren. Aber er wollte sie nicht töten. Sondern er wollte sie alle einfach nur richtig traumatisieren. Aber was er halt nicht wusste und nicht geplant hatte wahrscheinlich, ist, dass hier ein wirklicher Mörder rumrennt, dieser Victor halt, der aus dem Gefängnis ausgebrochen ist und hier jetzt irgendwie rumrennt. Das hat er ja auch noch zu Chris gesagt, fand ich so lustig, hat er auch noch zu Chris gesagt. Von wegen, yo, schnapp sie dir durch so ein Trauma-Bonding, kriegst du sie ins Bett. Weil er schon von Anfang an geplant hatte, die beiden so zu traumatisieren, indem sie da auf diesem Stuhl sitzen und Chris sich dann entscheiden muss, wen er umbringt oder so. Weil er von Anfang an das geplant hatte, dieses Szenario mit den beiden. Und es hat geklappt. Die saßen da gerade auf dem Stuhl und waren kurz davor, sich die Liebe zu gestehen. Naja, er hat auch sowas gesagt, ihr werdet diese Nacht nicht vergessen. Voll der Ehrenmann eigentlich, ja. True. Der nimmt den Wingman richtig ernst. Ich muss, ich wollte schon sagen, ich muss doch safe jetzt irgendwas durch das Tor rollen lassen, damit das aufbricht, oder? Das ist Videospiellogik. Nein, er hat nicht seine Schwester geopfert. Die haben ja seiner Schwester einen Prank gespielt. Dadurch ist seine Schwester ja gestorben. Und der rächt sich jetzt mit seinem ultimativen Prank an denen. Ein Prank, der sie halt nicht töten soll, aber sie halt komplett traumatisieren soll. Auf der Rückseite, die Sprengtruppe. Vorbereitung zum Sprengen der neuen Schächte. Kann ich den Bruder schieben hier? Oder okay, man muss doch nicht schieben. Man muss jetzt Dynamit finden. Solches Sprengtrupp. Ich muss jetzt hier Dynamit finden. Und dann den Laden hier hochjagen. Doch nicht. Ist nun tot. Da, das ist ein Weißer. Der ist ziemlich weiß. Ja, das ist Resi 4, ne? Ich habe das Szenario gerade. Okay, war das... Mike? Da schießt irgendjemand... Oder war... Ne, das war Matt. Matt, der auf Victor schießt. Oder so. Kann ich den Bruder echt nicht schieben? Aber weiß ist ja... Irgendwie steht für Glück. Ich kann hier nochmal gucken, ja. Ich weiß nicht, was er das war. Okay, es war doch kein Weißer. Da, hier. Ne, das ist nicht... Das ist nicht Matt, oder? Wer ist denn das, der andere? Ist das Chris? Ja, das ist Chris, der... Auch Victor schießt. Irgendwie so. Was hatten wir bei Tod gehabt? Dann ist das auch Chris. Dann ist das hier auch Chris. Weil die Klamotten sind dieselben. Oh, meine Cam ist davor. True. Sorry. Der. Das müsste Chris sein, der auf diesen Victor schießt. Und der hat die gleichen Klamotten an, wie der hier. Könnte beides Chris sein. Ja, was geht jetzt hier? Ich muss keine Lore schieben. Und damit kann ich nicht interagieren. Hannelore! Da sind doch Visionen, oder nicht? Ja, das sind mögliche Ausgänge. Irgendwie so. Hier noch irgendwas anderes. Außer dem Foto? Nee, das liegt nur das Foto. Hä? Hä? Chat? Ich bin verwirrt. An der Vorderseite Delore, maybe? Wow, wow. Die muss das... Die kann das nicht schieben. Sie muss ziehen. Ach, das ist eine Bremse. Das ist eine Bremse. Das ist eine Bremse. Verdammt! Was war das denn? Ist da irgendwas angezündet worden? Ach ja, vielleicht läuft hier Victor rum mit seinem Flammenwerfer. Okay. Eine Stechuhr. Ja, der hat doch so einen Flammenwerfer. Das haben wir ganz am Anfang im Intro gesehen. Und gerade auch in einer der Visionen. Da sieht man, dass er auf dem Rücken diese Flaschen, diese Gasflaschen trägt. Ah! Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Oh Gott. Das ist ein Problem. Alles ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ich bin ein Problem. Emi, so ein Tollpatsch. Remi, Demi, Emi. Nein! Nein, nein, nein! Ich geh hin, ich geh hin! Oh Gott! Abartig! Die Verschütteten. Ja, das, der Prank ist wirklich komplett gone. Komplett wrong gone. Matt? Matthias? Nein! Der Flammenwerfer, Mann. Schreck! Irgendwie schreck! Setz ihn auf! Sie macht das nicht. Junge, hier mit Helm, das ist doch super wichtig. Äh, kann ich auch abbrechen? Irgendwie nicht, ne? Ich wollte nochmal zurück. Mich umschauen. Ja, springen. Immer springen. Immer schnell und springen. Junge, dafür, dass die verletzt ist? Adrenalin, ne? Was der menschliche Körper nicht alles machen kann, wenn er unter Adrenalin steht, ne? Hier, Quick-Term-Events sind die ganz schön lange. Sag doch einfach, dass ich das gut mache. Vielleicht bin ich auch einfach gut. Die sind nicht zu lange, nicht zu leicht, sondern ich bin einfach zu gut. Du bist krass, danke. Oh! Und weg. Ich weiß nicht, ob das ein Glückstotem war. Nee, war kein Glückstotem. War ein Todestotem. Wer kennt das nicht? Wenn dein Akku fast leer ist, dann macht... ...und den Bildschirm flackert. Scheiße, shit! Scheiße, shit! Ich weiß nicht, was die im Englischen sagen. Vielleicht sagen die im Englischen fucking shit oder so. Und die übersetzen das in Scheiße-Shit, weil fickende Scheiße wäre echt wild. Ja, die sagen einfach im Englischen shit, shit. Ja, oder holy shit. Holy shit, fucking shit. Irgendwie sowas sagen die wahrscheinlich. Aber wir haben ja sowas im Deutschen nicht. Aber wir haben ja sowas im Deutschen nicht. Wir haben verdammte Scheiße. Heilige Scheiße haben wir auch, stimmt. True, true, true. Aber die haben sich bei der Lokalisierung entschieden für... ...scheiße Shit. Wir haben nur Boss-Shit, Junge. Fucking Boss-Shit. Ja. Nee, sie hat ja nicht gesagt Scheiße-Shit. Sie hat ja Scheiße-Shit gesagt. Ah! Matt! M-M-M-M-Mario! Ja, da, wo? Wie? Shit. Scheiße, shit. Die kennen wir doch. Das ist Beth. Wann holst du dir deins, Beth? Hannah meine ich, sorry. Also die wollten beide so ein Pärchen-Tattoo machen. Äh, Pärchen. Äh. Geschwister-Tattoo. Gang sein! Genau, Gang sein. Das ist ganz genau ein Jahr her. Zweiter, zweiter, vierzehntel. Was soll das bloß? Seitdem ist Victor hier und zählt die Tage? Aber wir müssten... Moment, vielleicht ist das gar nicht Victor, sondern das ist Hannah. Äh, Beth. Beth ist ja verschwunden. Nur Hannah haben die irgendwie die Leiche gefunden. Vielleicht... Vielleicht... Aber wieso sollte Beth... Obwohl Beth könnte die vielleicht jagen. Aber wie sollte sie sie mit dem... Weil wegen dem Foto, weil das Foto da auch so liegt, als hätte das... Äh, Beth... ...gehabt. Äh, ja stimmt, aber Beth und Hannah sind ja auch zusammen weggelaufen von dem Feuerwehrtyp. Ach, sie war hier unten. Äh, Feuerwehrtyp, Feuerwehrmann. Ja, und hier ist jetzt noch Hannahs Medaillon. Weil dieser Victor hatte ja auch irgendwas mit Beth und Hannah zu tun. Nicht nur, dass er die jetzt vor... Dass er die letztes Jahr im Wald, den verfolgt, gefolgt ist. Sondern... Oh mein Gott, oh shit. Oh mein Gott, shit. Keine Ahnung, wo ich hergekommen bin. Zehn? Beider ist vermisst? Weil... Also... Es wurde ja nur gesagt, irgendwie, dass... Beth... ...verschwunden ist. Die haben nur darüber geredet, dass einer verschwunden ist. Aber deshalb bin ich davon ausgegangen, dass die andere Person... Das ist die andere Seite des Schildes. Das ist mein scheiß zweiter Vorname. Die sind hier beide... Hier sind die runtergefallen. Wir haben oben das andere... Den anderen Teil des Schildes gefunden. Die sind hier gelandet. Ja, okay, gut, das ergibt Sinn. Die sind hier gelandet und haben hier wohl gelebt. Deshalb haben die auch hier so die Tage gezählt. Weil die hier wahrscheinlich nicht mehr rauskamen. Oder Victor hatte sie hier gefangen gehalten. Die sind hier runtergefallen und dann war Victor hier. Und er dachte sich, aha. Eindringlinge in meiner Höhle? Oh, Scheiße! Soll das so ein Grabstein mäßig sein? Zweiter, 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 2014. Also die sind hier beide runtergefallen und der Guess... Die eine ist gestorben. Und wurde dann hier direkt begraben. Und die andere hat noch weiter gelebt und hat hier die Tage gezählt. Und hat wahrscheinlich gewartet, bis jemand kommt und sie rausholt. Geht's nicht weiter, Alter. Er hat eine Vision mit dem Grab. Habe ich die verpennt? Ah, hier geht's doch noch wieder zurück. Ich habe sogar gesagt, oh, ein Grab. Die Lüge? Aber ich habe bestimmt nicht gecheckt, dass das Grab von Beth ist, weil ich das nicht drauf gelesen habe. Ja, hier geht's nur zurück. Nee, hier, das ist falsch. Ja, ich mache es nicht absichtlich. Ich versuche, das schneller zu machen. Ich weiß es schon spät. Also da hoch kann ich nicht. Hier hat die geschlafen oder so, I guess. Hier ist noch was. Brille. Viel, Mann. Hier war das Grab. Hier ging's doch nicht mehr weiter. Ah, hier vielleicht. Ah, hier ist es. Hier. Nee, da waren noch so Kreuz an der Wand. Die hat hier, meinst du, die hat die Stunden gezählt? Wieso sie hier unten die Stunden zählen? Ich denke mal, sie hat die Tage gezählt, weil sie Sonnenlicht von oben gesehen hatte. Oh, Gott. Oh Gott, oh Gott, Beth! Oh Gott, Beth, nein! Hä, wo ist das? Oh, Beth. Wieso hat sie ihren Kopf abgetrennt? Hat sie nur den Körper vergraben, aber den Kopf abgetrennt, damit sie noch jemanden zum Reden hat? Und dann hier so aufgestellt und dann, hallo, Beth. Ich weiß, du bist tot, aber guten Morgen. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ich bin gut dabei. Alle leben noch. Nein. Nein. Oh, komm schon. Und jetzt, Mann! Nein! Wie willst du so fallen, dass dein Kopf abgetrennt wird? Der Flammenwerfer, Mann. Er kommt mich holen. Oh Gott, bitte komm nicht hierher. Komm wieder her. Okay, das ist nicht Hannah, das war männliche Stimme. Der eine war gerade echt knapp. Der war sehr knapp. Der hat keine Angst vor Feuer. Feuer ist ein Element. Oh Gott. Verstecken. Diesmal entscheide ich mich für Verstecken. Boah, ist eigentlich ein gutes Versteck. Okay, vielleicht doch nicht. Josh. Josh. Oh Gott, du hast mich versteckt. Ihr alle hier habt mich erkannt. Und nach allem, was ihr erlebt habt, gut. Gut, gut, gut. Wie fühlt sich das an? Also, wie ist das? Ist das schön, wenn man terrorisiert wird, gedemütigt, in Panik? All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften, vor einem Jahr? Aber wartet mal, sie kam nicht mehr zum Lachen. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Sie sind fort. Vielleicht fällt es dir nicht auf, Josh, aber keiner von uns lacht. Ach, komm. Ach, komm, komm, komm. Wieso diese Gesichter? Kommt schon. Tut doch gut, wenn einem ab und zu das Herz rast. Stimmt's? Und wie sie gerast sind. Ich meine, bei jedem von euch. Bum, 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 bum. Ich hoffe, ihr wart begeistert von meinem phantasmagorischen Spektakel. Was ist das? Ich bin für mich zu klein. Oh, ist das wirklich mal sicher. Keine Gelegenheit ungenutzt. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich war der Puppenspieler bei eurer Pavlovschen Panik. Und all das Blut. Ich meine, Blut. Da war Blut in Massen. Falsche Leichen. Ich meine, der Scheiß war so teuer. Oh, da kommt bei 11. Nein, nein, nein. Alles ungeprobt. Ihr hättet eure Gesichter sehen müssen. Ich hatte euch am Haken. Jeden Einzelnen von euch. Josh, warum tust du das? Wozu sprichst du überhaupt mit dieser miesen Ratte? Der spinnt doch. Er hat eine Schraube locker. Er schluckt seine Pillen nicht mehr. Ach, kommt schon, Leute. Rache ist die beste Medizin. Das reicht. Mike, er ist krank. Was kommt schon? Ihr werdet mir noch dankbar sein, wenn ihr alle bald Internetstars seid. Halte, was? Oh, ihr könnt mir glauben, dass dieses kleine Baby ein Riesenhit wird. Ich meine, wir haben unerwiderte Liebe. Wir haben Blut. Ich glaube, es gibt nicht mal genug Rechner in China, um all die Aufrufe zu zählen, die ihr kriegen werdet. Was heißt, allen geht's gut, du Arschloch? Jessica ist wirklich tot. Was? Hörst du schlecht? Jessica ist tot. Und du wirst dafür büßen, Wisser! Jungs, Jungs, kommt schon. Wirklich, das ist doch völlig verrückt. Halt die Fresse. Chris, Bro. Ich bin nicht dein Bro. Wo gehen wir hin? Wohin bringt ihr mich denn? Wir sperren dich weg, Bro. Was? Ich bin nicht dein Bro. Wenn du keine Dummheiten machst, bevor wir die Polizei rufen. Kommt schon. Ich hab gar nichts gemacht. Ist das dein Ernst, Mann? Du bist ein verdammter Mörder, du Arsch. Ich war das nicht. Michael, bitte glaub mir doch, Mann. Ich war das nicht mit Jessica. Hör auf, Mann. Halt endlich dein Maul. Chris, hey. Komm schon, Kumpel. Wir sind doch Partner. Hör auf, das stimmt doch gar nicht. Na schön. Spiel den Arsch. Ihr seht doch nur, was ihr sehen wollt. Ihr seid die Klappe. Ihr seid... Alter. Nein, du hast sogar lebt noch. Ich meine schuld, dass ihr keinen Spaß versteht. Oh je. Hab ich dir wehgetan? Hast du jetzt... Aber hey. Hey, das haben die letztes Jahr auch gesagt. Das haben die letztes Jahr auch gesagt. Das, ähm... Oh, die versteht ja gar keinen Spaß, als sie weggelaufen ist. Irgendwo leichte Schmerzen. Das tut mir ja so sehr leid, Mann. Schluss, Mann. Scheiße, Alter. Stopp. Michael. Mike, sorry, Mann. Ja, der Ton war gerade irgendwie kurz gedoppelt. Ich kann dir nicht sagen, wie leid es mir tut, dass Jessica etwas zugestoßen ist. Aber ich schwöre. Ich schwöre dir. Ich hab keine Ahnung, was mit ihr passiert ist. Ich meine, wir hatten ja auch am Anfang gehabt, dass der Ton komplett weg war. Ähm. Halt einfach deine Fresse. Die ist nicht zu trauen. So, ja, wir verbannen den jetzt. Josh, mal ganz ehrlich, Mann. Denkst du wirklich, dass wir dir vertrauen? Auch nur eine verdammte Sekunde lang nach dieser ganzen beschissenen Show? Können wir uns nicht einfach alle vertragen? Ha, 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 ha. Wirklich irgendwas entscheidendes zu unternehmen? Ah! Au! Du bist der Feigling, so. Oh, bitte. Du bist der größte Feigling überhaupt. Aha. Schachmatt. Ich habe was getan. Ich hab euch glauben lassen. An eine Welt, die ich erschaffen hab. Und euch Seiten von euch selbst gezeigt, die ihr an euch niemals sehen wolltet. Du hast uns manipuliert. Reingelegt. Deine Freunde verletzt. Und das alles, während du dich versteckt hast. Du bist ein Feigling, Josh. Und sonst nichts. Digga, der hat dich ausgenockt. Der hat dich zweimal ausgenockt. Okay, fesselt mich nur, okay. Halt still, Mann. Klar, klar, klar. Still. Weil es das Fesseln erschwert, wenn das Opfer sich wehrt. Josh, Mann. Lässt du mir noch ein bisschen spiel? Rauf, ja. Was muss ich tun, damit du still bist? Nicht so stramm, okay? Nicht so stramm, okay? Ich kann das nicht zappeln. Kabelbinder, die sind der Trends. Ja. In Gottes Namen. Die sind der Trends. Kabelbinder. Tad ist kein Schfieger. Naja, Geiselnahme, hast du ja früher schon mal so krank? Halt mindestens für drei Geiseln oder ihr Geld zurück. Nadine. Hallo. Danke schön für den Raid. Grüße. Hallo. Hallo. Alle sind dumm. Dumm, dumm, dumm. Chris und Ash. Chris ist ein Arsch. Ashley ist ein Dumm, dumm. Ich sag dir, du bist ein dummer Dummkopf. Wie bist du denn drauf? Oh, Ashley. Ashley, ich hole dich hier raus. Ich sag dich, ich will nicht sterben. In meinen wildesten Träumen hätte ich nie gedacht, dass du mich magst. Es reicht. Kennst du dieses Geräusch nicht? Es heißt, ich küsse niemals Ashley, du Pussy. Schluss. Überlass doch lieber Ashley unsere Mike. Ich meine, immerhin hat er ja schon ein paar Kerben im Backpfosten. Was? Er nimmt sie ran. Du bist verfickt erbärmlich. Aber er hat einen Punkt. Hör nicht auf ihn. Er ist es nicht wert. Er hat einen Punkt. Hey, Mike. Mike, 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 Mike. Mike, was? Mike. Was war da mit Jess? Mike? Du weißt, was da war. Nein. Nein, tu ich. Tu ich nicht. Ich. Das ist der erste Run. Ein Problem, Mike. Ich erinnere mich nicht an diesen Mord. So eine Scheiße. Ich meine, also ich denke, also daran würde ich mich sicher erinnern. Weißt du? Sie ist so weich. Und bestimmt hat sie einen wirklich heißen Body. Halt dein verficktes Maul! Also, nee, nicht Jess. Das war ja Sam. Ich habe gerade gedacht, stimmt, der hat sehr berührt. Halbnackt. Aber das war ja Sam. Er hat ja Sam im Handtuch. Was? Entwaffenen Mike. Ja. Ja. Echt jetzt? Na was? Dachtest du, ich erschieße ihn? Keine Ahnung. Komm schon, Chris. Du solltest mich besser kennen. Ja, Chris. Du kennst mich doch auch besser. Ja. Dann gib mir nächstes Mal ein Zeichen, okay? Ihr armen kleinen Schweinchen. Kommt ihr nicht mal die Böser-Kop-Guter-Kop-Nummer auf die Reihe? Überlass das den Profis, Jungs! Geh du zurück zur Lodge. Check, ob alles okay ist. Ich bleib bis morgen früh bei diesem Spinner hier. Oh, Pijama-Party. Bestell dir uns ne Pizza. Kommst du hier klar? Ja. Die anderen wollen sicher wissen, wie es steht. Du hast recht. Bis morgen früh. Ja, die Guter-Kop-Böser-Kop-Nummer hat leider nicht funktioniert. Ich hatte halt Angst gehabt, dass er jetzt wirklich irgendwie schießt oder so. Und bevor er jetzt irgendwie das macht, direkt die Hand wegschlagen. Nee, die Waffe wegschlagen. Nein, bleib weg! Es geht los, Chad. Wenn uns stieh und verschwinde schnell von hier! Es geht los! Sofort! Ich bin groß. Oh, shit. Oh, shit. Oh, man. Okay, aber ich kann mich immer noch nicht an die Story von Victor erinnern. Und wieso der jetzt... Ich glaube, er ist gut und bekämpft hier seit Ewigkeiten schon diese Viecher, die wir gerade gesehen haben. Oh, mein Gott. Okay, Pijama. Aber die Leute haben gedacht, er ist irgendwie der Mörder. Obwohl die Viecher wahrscheinlich gemordet haben. Und jetzt ist er ausgebrochen, um weiter die zu verteidigen. Achso. Und ich kenne die Story nicht, ich habe keine Ahnung von den Typen. Ich weiß halt nur, dass in diesem Spiel diese Monster kommen. Das weiß ich noch. Grüße von Kalgari. Auf der Rückseite Billy Bates, Sprengtruppe, Northwest Minenalberta. Hey, Billy. Ich hatte viel Spaß. Komm vorbei, wenn du mal in Kalgari bist. Ist einfach eigentlich cool, dass du die ganze Zeit diese Story hast mit diesem Feuerwehrmann und mit diesem Psychomörder, der so ein bisschen auf Saw macht. So ein krankes Spiel mit der Truppe macht. Und dann wird das alles aufgedeckt. Und dann kommt eigentlich das richtige Böse. Und jetzt dreht halt der Plot nochmal in eine komplett andere Richtung. Ja, nicht Feuerwehrmann, aber der Mann mit dem Feuer. Ich meine, man hat ja im Laufe des Spiels schon so ein bisschen natürlich Momente gehabt, wo es so ein bisschen aussieht wie, da ist irgendwas Krasses. Wie zum Beispiel als Jazz durch die Scheibe gezogen wurde. Das war ja nichts Menschliches. Oder die ganze Zeit diese komische Geralt-Gamersense-Sicht. Dass ja kein Mensch dich so sieht. Sondern da irgendwas Bestienhaftes ist, ne? Geralt-POV, genau. Ja, Geralt ist aber auch schon eine Bestie eigentlich, ne? Die sind nicht wirklich ط, der ist dessa. Das ist eine beschissene Version. Und sie kommt jetzt direkt hier? Ja. Stark. Da war der Deckel. Äh, rechts. Der steht links. Sie ist jetzt doch nach links gelaufen. Komm schon. Ich habe das Schild zu spät gesehen. Da habe ich schon nach rechts gedrückt. Okay, das ist ultra stark. Feuer ist die Schwäche. Der Feuerwehrmann hat auch die ganze Zeit mit Feuer die angegriffen. Lauf doch! Sie stellt sich jetzt hin und wartet. Wir gehen weiter. Oh, Kreistaste war gerade richtig unfair. Der Fokus war auf diesem komischen Zerhächsler. Aber die Kreistaste war so ganz rechts außen am Bildschirm. Der wurde gebissen. Oh, die ist ja crazy drauf. Die ist ja komplett crazy. Sie ist einfach Jill Valentine. Da war gerade kurz irgendwie X aufge... Ist kurz irgendwie X aufgeploppt. Das ist ja auch größeres Inventar. Sie wurde gebissen. Sie wurde hin und her geworfen. Springt überall. Fliegt über dieses Ding. Landet aus voll der tiefen Höhe. Und hält sich nur so kurz an der Schulter. Aber sonst ist alles in Ordnung. Mehr Jazz sollte noch leben. Wir haben keine Todessequenz gehabt. Wir haben halt hier. Wo ist das? Da. Sie liegt irgendwo gerade unten. Irgendwo liegt sie gerade unten. In einem Lauf. Ich bin getrennt. Ein Monster, ein Monster. Warte, was? True, wo chillt eigentlich Matt? Der war auf dem Turm. Äh, war der ein Monster? Erstmal besorgt. Bist du okay? Alles gut, mir tut nichts weh. Ich muss mich nur beruhigen. Das Ding war so verdammt schnell. Was? Ich musste ganz schnell weg. Und weg, wovon? Da war dieses Ding, was immer es war. M, M, beruhigt dich. Josh hat uns verarscht, aber... Ihr hört mir gar nicht zu. Äh, genau, wo ist Matt? Da ist die Frage. Wo ist Matt? Ist er okay? Ich verliere kein Wort über das fiese Scheiß-Arschloch. Das fiese Scheiß-Arschloch. Er hat mich einfach im Stich gelassen. Und ich hing an diesem verdammten Turm. So gut wie tot. Welcher Turm? Und ich stürze in diesen gruseligen, schrecklichen Minenschacht. Und er war weg. Oh, 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 welcher Minenschacht? Ich bin rumgelaufen in den Minen und es war dunkel und da war dieser Kram und da lag Beth's Kopf. Was? Beth's Kopf, er lag da. Oh mein Gott. Oh, das ist dein Ernst? Ja, mein voller Ernst. Ich glaube, sie sind da reingestürzt. Verfluchte Scheiße. Schlimmer ist noch, ich glaube, Hannah war nicht tot. Also, von dem Sturz, nicht sofort. Was meinst du damit? Ich weiß nicht. Ich fürchte, sie war da unten und sie ist ganz langsam verhungert. Und wir haben hier oben alle nach ihr gesucht. Wer sollte das ahnen? Scheiße, das ist furchtbar. Hör zu, im Turm, da war ein Funkgerät und ich habe jemanden erreicht, aber genau da ist der Turm eingestürzt. Oh Gott, Mike! Was ist mit Matt? Das fragen wir es auch. Und dann war da dieses Monster, das sie gejagt hat. Sie ist komplett durch, Leute. Emily, hey, Em. Whoa. Wer kann das denn sein? Josh. Jess? Nicht Jess. Sorry, Mann, aber wer ist es dann? Was weiß denn ich? Wir sollten nachsehen. Matt? Ich bin dabei. Gut. Was soll es sonst sein? Das ist der Feuerwehrmann. Feuerwehrmann Sam. Das ist Victor. Ähm. Ich sichere die Tür. Fordern. Ja, gib mir die Pistole. Hey, äh, gib mir die Pistole. Du überwältigst doch jeden nur mit deinem Aussehen und Muskeln und so. Genau. Also, ich brauch die Pistole. Oh. Hm. Wenn du das so sagst. Hier. Schieß dir nicht in den Fuß. Er sagt einfach, ja, okay. Ich bleibe gleich tot. Ah, shit! Chris, schieß auf ihn! Nein. Sie können nicht, äh, ja, sie können. Okay. Jetzt beruhigt sich jeder wieder. Jetzt geht brav darüber. Na los, los. Lasst mich sagen, was ich sagen wollte. Ich will euch sagen, womit ihr es hier auf dem Berg zu tun habt. Ihr hättet nicht zurückkommen sollen. Keine Ahnung, wieso ihr hier seid nach dem letzten Jahr. Meint ihr wegen Hannah und Ben? Ja, vielleicht waren sie drin verwickelt. Oder verantwortlich. Jetzt mal ganz langsam. Ich mag es gar nicht, dass ihr Kids immer hier rauf auf meinen Berg kommt. Ihr Berg. Ich glaube, die Washingtons wären überrascht, das zu hören. Das ist der Berg-Victor. Nein, gehören tut mir der Berg nicht, das stimmt. Aber er gehört auch nicht den Washingtons. Dieser Berg gehört nur dem Wendigo. Auf wem? Wovon fadelt er da? Was ist denn ein Wendigo? Hören wir ihn an. Haben wir deine Wahl? Ich lach das nur das eine Mal. Und mir ist es egal, ob ihr mir glaubt oder nicht. Ich habe meine Gründe, es endlich loszuwerden. Ne? Sag ich doch. Schuldgefühle. Er hat was verbrochen. Sch, klappe, Mike. Mike hat einfach deine Schnauze. Es gibt einen Fluch. Er liegt auf diesen Bergen. Verfällt ein Mann oder eine Frau dem Kannibalismus in diesen Wäldern, wird der Geist des Wendigers entfesselt werden. Oh, scheiße. Hanna hat Beth gegessen. Ihr müsst euch einen sicheren Ort suchen. Probieren wir es im Keller. Okay, geht da runter. Jetzt, ihr alle und wartet. Was? Wieso? Und wie lange? Bis zum Morgen. Leute, ich habe Josh allein gelassen, als er ihm geschrien hat. Wo hast ihn gelassen? Im Schuppen. Hm. Euer Freund ist garantiert schon tot. Nein. Nein. Unmöglich. Wir waren erst bei ihm. Auf diesem Berg kann schnell etwas passieren. Ich gehe ihn holen. Du kannst da nicht raus, Chris. Ich bin eigentlich sein bester Freund und ich habe ihn verraten. Nein. Er hat dich verraten. Er hat uns alle verraten. Ist mir egal. Ich werde ihn holen. Dann gehe ich mit dir. Ich brauche keine Hilfe. Allein zu gehen ist Selbstmord. Ist das auch die offizielle Lore von denen? Oder ist das nur so in Until Dawn so zusammen erfunden? Ist das auch so? Also natürlich gibt es die nicht in echt. Aber ich meine halt die Wesen, die kommen ja auch in mehreren Filmen, Serien und so weiter vor. Und ist das immer das gleiche Thema bei denen? Tatsache, ja. Ja, auch. Okay. Ich meine auch nicht, dass der Berg schuld ist, sondern ich meinte eher, dass das mit dem Thema Kannibalismus connected ist. Also dass es immer irgendwie um Kannibalismus geht und deshalb gibt es die Viecher oder so. Oh, deshalb die Typen, die 1922 aus dem Mien-Schacht gerettet wurden. Die waren bestimmt auch danach verflucht. Die haben sich auch irgendwie in den Minen gegenseitig gefressen. Weil wir hatten ja danach diese Akten gehabt von wegen, yo, da wurde ein Mensch aufgeschlitzt am Bauch. Der andere wurde irgendwie am Hals aufgeschlitzt oder so. Und die Arbeiter waren ja komischerweise, obwohl sie hätten ja eigentlich verhungert sein müssen, waren die immer noch irgendwie fit. Und die waren wahrscheinlich dann auch verflucht. Die haben sich auch gegenseitig gefressen. Es waren ja irgendwie 14 Arbeiter und nur 12 sind gerettet worden. Die haben wahrscheinlich die anderen zwei gefressen. Hä? Im Tutorial habe ich echt gut die Ziele getroffen, okay, mit Chris? Komm, los, zurück. Einmal gefickt. Wir müssen uns beeilen. Ich, äh, wir sehen uns dann. Romance! Also, Sie sind der Experte für die Dinger. Was, ähm, äh... Ich weiß nicht, wie lange die Männer verschüttet waren. Sei echt vorsichtig und tue, was ich tue. Also, wie oft muss ich mit dem Gewehr draufschießen, bis es tot ist? Ja, da könntest du echt lange schießen. Ja, was? Ich kann es damit gar nicht töten? Nein, das ist aber lange. Die sind jetzt aber auch für als Freunde unterwegs. Und wie tötet man es? Sie mögen kein Feuer. Ich mag kein Feuer. Sie fürchten es. Und es kann sie töten, wenn nötig. Ihre Haut ist wie... So wie ein harter Panzer. Es sei denn, man brennt sie zuerst weg. Er redet wie so ein Gothic-NPC. Ah, wie geht? Er hat eine Vision gehabt, wo... Chris auf Victor schießt. Wie sind diese Dinger so? Ich meine, sind sie total unberechenbar? Oder kann man einschätzen, was sie tun? Ja, ja. Sie folgen bestimmten Mustern. Wie jedes Tier. Oder Menschen. Das war der Wurz-Bruder. Folgen sie Zeitplänen? Tja, sie jagen nur beinahe... Oder er sah nur so aus, als würde man ihn anschießen. Eigentlich schießt man hinter ihm den Wendigo an. Habe ich nicht gefragt. Gibt es Profi-Wendigo-Tipps? Wenn ich mich mit Knoblauch einreibe, können sie mich nicht riechen oder sowas? Sie riechen dich trotzdem. Irgendetwas anderes? Sie können dich nicht sehen, wenn du ganz still stehst. Sie erkennen nur, wenn sich in ihrem Sichtfeld etwas bewegt. Das ist wichtig. Also wenn ich stillstehe, dann bin ich unsichtbar. Ja. Das ist wichtig. Ich würde aber nicht empfehlen, es zu probieren. Es sei denn, du hast keine andere Wahl. Wenn wir uns gleich irgendwie verteidigen oder fliehen müssen vor denen. Und dann irgendwie die Möglichkeit haben, wie weiter weglaufen oder stillstehen. Dann stillstehen vielleicht. Diese Dinger, Wendigos, sind oder waren Menschen. Steckt dann irgendwo noch ein Rest Menschlichkeit in ihnen? Ein paar Dinge sind noch da. Ich meine, sollte man sie dann töten, vielleicht kann man sie heilen oder... Sie verlieren ihre Menschenrechte, sobald sie einen anderen fressen. Keine Heilung, keine Absolution. Ich meine, wenn es noch Menschen sind... Ey, ich war nicht fertig mit dem Dialog. Oh nein. Wurde Josh gefresst? Kandammt, was soll das? Ich hoffe nicht. Er ist weg. Wir sind zu spät. Still. Wir müssen weg. Sofort. Und was ist mit Josh? Wir müssen ihn suchen. Also, der Wendigo macht dich zuerst bewegungsunfähig. Und dann schält er dir die Haut von deinem ganzen Körper. Stück für Stück. Aber er lässt dich leben und zusehen, wie er deine Organe frisst. Mach mich schon geil. Bis nach den Pandaren. Jetzt verlasst du gut. Ja. Lass uns abhauen. Vielleicht ist er noch hier. Bin gerade am Essen. Bin gerade so ein Hühnchenschenkel. Halt. Nicht fliegen. Und dann reißt sie gerade auch so Stück für Stück die Haut ab. Ansteße. Hat er nicht gesagt, wir sollten das nicht bewegen, nicht versuchen? Lauf! Los, los, los! Los, was ist das? Zurück! Zurück! Ich hab so Angst. Er hat den Kopf abgesäbelt. Oh, Scheiße. Ich hätte auf seinen Rucksack schießen müssen, glaub ich. Dann hätte es Bumm gemacht. Ja, richtig. Ja, richtig, Digga. Scheiße. Ich habe so Angst, Chad. Ich habe so Angst, dass mir jetzt jemand wegstirbt auf den letzten Metern. Das Ding ist, ich kann nicht den Cursor einfach in den Kreis ziehen und R2 drücken, sondern ich ziehe den Cursor in den Kreis und muss kurz warten, bis es quasi einlockt und dann auftaucht, R2 drücken. Dann darf ich R2 drücken. Bitte lass mich rein, schnell. Chris, oh mein Gott, was ist passiert? Wir müssen weg, das Ding war, los, 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 los. Nee, das Victor-Tot ist, das zählt nicht. Das zählt nicht zu den acht. Die acht sind nur die Teenies. Aber cool, wie wir jetzt hier so einen Typen bekommen, der so voll der Profi ist, im Töten von den Viechern. Oh mein Gott, Leute, Gott sei Dank. Und fünf Minuten später wird seinen Kopf abgehakt. Sieht gerade nicht so gut aus da oben. Leicht untertrieben. Chris, wo ist der Flammenwerfertyp? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Flammenwerfertyp. Ist der etwa tot? Oh nein. Was ist passiert? Das Ding hat, hat ihn zerfleisch. Direkt vor mir. Oh Gott. Wirklich, der Wendigo-Profi spiel direkt beim ersten Kontakt. Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, ich glaube, das ist keine gute Idee. Wir sollten hier bleiben, wirklich. Bis zum Morgen. Wenigstens sind wir hier sicher. Oh, ja. Hübsch eingepackt mit einem Schleifchen obendrauf, damit uns das Ding nur noch auspacken muss? Jemand wird uns retten. Morgen früh. Zuversicht klingt anders. Aber jemand wird kommen, stimmt's, Em? Ja, ich meine, oder? Ihr könnt warten. Ich bin weg. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh. Er muss ihn haben. Josh. Einer seiner miesen Tricks. Toll, toll. Wenn das Scheißding Josh erwischt hat, dann war's das wohl. Jo, guten Nachgang. Keine Ahnung, Mike. Es ist möglich. Was ist möglich? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Miete. Was? Ich habe ganz furchtbare Sachen gesehen. Das Ding wohnt, glaub ich, da unten und... Ha. Em. Was? Er hat jetzt gesagt, es wäre ja eigentlich smart, sich im Keller zu verbarrikadieren und auf den Tag zu warten, weil er gesagt hat, die jagen ja nur nachts. Aber ja, die wollen ja Matt und... Die wollen ja Matt retten. Und die wissen zwar noch nicht wahrscheinlich, dass Jess lebt, aber ja, die wollen ja natürlich irgendwie ihre Freunde retten. Ich hole mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Ähm, was ist das alles? Das ist die Tasche dieses Opas. Ist das eine Karte? Der Typ war für alles gebappnet. Nicht ganz. Was ist denn das? Oh mein Gott. Warte, was ist das? Ich war da unten. Es war furchtbar. Warum? Es gab einen Einsturz in den 50ern ungefähr und diese Bergleute wurden da eingeschlossen. Oh mein Gott. Da war ein Reporter und ich glaube, er hat herausgefunden, dass da ziemlich viel vertuscht worden war. Da lagen Pläne. Die wussten, es ist eine Todesfalle und haben trotzdem Männer reingeschickt. Und wer weiß, was es bedeutet, aber da war so ein Stuhl mit getrocknetem Blut überall. Als hätte man jemanden gefoltert. Michael, können wir uns vielleicht darauf konzentrieren, wie zur Hölle wir hier rauskommen? Ich sag ja nur, es ist schräg, was hier oben so alles passiert ist. Was schräg ist, ist dieser Tunnel. Er führt von der Lodge bis zum Sanatorium hier. So bin ich hergekommen. Das habe ich gesehen, als ich da war. Dort lebt das Ding. Ähm. Ähm, was ist das? Was ist das? Ash. Ähm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da ist gar nichts. Es hat mich gebissen. Gebissen? Was hat dich gebissen? Der, ähm, der Wendigo. Was? Es ist gar nichts. Ehrlich, es spielt keine Rolle. Geht's dir gut? Shit. Es tut gar nicht mehr weh. Nee, ehrlich. Es ist nicht so schlimm. Ähm, wenn der dich gebissen hat. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Und es ist nichts. Wirklich? Ja. Emily, wir sollten uns das anschauen. Emily, wenn der Wendigo dich gebissen hat, dann wirst du vielleicht zu einem von diesen Dingern. Ist doch lächerlich. Wieso geht jetzt einfach so aus? Das hat er gesagt. Was? So passiert das? Ja. Es passiert nach einem Biss. Dann bist du auch einer davon. Und dann gehst du auf uns los. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du kannst nicht bei uns bleiben. Was? Mike. Du musst gehen. Soll das entschärfen? Der hat das so erklärt. Man muss auf diesem Berg Menschen fressen. Damit man sich da verwandelt. Und die sind jetzt so, ja, wenn gebissen wir es, dann bist jetzt auch einer. Hä? Du bringst uns alle in Gefahr. So ein Schwachsinn. Emily, du kannst nicht bleiben. Mike, reg dich ab, okay? Wir wissen nicht, ob das so abläuft. Vielleicht ist es nur ein Biss. Ich habe gesehen, was diese Bestien anrichten. Und ich will das nie wiedersehen. Was soll das? Leute, was macht ihr? Hier ist die Tür. Boah, er droppt einfach. Hier ist die Tür. Cold, Alter. Mike, Cold Moment. Hier ist die Tür. Hahaha, Junge. Oh nein, du willst dich nur besser dabei fühlen, dass du mich in den Tod schickst. Du weißt, dass dein Windigo nur darauf wartet, mich zu zerfetzen, so wie bei... Okay, oh mein Gott, geh einfach raus. Los, verschwinde hier. Fucking Ashley. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Mike, ganz ruhig. Du willst mich erschießen? Mike? Mich? Das ist der Schutzraum M. So. Er ist nicht sicher, solange du hier bist. Genau. Nicht für uns. Sonst heißt er nicht mehr Schutzraum, sondern Raum. Es tut mir so leid. Ich schieße hier niemanden ab. Ich schieße Chris ab. Fuck, ich kann das nicht. Oh mein Gott. Du tust das Richtige. Hoffen wir es. Vielleicht. Vorerst. Shit. Fuck, fuck. Shit, fuck, fuck, schon wieder. Beobachtet sie. Das ist eine Signature-Line. Und wenn ihr irgendein Anzeichen seht, dann müsst ihr es tun. Ja. Ja. Keiner geht raus. Okay? So, die wissen gar nicht, was das überhaupt bedeutet, wenn man in Wendigung gebissen wird. Und auf einmal drehen alle durch. Als wäre das so Zombies oder Vampire. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Aber hätte ich den, hätte ich den Biss verhindern können? Ich dachte, dass er uns helfen würde. Der Flammenwerfer-Typ? Jetzt haben wir keine Chance. Hab ja eigentlich, alle kriegt dann Events. Wir müssen stark sein. Wir müssen es allein schaffen. Richtig gemacht. Ich hab ja nicht verkackt. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Vielleicht hab ich mich irgendwo falsch entschieden, weil ich gesagt habe, nicht nach rechts gehen, sondern nach, also wo ich entscheiden konnte, zum Fahrstuhl oder nach rechts. Und ich hab mich gegen den Fahrstuhl entschieden. Der Kerl ist ja richtig besessen. Hey, lass mich lesen. Nur wenige Menschen haben es gewagt, Vendigos zu jagen. Ich bin der Einzige, dem es je gelungen ist, sie im Zaum zu halten. Halte dich an diese Worte oder du wirst mit dem Tod bestraft. Und das wird nicht der letzte Tod sein. Der Vendigo muss unter Kontrolle gebracht werden. Der Vendigo entsteht durch Kannibalismus. Wenn ein Mensch verzweifelt Nahrung braucht, gefangen auf dem Berg in heftigen Winterstürmen. Wenn er mehrere Tage nichts gegessen hat, dann beginnt der Vendigo-Geist, Besitz von ihm zu ergreifen. Sogar der stärkste Mensch ist nicht davor gefeit. Also die sind schon vorher, werden die schon quasi dadurch verflucht. Also der Fluch bringt die dazu, Menschen zu fressen. Er wird erbarmungslos morden und oft sogar seine Gefährten, die mit ihm gereist sind. Er wird das Fleisch roh von den Leichen abnagen. Ich wurde vor vielen Jahren selbst Zeuge davon. Von einer Gier nach Fleisch, die nicht gesättigt werden kann. Und dann beginnt die Verwandlung. Zuerst verändern sich die Augen und werden milchig und weiß. Dann verlängern sich die Zähne wie Reißzähne. Die Kreatur wächst und die Haut spannt sich über den Knochen. In diesen Bergen lebte einst ein Stamm, die Kree. Ihre Schamanen erzählen Geschichten von einer großen Kreatur. Das ist eine lange Geschichte. Großen Kreatur, geboren im Eis. Der Stamm respektierte den Berg und alle darauf lebenden Tiere. Der Berg wurde von den Kree heilig. Damit wurde auch jedes Tier heilig. Die Kree glaubten, es würde Unglück bringen, einem Tier auf dem Berg etwas zu tun und suchten ihre Jagdgründe woanders. 1893 kamen die Bergleute. Sie fanden Zinn und später auch Spuren von Radium. Sie gruben tief in den heiligen Berg. Die Kree sagen, dass der Berg aufschrie und der Geist so freigesetzt wurde. Die Augen des Wendigo verändern sich. Sie werden sowohl schärfer als auch dunkler. Der Wendigo sieht Bewegung. Er sieht ein Jäger. Hier steht, die Wendigos sind mutiert aus Menschen. Bei der Jagd auf uns können sie ihre Beute perfekt nachahmen. Er ist ein Jäger wie ein Falke, doch etwas Bewegungsloses kann er nicht sehen. Wenn man vollkommen starb war hart, kann der Wendigo einen nicht erkennen. Haut und Fleisch des Wendigos sind hart wie ein Panzer. Er scheint keinen Schmerz zu spüren. Schnitte oder Stiche sind wirkungslos. Kugeln können seine Haut nicht durchbohren, aber ein Gewehr kann ihn auf Abstand halten. Da der Wendigo eine Mutation des Menschen ist, weiß er, wie er uns jagen kann. Er kann seine Beute perfekt nachahmen. Bleibt immer auf der Hut und diszipliniert. Ich habe sechs Wendigos erledigt. Messer oder Kugeln können ihm nichts anhaben. Nimm einen Flammenwerfer. Das ist die beste Waffe. Feuer umhüllt ihn, verbrennt die Haut und macht ihn schwach. Aber versuche nicht, ihn zu töten. Ein Wendigo umzubringen sollte der letzte Ausweg sein. Durch den Tod entweicht der Wendigo-Geist in die Luft. Ich habe sie eingesperrt. Ich habe sie mit Fallen gefangen und mit Feuer in Käfige getrieben. Als Köder für die Fallen habe ich menschliche Glieder benutzt, von jenen, die keine Verwendung mehr dafür hatten. Ein nach dem anderen fing ich die Plage ein, die den Berg gefallen hatte. Jo, was ist denn mit ihm los? Möglicherweise kann man sich davor schützen. Schamanen erzählen von Ritualen. Ich habe einen einheimischen Artefakt auf dem Berg gefunden und sie nachgemacht. Totems, Bündel von Heilkräutern und Federn. Ich habe sie nachgebildet und ausprobiert. Draußen auf dem Berg funktionieren sie. Sie halten die Wendigos im Zaum. Nicht völlig, aber ausreichend. Doch innerhalb von Gebäuden funktionieren sie nicht. Wow, was ist das denn für eine Regel? Laut den Legenden der Kree entstehen Wendigos durch den Biss eines anderen Wendigos. Doch der Biss ist harmlos. Ich wurde gebissen, aber ich habe mich nicht verwandelt. Sie entstehen nur, wenn Menschen das Fleisch eines anderes essen. Ah. Okay, solange jetzt Emi nichts nichts Menschliches ist, ist alles in Ordnung. Also eigentlich easy. Oh. Oh nein, 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 nein. Aber kann sein, dass sie jetzt auch so diese Triebe hat, dass sie Menschen Fleisch essen will oder so. Beruhigen, das wird schon verheimlichen. Da steht nur wirrer Kram. Chat, ich würde sagen, wir machen eine kurze, schnelle Pause, weil ich muss Katzen eigentlich füttern. Und ich muss auch dringend auf Toilette. Bei diesem wunderschönen Bild hören wir hier kurz auf. Okay? Geht auch schnell pinkeln, wollt ihr euch noch irgendwas zu snacken oder zu trinken und dann machen wir gleich weiter. Oh, Shiva ist da. Perfekt. Oh, Shiva ist da. 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 Vielen Dank. 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 Oh, da war ja gar kein Stuhl. Ich habe den Stuhl gesucht. So, ich habe mir einen Tee gemacht und jetzt noch dicke Socken geholt. Ich bin bereit fürs Finale. Ich habe einen Tee geholt. Jetzt können wir ins Finale rein. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Okay. Okay. Josh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was willst du mir sagen? Ja, Josh hoffe ich, dass er auch noch... Also er wird schon leben. Nee, ich kenne das Meme nicht. Ich kenne das Meme nicht. Imagine Tom Stein, Leon. Okay, sorry. Weißt du, normalerweise komme ich immer hier mit irgendwelchen Memes, die ihr nicht kenne. Jetzt kenne ich mal einen nicht sofort. Oh, er lebt unterm Stein. Ja, ich glaube, er spricht in fremden Sprachen. Er hat, glaube ich, mich verzaubert oder so. Verheimlichen oder beruhigen? Da steht nur wieder Kram. Nee, ich glaube, wenn ich verheimliche und das kommt dann raus, dann wird erst recht Panik gemacht. Wir beruhigen die lieber. Boah, aber wie gut das aussieht vom Lightning, ne? Wie gut die Belichtung gerade auf dieses Gesicht fällt. Das ist halt echt insane gut, oder? Das sieht so gut aus. Wie diese Wange auch noch, dieses Blut reflektiert, da noch so ein kleiner Lichtschein im Auge ist. Auf den Szenen auch noch so ein kleiner Ding. Das sieht echt so gut aus, ne? Ja, ich beruhige die, weil wenn ich verheimliche und das kommt dann raus, dann bricht erst recht Panik aus. Hier steht, dass... Der Biss... Wenn du dich weißt, bist du nicht infiziert. Es passiert überhaupt nichts. Lass mich das sehen. Sorry, was hast du gesagt? Ähm... Hier steht, du bist okay. Da steht was? Es wird nichts passieren. Nichts? Mike hat mich fast erschossen, nennt ihr das nicht? Und die Schlampe hat ihn ermutigt. Ey, das ist nicht fair. Sie hatte Angst. Ich bin es, die Angst hat. Tut mir leid. Tut mir leid, Emily. Oh mein Gott, oh mein Gott. Tut mir leid, tut mir leid. Bitte, versuch doch zu verstehen. Versteh du lieber, was dir meine Hand sagt. Boah, 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 boah. Tut mir leid. Tut mir so, tut mir so leid. Sprich mit M. Shit, shit, shit. Boah, boah. Wir müssen zum Mike. Sprich mit meiner Hand. Einfach zerstört. Die Shell hat aber auch gesessen. Die hat komplett durchgezogen. Du hättest auf mich hören sollen. Aufgrund deiner Entscheidung sind Menschen gestorben. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, aktiv Dinge zu veranlassen, alle leben. Was redet er da? Durch die eine Person stirbt. Oder passiv zuzulassen, dass eine Tragödie abläuft. Und dabei rührt man nicht einen gottverdammten Finger, um jemandem zu helfen. Ja, das Weg zur Tod, das liegt ja nicht an denen. Weißt du noch, letztes Jahr, hä? Du hast deine Schwestern sterben lassen. Du hast nichts unternommen. Betäubt von deiner eigenen, selbstsüchtigen Furcht. Während die echte Gefahr immer näher kam. Es geht nur um dich, Josh. Immer geht alles um dich. Dein Spiel, das ging fürchterlich schief. Und deine Freunde wie deine Schwestern haben dich verlassen. Du bist allein. Aber gibt es einen Therapeuten wirklich, oder ist das nur in seinem Kopf? Kannst du fühlen, wie kalt deine Einsamkeit geworden ist? Hä? Hä? Ich glaube, es ist einfach nur in seinem Kopf, ne? Warum hast du sie verletzt? Chris war dein bester Freund. Hä? Und doch hast du ihn so sehr gehasst. Sie haben mich verletzt. Ich habe keinen Verletzt. Sie haben mich verletzt. So. Ich stelle doch keine Fragen, auf die du keine Antwort willst. Hä? Ich bin Streamer. Ich muss doch meine Gedanken mit euch teilen. Und wenn ich gerade eine Frage habe, die ich mir zum Plot stelle, dann äußere ich sie doch. Ich will doch mit euch reden und teilhaben an meinen Gedanken. Das ist doch der Sinn. Sie müssen sich ändern. Es war nur ein Spiel. Ja, die Antwortmöglichkeiten sind so doof. Also ich finde, die anderen sind auch schuld. Die haben auch Scheiße gebaut. Aber er halt auch. Es war nur ein Spiel. Es war schon ein sehr perfides Spiel, muss man gestehen. Aber I guess es war nur ein Spiel. Ich meine, die haben vor einem Jahr auch nur gesagt, das ist nur Spaß, das ist nur ein Spiel. Und dabei ist jemand draufgegangen. Und jetzt hat er halt ein Jahr später genau dasselbe gemacht. Mit denen er ein Spiel gespielt, was ein bisschen krasser war. Und da ist wieder jemand draufgegangen. Also die denken jedenfalls, jemand ist draufgegangen. Danger Zone. Hammer. Zwei Stunden noch. James Sunderland ist wieder unterwegs. Willkommen in Silent Hill. Until Dawn 2 wurde glaube ich jetzt, ich weiß nicht, ob es geleakt oder beschädigt wurde. Aber jetzt im Laufe des Releases davon ist irgendwie was durchgesickert. Das momentan Until Dawn 2 in der Mache ist. Ich frage mich sowieso, wieso das so lange auf sich gewartet hat. Weil die machen ja fast jährlich, nicht fast, sondern sie machen jährlich Spiele in diesem Stil hier. Und haben immer noch kein Until Dawn gemacht. Also kein zweiter Teil, obwohl das ja eigentlich deren beliebtestes Spiel ist. Ja klar werde ich streamen. Ich habe jetzt, dadurch dass ich jetzt das hier streame, habe ich wirklich jetzt endgültig alle Spiele gestreamt von denen. Das war das einzige, was mir noch gefehlt hatte. Äh, es war Until Dawn Shooter habe ich gespielt, ja. Ist ein VR-Game. Also ja, VR auf der Playstation 5. Ich weiß nicht, ob es auf PC gibt, bestimmt auch. War aber echt nicht so geil. Das war leider echt lame. Die Wundermänner, jetzt kennen wir schon. Die Wundermänner. Du sitzt quasi einfach nur in so einer Minenlore und fährst dann so durch Level, die dann so, äh, ja. Die Gebiete referenzieren und dann springen da irgendwelche Zombies auf. Und du schießt da drauf. Also nicht großartig irgendwelche Story oder sowas, sondern... Lame. Hat mich irgendwie 50 Euro ausgekostet. Heilige Scheiße. Wo sind die Wölfe hin? Ja, ihr Meister ist tot. Die sind jetzt alle weg. Ohne ihr Alphatier sind die jetzt zerstreut. Ich bin stecken geblieben. Äh, wir spielen heute das Spiel durch, ja. Äh, wenn man den... Da steht ja die ganze Zeit der Countdown quasi. Until Dawn Countdown. Und wenn ich sie richtig liege, dann müsste das jetzt das vorletzte Capital sein. Dann sind wir gleich durch. Ne, das zweite Mal, den zweiten Run machen wir nicht mehr heute. Der zweite Run wird aber auf jeden Fall auch lustig. Alles komplett falsch machen. Ich will sehen, wie die sich alle wehtun, alle stolpern, alle hinfallen. Und alle zerfleischt werden. Großer Gott. Charles Miller. Adam White. Jagd dich mit dem BMW. Charles Miller. Keiner weiß, was mir das jetzt sagen soll. Achso, die sind alle am 24.02. gestorben. Da sind die aus dem... aus der Mine. Gestorben oder... Ja, doch, das ist wahrscheinlich der Tag, wo die alle zur Wendigus wurden und die alle abgeschlachtet haben. Also legst du Controller einfach hin und schaust zu denen. Ich muss ja Entscheidungen treffen. Man hat ja bei den Entscheidungen auch viel, was man falsch machen kann. Dass die sich alle hassen. Das wird auch super. Wir haben jetzt durch die Augen meines Wendigus gesehen, dass der irgendwie... einen Hirsch jagt. Oder es war Geralt von Riva, ja. Der gerade... Essen jagt. Der Harry Potter Patronus, also. Oh, man kann ihn nochmal aufheben. Ich frage mich dann generell, ob die in Until Dawn... Ich weiß nicht, wo es hier weitergeht. Ob die in Until Dawn dann einfach... Weil mit dem Namen kannst du theoretisch ja alles machen. Until Dawn. Kannst ja wieder ein Spiel machen, wo wieder eine Gruppe von Leuten bis zum Morgen grauen irgendeine Scheiße erlebt. Es muss ja nicht wieder um Wendigus gehen. Es muss ja nicht um dieselben Charaktere gehen. War das in Ordnung, Jakob? Hey, es geht hier nicht weiter hier draußen? Ja, die kommen nächstes Jahr nochmal zurück. Ja, die Query, meinst du? Die Query hätten die auch schon theoretisch einfach Until Dawn nennen können. Until Dawn 2. Hä? War ja ein ähnliches Konzept. Man kann da wirklich nicht drüber. Der Query war weg. Ja, es war halt das, was die leider die anderen Teile von denen die letzten Jahre auch so das gleiche Problem hatten. Es ist zwar alles funny und lustig und so, aber viel zu wenig Entscheidungsmöglichkeiten. Viel zu wenig Quick-Time-Events. Deshalb, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die einfach nur zu viele Spiele machen und dementsprechend dann keine Zeit haben, eins vernünftig zu machen. Und deshalb sind die alle so schwach. Okay, irgendein Gesicht wird platt gedrückt. Oder ob sie es einfach verlernt haben. Jet, ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht. Irgendwie bin ich lost. Kann ich hierher? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, ich kam von hier, oder? Boah, Biako. Ja, ja, ich gehe zurück, ne? Scheiße. Boah, kann man die Kamera nicht nur die Weite rauszoomen? Muss die so nah sein? Okay. Oh mein Gott, er steckt wieder in der Tür fest. Da ging es raus in den Garten, wo es einfach nicht mehr weiter geht. Hier ist ein Schloss. Er hat leider die Pistole liegen gelassen, sonst hätte er es aufschießen können. Oh, da hoch. Es leuchtet auch dahin, wow. Die Frage ist, wer baut an so einem Ort so ein Gebäude? Ja, das war ja so ein Kurort, so ein Sanatorium. Und die sind ja meistens immer eher in so entfernteren Orten, irgendwo wo es ruhiger ist. Sei es in irgendwelchen Wäldern, Bergen. Irgendwo ein bisschen weiter weg. Jedenfalls in Horrorfilmen und Spielen. Ja, und bei den neueren Teilen, vor allem jetzt bei The Query und bei Frankenstein, ist das auch so ein Problem. Die Spiele brauchen so ewig, bis sie anfangen. Also richtig interessant und actionhaft zu sein. Und dann kommen sie zu diesem Zeitpunkt und dann sind sie einfach schon zu Ende. Okay. Fehlen nur noch Missgabel und Pöbel. Okay. Okay. Hm. Muss reichen. So, und damit kann ich jetzt das Schloss. Das war auf der anderen Seite, ne? diese Seite läuft hier. Okay. 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 So, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hier. Der Knochen. Ganz brav. Der hat ihn gezähmt. Der hat ihn noch ins Gesicht getreten. Der Wolf weiß jetzt, wer der Chef hier ist. Ich kille hier keine Wölfe. Ich tritt die nur ins Gesicht. Damit wir die ihren Platz wissen. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Verfluchter Dreck. Okay, versuchen wir es. Super. Ja, Silent Hill 2 Remake fahren wir nächste Woche Freitag an. Also jetzt den kommenden Freitag. Wer hat noch eine Vision irgendwo, wo wir mit ihm einen Spind verschieben, ne? Das kann man auch noch nicht. Hier irgendwie, ne? Den Durchgang zumachen, damit keiner kommt. Die Patienten wurden vor fünf Tagen in die medizinische Einrichtung von Blackwood eingewiesen. In diesem Zeitraum führten wir eine Reihe von psychologischen und psychologischen Tests durch. Die Ergebnisse waren äußerst außergewöhnlich. Sie widersprachen den allgemeinen medizinischen Erwartungen. Beobachtete Symptome. Blässe, Hautverfärbung, schwere Vitamin D-Mangel. Störung des Sozialverhaltens, überdurchschnittlich lange Wiedereingewöhnung nach traumatischen Ereignissen. Unstetes zwischenmenschliches Verhalten, Gewalt gegen Pflegepersonal, drei versuchte Tätlichkeiten, einversuchter Kratzangriff. Erwarte aber nicht beobachtete Symptome. Mangelernährung, Skorbut. Durchschnitt BMI nur unterhalb ca. 3% der normalerweise erwarteten Werte. Sie müssen tot sein. Erfrierung, Reaktion der Patienten auf Reize innerhalb akzeptablen Bereichs. Auf der Rückseite. Gebrechlichkeitsschwächen, Aufbelehrung von Schienbein, Wadenbein und Oberarmknochen. Durchschnittlich 2,5 cm. Ungewöhnlicher Kräftezuwachs beobachtet. Ein Patient hob knapp 330 Kilo Gewicht. Empfohlenes Vorgehen unter strikter Beobachtung halten. Fixierung und dringend am vollen Pflegepersonal von 1 auf 3 Personen aufstocken. Beobachtung rund um die Uhr. Ne, ich hab vor kurzem nur den zweiten gestreamt. Der erste hat auch nichts mit dem zweiten zu tun, story-wise. Ich hatte den zweiten hier im Stream gestreamt, wegen... Das war ich nicht, Chad. Wegen Referenz zum Remake. Das war ich nicht. Das hab ich nicht gemacht. Ich hab nur getreten. So eine Scheiße. Das passiert nicht nach nem Trip. Das ist wirklich ekelhaft. Wobei... Das war doch Mike, oder? Der einen Hirsch töten wollte und dann aus Versehen den Kopf abgerissen hatte. Das sind ja die reinsten Panzertüren. Wie irre waren diese Insassen. Oh mein Gott, geh doch da rein. Let us out. We are starting. Was hat denn hier los? Lass uns raus. Das ist Wahnsinn. Was ist mit seiner Stimme auf einmal los? Was ist denn hier los? Lasst uns raus. Wir verhungern, wir frieren. Ich werde mich rächen. Hört auf uns zu testen. Was ist denn hier los? Das ist ja Wahnsinnig. Auf einmal ein anderer Mensch geworden. Okay, irgendwo gab's nen Jumpscare. Ich hab nen Jumpscare verpasst. Verdammt. Jetzt hab ich ja zwei lange Wege. Wo kommt jetzt ne Katze? Was zur Hölle? Ja, da kommt die Katzin. Also denke ich mal, ist da hinten eher ein Totem. Was zur Hölle? Neunter, erster Tag, vier. Epidermale Depigmentierung zu erwarten nach Aufenthalt unter Tage. Starke Krümmung des Thorax-Bereichs. Posttraumatische Kyphose? Hornhaut, Dystrophie und Linsentrübung. Ja, Digga, wir haben das schon mitbekommen. Victor hat uns eigentlich komplett erzählt, wie die sich verwandeln. Scheiße, zieh sich das doch nun mal einer rein. Das ist ja echt unglaublich. Scheiße, das ist ja unglaublich. Zieh sich das doch mal einer rein. Ja, die Synchro ist so super. Heilige Scheiße. Wer ist dieser Kerl? Sorry, Alter. Wie er weggezogen hat. An den Finder dieser Nachricht. Sie sterben draußen, ich höre sie kreischen und weinen. Diese Hölle ist mein einziges Vermächtnis. Gottes Strafe für meine Fehler. Ich kann mein Schicksal nicht entrinnen. Der Tod wartet bereits auf mich. Jefferson Bragg. Bragg hat mir schon irgendwo gelesen. Ich glaube, das Krankenhaus gehört ihm. Nee, Victor wurde geköpft. Den gibt es nicht mehr. Der wurde gegessen. Aber jetzt bin ich da wieder in der Sackgasse. Ja, ist kein da. Kein da. Ich sag's, wie es ist. Es ist ein bisschen überflüssig, dieser Abschnitt des Spiels. Weil er jetzt irgendwie die Lore auf diese Wendigus zeigt, wie die sich entwickelt haben. Aber dabei wurde uns schon alles halt enthüllt. Wir haben schon vorher von Victor und von dem Tagebuch alles herausgefunden, wie das funktioniert. Und jetzt kriegen wir das gleiche nochmal, nur in Arztssprache. Das ist ein bisschen, äh, unnötig. Das mit seinem Kopf, Alter. Bluh, 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 bluh. Was für ein kranker Scheißfilm ist das denn hier? Jetzt wiederholt sich. Für die Lore. Ja, ich glaube, es wäre besser gewesen, hätte man das hier zuerst gehabt. Und dann hätte man Victor getroffen. Also, dass du hier nur so Lore-Pieces bekommst, dass das irgendwie darauf hinweist, dass irgendwie die sich in irgendwas Gruseliges verwandelt haben. Aber es wird halt nicht richtig benannt und nicht richtig erklärt. Und dann bist du die ganze Zeit nur am Rätseln. Hä, was ist hier passiert? Wieso verwandeln die sich? Und dann kommt die Szene mit Victor. Und Victor droppt alles und sagt so, yo, da sind die Wendigos. Aber andersrum ist es gerade irgendwie ein bisschen weird. Ich laufe halt wieder zurück, ne? Ich habe halt keine Ahnung, wo es weitergeht. Es muss ja, I guess, hier weitergehen irgendwo. Oh, hier habe ich es übersehen. Ich höre Schritte hinter mir. Von da kommst du doch. Ist das so? Ach, verdammt, ich komme von hier. Dicki, aber kannst du mal irgendwie sprinten oder so? Chris würde dir sagen, du willst hier die Schritte ein. Chris ist so ein mieser Gaslighter, ne? Jo, gute Nacht, Juna. Okay, dann muss das ja eigentlich richtig sein, oder? Weil ich dachte vorher, ich komme von hier eigentlich. Aber ich komme nicht von hier. Halt wirklich, Chris ist wirklich der Schlimmste. Ashley ist aber auch echt schlimm. Aber da haben sich zwei gefunden, ne? Okay, ich habe Angst. Hätte ich nicht machen sollen, oder? Ah, wir sind weg, wir sind weg. Wie ist das scheiß, wie? Okay, Fokus, Fokus. Scheiße, fuck, fuck. Scheiße, fuck, fuck, fuck. Äh, geradeaus? Was, was wir abbiegen. Das ist so eine Sackgasse. Scheiße, shit. Scheiße, fuck, shit, shit. Ja, der Schuss war ein bisschen unnötig. Die werden die Gussis, soll ich mir schnappen? Fuck, fuck, fuck. Fuck, 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 scheiße, fuck. Fuck, scheiße, fuck. Fuck. Oh nein, oh nein, fuck, 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 das kann echt nicht sein. Scheiße. Ach, der ist eine Sackgasse, ich muss wieder zurück. Ich hätte links abbiegen müssen. Scheiße. Oh, fuck, 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 fuck. Wie schnell die aber auch sind, ne? Ey, wenn ich jetzt dadurch sterbe, weil ich den falschen Weg genommen habe. Oh, ich bin so richtig, recht richtig. Das war so knapp. Das war so knapp. Gott, verdammt! Das ist der Schrank. Das ist ein anderer Schrank. Los, los! Er hat sich an die Machete erinnert. Er hat erinnert, dass er noch die Machete hat. Was war denn da? Shiva ist gerade ganz schlecht. Ich halte immer die Luft dabei an. Verflucht. Nicht. Das Ding ist, ich bewege mich nicht. Sondern während diesen Nicht-Bewegen-Proben vibriert das Gamepad. Und das ist, glaube ich, die Vibration, die das so aussehen lässt, als würde das Gamepad bewegen. Das ganze Gamepad vibriert super stark, so in Herzschläge mäßig, so Herzfrequenz mäßig. Aber so richtig stark auch noch. Scheiße, mein Gesicht juckt, aber ich habe Angst, das Gamepad loszulassen. Mein Gesicht juckt. Verdammt! Was? Verdammt, was? Fuck, shit! Fuck, verdammt, was? Oh, shit! Fuck, fuck! Ja, den jetzt anschießen ist echt unnötig. Aber wir haben eh unendlich Muni, ne? Oh, ich habe gekratzt. Einer nach dem anderen. An mir ist genug für alle dran! Was soll ich können? Jungen kratzen. Perfekt. Fuck. Warum machst du das dann? Ja, weil es Spaß macht. Die Hand zu schießen, das ist so nice, wenn die dann wegfliegen. Junge, ist der blind? Ist der verdammte... Verdammt, blind? Okay, den habe ich nicht getroffen. Zum Glück war der angekettet. Ich habe ihn nicht getroffen. Fuck, shit! Das war knapp. Oh, shit! Wieso juckt mir denn die ganze jetzt das Gesicht? Oh, das ist nicht gut. Wie crazy schnell der ist. Mike, tot! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Ach, das ist der Geist! Er hat ja gesagt, wenn man die tötet, dann lässt man die Geister frei von denen. Tien, danke schön für den Raid! Aber er hat auch nicht gesagt, was daran schlimm ist, die Geister zu befreien. Ja, genau. Ich weiß auch nicht, was das bedeutet. Er hat gesagt, nur töten, wenn es notwendig ist. Also nur, wenn es sein muss. Weil das Töten macht, dass die Geister befreit werden. Und das war's. So, und jetzt? Die suchen sich einen neuen Wirtstand da. Oder habe ich es mir eingebildet? Also gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Geistern? Das können jetzt theoretisch zu Emi, weil Emi gebissen ist. In Emi rein und sie dann verführen, dass die andere beißt. Chapter 9, wir sehen immer noch keinen Matt. Ja, Matt kriegt gleich noch seinen Auftritt. Nee, das hier ist gerade Chapter 9. Wir haben noch zwei Stunden zum Until Dawn. Okay. Todes-Totem. Wer wird irgendwie ein Feuerzeug benutzen und dabei sterben? Also kein Feuerzeug benutzen? Jo, gute Nacht, Tieren. Waren die ein Supernatural auch so ultraschnell? Die Vendigos? Ich meine, die waren nicht so schnell. Musik, chr. Fuck. Fuck. Shit. Äh, Pfarrer, okay, das haben wir gesehen. Als Tipp. Ich glaub, als zweites Totem oder so haben wir das gesehen. Oh, 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 oh. Ich glaube, es war wichtig, dass ich den einen erst nach hinten geschossen habe. Mehr Geister, da sind sie. Ein amerikanischer Überlebender in Kanada. Ich finde es aber auch krass, wie Mike das hier einfach runterspielt. Das wäre erst gar nichts, oder? Da, da haben wir sie. Nur bei uns ist sie angezogen. In der Vision hatte sie nur Unterwäsche an. Das heißt, man kann sie noch nackiger bekommen. Beim Date in der Hütte. Wahrscheinlich, wenn man sie nicht ins Wasser kickt. Ich habe sie ja ins Wasser geprankt. Bei einer Streamerin hat sie die Handtuch... Nee, du verwechselst gerade den Charakter. Die mit dem Handtuch ist Sam. Kommt schon, Leute, beeilt euch. Die hat den Handtuch an gehabt. Wir müssen zu Mike. Na los. Hey. Ich, ich, ich komme kaum vorwärts, Leute. Geht doch lieber ohne mich weiter. Äh... Wir lassen dich nicht hier. Nein, Chris, wir lassen dich nicht hier. Wir bleiben zusammen. Mike muss dann eben warten. Aber ja, dafür, dass Sam irgendein random Schüler ist oder so, keine Ahnung. Wie er da so mit den ganzen Vendigos klarkommt. Die einfach alle abknallt. Bam, bam, bam. Das ist crazy. Was für eine Maschine der ist. Habe ich nicht Mike gesagt? Ich meine auf jeden Fall Mike. Das habe ich gesagt. Du hast Sam gesagt, oh. Von der hat jetzt aber auch nichts erreicht da drin, ne? Der ist da hingelaufen, ins Sanatorium, ist da rumgelaufen, hat ein paar Vendigos angeschutet und sitzt weggegangen. Ja, okay, er hat zwei Vendigos getötet, okay. Ja, wir haben jetzt zwei weniger. Shit. Shit, fuck. Mike hat sie hinter sich verschlossen. Kacke. Es muss noch einen anderen Weg geben. Halt. Hey. Was ist hier mit? Also, ähm, sollen wir es versuchen? So viele andere Möglichkeiten gibt's wohl nicht. Boah, wir finden gleich Matt irgendwo so in der Kanalisation und Matt hat sich so komplett mit Fäkalien eingeschmiert. Komplett so mit Fäkalien eingeschmiert, sodass irgendwie die, äh, Vendigos hier nicht riechen können. Und dann laufen wir so da durch, da ist so überall so Scheiße und Pisse und alles so voll ekelhaft und dann so aus der Haufen, aus der Haufen von Scheiße so auf einmal so ein Gesicht. Hey Leute, ich bin's. Matt. 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 Oh Gott, okay, das ist in etwa der letzte Ort, an dem ich jetzt sein möchte. Und wer geht zuerst? Nach euch. Matt. Matt wurde vor vier Stunden schon von den Helis abgeholt, die Emily gerufen hat, ja. Er stöhnt im Hotel. Torium? Ja, wo soll er denn sonst hingehen? Chris, du bist zwar verletzt, aber beeil dich, okay? Ich versuch's ja, Ash. Oder er ist halt wirklich im Wald. Der hat ja doch die... War das Matt und Emily mit den Hirschen? Matt hat wirklich vielleicht die... Hirsche gezähmt. Und es kommt wirklich am Ende die Szene, wo er dann so mit diesem Rudel von Hirschen angelaufen kommt und sagt Kommt! Steigt auf! Und die springen so auf die Hirsche und rennen dann weg von den Bendigo. So dann kommt so eine Fluchtszene. Hey, wir sollten das schließen, oder? Hä? Ich mein, was wenn uns was folgt? Ja klar, mach zu. Aber wir müssen jetzt weiter. Kannst du dich beeilen, bitte? Ja. Nee, aber ich glaub den Fäkalien Matt würde ich mehr fühlen. Das wär cooler. So ein richtiger Survival-Profi. Er macht alles, um zu überleben. Die sind einfach weg. Die sind einfach weg. Hier ist eine Armbrust einfach. Oh, das ist eine Spitzsacke. Die sind einfach alle weg. Die sind alle weggesprintet. Yo, Ash, du machst schon den Gully zu. Ja, ja, mach ich. Wegsitze. Hallo? Wer ist da? Jetzt kommt, glaub ich, die Szene, die bei mir sich in den Kopf eingebrannt hat. Jessica! Bist du das? Wenn ich an Until Dawn gedacht hatte. Zur Gruppe. Versuchen. Nee, Moment, Moment, Chat. Es hieß doch, die Vendigos können Menschen nachahmen, um die in Fallen zu locken. Ja, ja, es wurde ja gesagt, das sind so perfekte Jäger und die können sogar Menschen imitieren. Das ist da hinten gerade ein Vendigo, der Jessica imitiert. Nee, nee, wir gehen weiter. Hallo? Das ist nicht Jess, die wird nicht sterben. Aber wenn es Jess ist, nein, nein. Wieso sollte jetzt random Jess alleine sein? Die sind als eine ganze Gruppe und plötzlich ist Jess alleine und schreit nach Hilfe? Wieso sind die eigentlich alle weggelaufen? Da! Oh mein Gott, endlich, ich hatte eine Scheiße aus. Das sind wir auch. Ach, Moment! Ich habe bei Jess gerade an jemand anderen gedacht. Ich bin zu dumm. Nee, das war nicht Jess, das war ein Vendigo. Oh nein. Wow, toll. Das war eine Falle. Scheiße, ich habe Jess und Sam verwechselt. Ich kann das. Fuck! Ist wie eine Felswand. Ich klettere weiter. Geh du zurück zur Lodge. Ich muss zu Mike. Viel Glück! Nein, ich habe Jess nicht umgebracht. Dann haben wir gleich mit Jess einen etwas schwierigeren Part. Aber wir schaffen es. Das ist der Josh. Den gibt es ja auch noch. Vorsprung! Vorsprung! Ach du Scheiße! Geh wir clever. Junge, was ist das für eine Maschine? Ich glaube, die gehen topikmäßig bouldern, oder? Die macht das öfters. Ich hab das voll drauf. Ich hab das voll drauf, Mann! Ich finde es auch geil, wie sich alle jetzt komplett getrennt haben. Jeder hat jetzt eine komplett eigene Mission. Alles klar. Ich finde ihre Stirnlampe voll stark, ey. Ja, die waren gerade noch zusammen, haben sich irgendwie alle getrennt. Ashley hat ihm gesagt, ich geh Mike suchen. Und ich hab keine Ahnung, wo Chris und Em ist. Sam ist irgendwie die Wand alleine hochgeklettert. Ich weiß, die anderen stehen unten. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Geil. Silent Hill, Rohr. Jakob, leg dich hin. Nicht stehen, nicht sitzen, liegen. Ich muss... Fegt er mir, wenn sie machen. Leg dich hin, Biakko. Ich muss Cuties machen. Ich bin nicht. Nein! Nein, pfadam. Bleib da draußen! Du scheiße! Hey, Professor! Hierher! Ich konnte gerade einen Teil des Bildschirms mit dem Cursor dahin gehen. Alles okay? Äh, definiere okay. Lebendig zum Beispiel? Ja, lebendig ist gut. Boah, ich dachte, ich bin tot. Was machst du hier eigentlich? Ich wollte dich warnen vor den Bendigo's. Nicht mehr nötig. Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Auflösung. Eine Stunde finale Chat. Yoshi! Ich frage mich, wie sehr dir diese Sitzungen jetzt überhaupt noch helfen. Du hörst einfach nicht auf mich, weil du bist jetzt ziemlich am Arsch. Freut mich, Amy. Ich genieße das auch. Sehr spaßig, heute. Ich werde jetzt weggehen, Josh. Nur Zeit zu lernen, dass es mehr zu fürchten gibt, als die Ausgeburten der verdrehten Einbildung eines selbstsüchtigen, verbönten kleinen Barks. Hey, wird irgendwie auch immer mehr zum Bendigo, oder? Ich sage, die Menschen haben dich gern gehabt. Sie wollten dir helfen! Aber jedes Mal hast du sie wieder weggestoßen. Und jetzt bist du ganz alleine. Aber so, wie es scheint, wirst du nicht lange alleine sein. Nein, du bleibst nicht lange allein. Tief atmen, Josh. Tief atmen. Was ist hier neu zum OG? Das gab es im OG nicht? Nein. Nein, 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 nein. Nein. Wie singt Bruder Jakob? Nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Ich bin schon wieder. Ich bin schon wieder. Hau da! Hau da! Hau da! Oh, lass mich in Frieden! Nein, ihr seid tot! Ihr seid tot! Seid still! Oh, nein! Ihr seid tot! Josh! Das ist noch nicht fertig. Nein. Oh, sie werden begeistert sein. Was für Weihnachts-Song. Der Weihnachtsmann ist Jakob. Ich lasse mir nichts für euch befehlen. Ihr könnt mir nichts mehr befehlen. Ihr könnt mir nichts befehlen. Jetzt nicht mehr. Okay. Okay. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst du? Moin. Du bist nicht real. Nein, 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 da unten. Oh, nein, nein. Nein, 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 nein. Nicht nochmal. Benzalan. Benzalan. Oh. Jetzt bist du bei uns. Familien. Geht weg. Geht weg von mir! Geht weg! Warum hast du uns nicht gerettet? Wolltest du unseren Tod? Ich will nicht, dass ihr sterben. Ich schwöre es. Ich schwöre, ich habe euch gesucht. Tegli dreht komplett am Rad. Nein! Was passiert hier? Oh, oh. Oh, bitte. Bitte. Charge. Nein, nein, nein. Ich nehme keine Befehle mehr an. Es ist das, was du willst. Nein, nein. Warum tut ihr das? Lasst mich in Ruhe. Warum tut ihr das? Warum hast du uns nicht gerettet? Du bist tot. Wolltest du unseren Tod? Oh, oh, oh. Die haben ja mies geguckt damals bei Hansel Dornen. Ich habe mich darauf vorbereitet, wie hässlich das Ding wirklich ist. Ja. Und mir ist was Schräges aufgefallen. Äh, was? Der Wendigo. Hat eine Narbe. Ja? Ich kenn diese Narbe. Wovon redest du da? Ich habe alte Fotos vom Kerl mit dieser Narbe gesehen und er verwandelte sich in einen Wendigo. Wirklich? Einer der Bergarbeiter, die in den 50ern verschüttet wurden. Das heißt, das Ding ist 80 Jahre alt. Mindestens. Rüstig für dieses Alter. Sie haben aufgeräumt. Viele Leute starben. Sie? Du meinst, es gibt mehrere? Oh ja. Wie viele? Zu viele. Wir sind fast da. Ich versuche mir gerade zu erklären, wieso er... Ich weiß nicht. Ich habe plötzlich so ein schreckliches Gefühl. Deto. Also ob das... Ich weiß nicht inwiefern ein riesiger Schweinekopf, der aus einer Fleischmasse rauskommt und seine Schwester, die sich das Gesicht abzieht, inwiefern das eine Darstellung von Schuld sein soll. Weil er hat ja die ganze Zeit Schuldgefühle. Oder ob das einfach random eine Psychose ist. Keine Ahnung. Und das hat eigentlich gar nichts wirklich mit seinem inneren Konflikt zu tun. Da würde ich wirklich nicht reingehen. Man ist einfach komplett random. Es gibt keinen anderen Weg. Gut. Ich gehe rein. Komm rein. Ist okay. Ganz sicher? Ich bin noch nicht tot. Berühmte letzte Worte. Ich schiere so. Ich spüre meine Finger nicht. Ich weiß, ich weiß. Bewege dich. Keiner steht auf Frostbeulen. Auch wenn dann echt. Vergiss es. Warte mal. Ich dachte, tiefer wird es nicht mehr. Habe ich nicht gesagt. Ich sagte... Im Original war das nicht so crazy. Doch. Im OG ist es genauso crazy. Ich habe jetzt schon mehrmals gelesen, es ist im OG so. Und dann mehrmals, aber es ist nicht im OG so. Ich bin noch tiefer. Ja. Okay. 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 Hey. Es steigt wieder an. Ich weiß nicht, ob das da kalt ist. Irgendwie ist es doch gerade Winter. Draußen liegt überall Schnee. Es ist arschkalter unten. Wow. 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 Kennen wir den? Wow. Scheiße. Das weckt was? Ja, das wirkt so. Ich hoffe, er ist in der Psyche da still. Oh, 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 oh Ist der jetzt in den beiden die Schwestern? Wer ist high oder sowas? Josh, hör auf, wenn ich denn die Drogen zunehm'n, Mann. Der ist high oder sowas, Mann. Scheiß Freaks, ey. Seht ihr das da vorn? Das ist ein direkter Weg raus, kommt. Josh schafft's auf keinen Fall da hoch. Okay, hilfst du mir rauf, dann geh ich zu den anderen und sag Bescheid. Und die sollen hier so lange sterben, oder was? Du bringst Josh wieder zurück und wir treffen uns in der Lodge. Pass gut auf. Ja, du auch. Digga, ist alles voller Vendigos. Gehen wir durch, geknallter Mistkerl. Uh, ich darf Josh spielen. Bist du high oder sowas? Boah, so fest hättest du nicht zuschlagen müssen, Mann. Äh, ja, sorry wegen vorhin, Mann. Das war wegen Jess mein Fehler. Boah, ich will, dass Jess überlebt, unbedingt. Die denken immer, die sind alle tot. Ich will deren, ähm... Ich will sehen, wie die dann überrascht sind, dass sie noch lebt. Jetzt gehen wir schwimmen. Ich guck mal kurz hier oben nach einem Toten oder so. Meine Freundin ist vermutlich tot, aber ja, sorry, dass ich dich geschlagen habe, obwohl du daran schuld bist. Ja, eine Hand wäscht die andere. Die haben hier letztes Jahr auch einen Prank, ihm, äh, seiner Schwester einen Prank gespielt und die Schwester ist gestorben. Ja, einer, vielleicht nicht unbedingt eine Hand wäscht die andere, aber, äh, Auge ums Auge, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Digger. So. Andere Hand wäscht die andere, das ist wert. Okay, das ist in der Lodge. Das ist Gefahrentotum in der Lodge. Was machen wir? Äh, wir schwimmen. Keine Wassereffekte. Schwaches Spiel. Keine Wassereffekte. Doch, doch, der ist sehr real. Bist du nicht? Doch, sehr real. Das ist sie. Hä, was hätte ich machen sollen? Hä, was hätte ich machen sollen? Weißt du, ob mich jetzt wirklich einer stirbt. Hä, da war doch nicht mal ein Quick-Time-Event. Nichts. Hä, mit! Das hätte man vermeiden können. Aber was? Ich hatte jetzt gerade kein... Seit ich ihn spielen konnte, hatte ich keine einzige Entscheidung, die ich hätte treffen können. Durch frühere Entscheidungen? Was waren da so da maßgebende Entscheidungen, die ich hätte treffen sollen, um das zu verhindern? Matt, oh, Matt, Jess, Matt, Jess, chill doch mal. Matt, Matt. Ich hab in Check geguckt. Oh, bitte. Matt. Auch schön, dich zu sehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sam und Mike, wir haben den Hennens Journal in den Minds nahe am Ende. Wenn wir die Hennere okay... Harry, wir haben das Wasser hier. Dude, they will tell Trash about Henners fate. Scheiße! Jess! Was ist mit dir passiert? Wie zum Teufel hast du überlebt? Ja. Ähm, wir sind nicht allein. Hier läuft irgendetwas Schräges heute. Jemand haut uns hier voll in die Pfanne. Nein. Was? Ja, Chat, dann sind sie noch sieben von acht. Sondern, sondern etwas... Jess, du, du, du hattest eine ziemlich harte Nacht. Du bist durcheinander. Nein. Ich sage dir doch... Schon okay? Äh, ich, ich wollte dich nicht erschrecken. Oh Gott. Kannst du gehen? Ja. Komm schon, Jess. Ich glaub, nicht viele haben acht gewartet. Ja, aber crazy, dass das so eine Kleinigkeit ist, die man irgendwie finden muss. Sieh mal da. Hier gab's einen Einsturz. Das war ich. Was? Ich bin da durchgestürzt. Was? So tief runter? Scheiße. Willkommen im Club. Was? Ich bin von einem verdammten Feuerwachturm gefallen. Du verarschst mich. Oh, Jess sieht aber echt mies. Mies dead aus, ey. Die ist richtig mitgenommen. Ja, irgendwie hat er nach unten auf den Boden geguckt. Eigentlich müsste er hochgucken, um zu gucken, wie tief sie gefallen ist, oder? Er hat aber straight auf den Boden geguckt. Ja, aber im nächsten Playthrough holen wir das Tagebuch. Dann alle tot außer Josh. Okay, Glückstote. Der Josh-Only-Run. Nee, Josh wird auch getötet. Aber einfach nur, ähm... Ich denke mal, das Tagebuch kann man auch finden, wenn zu dem Zeitpunkt bereits sogar Josh tot ist, I guess. Ist ja auch... Auch Lore. Und nicht einfach nur... Item für Josh, I guess. Ja, kann sein, das ist der erste Punkt überhaupt, wo er sterben kann. Weil das ist ja das erste Mal, dass man ihn wirklich spielt. Das ist wahrscheinlich der erste Moment, wo er überhaupt sterben könnte. Und er stirbt direkt. Ich hoffe, wir haben jetzt dadurch nicht irgendwelche coolen Delulu-Szenen verpasst. Wo er einem anderen Schwein ins Gesicht braucht. Ernsthaft? 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 Okay, das ist ja Trash. Das war ja einfach 50-50 jetzt gerade. Es ist einfach 50-50. Oh, fuck! Ja, solche Tode sind ja mega dumm. Das war ja nicht mal irgendwie ein Test oder so. Sondern wirklich einfach nur, ja, hier. Links oder rechts? Ah, rechts. Okay, Pech. Ich akzeptiere, Jess, tot mich. Nee. Nee. Zähle ich nicht. Du willst immer die schnellste Route, aber das Game nicht. Ich wollte nicht einfach die schnellste Route, sondern der Gang war komplett frei und die wollten sich verstecken. Ich fand Verstecken halt in dem Fall einfach nur unsinnig. Weil wir müssen ja eh raus. Junge, das letzte Mal, als ich gesagt habe, ist das nicht so gut. Ich dachte, ob ich verstecken, hat sich die dumme Alte so versteckt, dass hier einfach ihr Gesicht offen steht und angeläuchert wird von der Lampe. Junge, ich bin so mad jetzt, ne, wegen Jess. Ich wollte unbedingt, dass die anderen sehen, dass sie lebt. Und dann stirbt sie einfach bei einer Fifty-Fifty-Entscheidung. Junge, bin ich mad. Ich war auch mad, als Chris bei mir starb. Ich wollte nicht mehr. Aber jetzt stirbt niemand, okay? Ach, jetzt kommt wieder so eine dumme Fifty-Fifty-Scheiße. Dann sterben alle noch. Dann sterben alle noch. Und dann sterben alle noch. Shit. Hey, hey, kommt schon, macht auf! Leute, los, kommt, seid ihr da? Lasst mich rein! Sam! Shit, Mike! Oh Gott, du siehst schlimmer aus! Wird noch schlimmer, wenn wir hierbleiben. Komm schon. Die werden bei mir gleich alle im Haus so sterben, ne? Okay. Digga, ich bin vorhin mit Mike durch dieses ganze Sanatorium nur gesprintet und mir ist nichts passiert. Oh Gott, was für ein furchtbarer Tod. Nicht gut. Was sollen wir jetzt tun? Sehen wir im Keller nach. Und, das letzte Mal, als ich stehen geblieben bin, das war mit Victor und Chris. Und wisst ihr, was passiert ist? Chris wurde direkt geköpft. Äh, Mike. Äh, Victor, meine ich. Der wurde direkt geköpft. So. Also erzählt mir nichts hier, dass es so obvious ist, sich zu verstecken. So obvious ist das absolut nicht. So, ich muss jetzt noch irgendwie so ein Kaugummi finden. Damit dann am Ende Mike überlebt. Bereit für den Seniorabschlussball. Hannah, Sam, Mike, Emily. Okay. Ja, es war ja auch 50-50. Aber Chad sagt, tut hier so, als wäre es ja voll logisch. Wieso sollte man denn laufen? Man sollte sich verstecken. Das war absolut nicht logisch. 50-50. Ich sag's euch. Verschließen. Ich bin nicht gelaufen, Chad. Er steht still. Kein. Ruhig. Keiner bewegt einen verfickten Masken. Der sitzt auf der Scheiß-Lampe. Der sitzt auf der Scheiß-Lampe. Aber alssemble ist es im Familien, team darf's invitiert. Oh, yeah! Ah, da ist es! Ah! Ah, da ist es! Alles war gerade ja! Amen! Ah! Ah! ains Ich denke, die fighten, weil die eine ist Hanna. Und du vertreibst die? Boah, ich habe keine Luft mehr bekommen, ich habe die Luft angehalten, es war schon langsam knapp. Oh, 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 oh. Nein! 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 Ben? Up to save, Neem? Das war ja so anti-climatic, Alter. Der alte Mann, ich kann ihn gar nicht beschreiben, ich meine. Sie sagten, Sie hätten sich von ihm verfolgt gefühlt. Hat das noch jemand aus Ihrer Gruppe gedacht? Naja, ja. Hat ihn vielleicht diese Person getötet? Was? Nein! Nein, Sie verstehen das nicht. Glauben Sie... Hat er Sie angegriffen? Er hat mich gerettet und ich hab ihn sterben sehen. Ich war genau da und ich hätte etwas tun können. Ich wollte ihr ja auch helfen. Ich war nicht gut genug. Er war doch mein Freund. Nachdem seine Schwestern verschwunden waren, haben wir oft geredet. Er sagte, ich wäre die Einzige, die ihn versteht. Ich dachte... Ich dachte, wir ständen uns nahe. Wenn Sie mit jemandem reden wollen... Danke, nein. ...manchmal nach einem traumatischen Erlebnis... Ich sagte doch nein. Nein. Wo ist M? Haben Sie M? Ihr... Haben Sie... Was? Wo? Wo ist sie? Wo ist M? Ich muss mit ihr reden. Sie war in der Lodge. Was... Was meinen Sie? War sie auch in der Lodge? Sie war in der Lodge. In dem Feuer. Ach stimmt, der... Da war ja nicht Chris. Da war ja Ashley. Nein. Und M. True. Nein, nein. Das kann ich. Oh Gott. No. Fuck! Nein! Ich war schuld an Mikes Tod. Ich sollte mich nicht bewegen. Aber das habe ich. Ja, aber Mike retten wäre doch auch bewegen. Er hat mich berettet. Ich bin schuld an seinem Tod. Ich dachte halt... Mike retten ist... Ich renne jetzt zu Mike und greife den Wendigo an. Und ich dachte, wenn ich das mache, wird sie sterben. Hätte es warten müssen. Ich hatte keine Option zu warten. Ich hätte Mike retten oder zum Schalter gehen. Und ich dachte, wenn ich halt zum Schalter renne, lenke ich halt die Wendigos ab. Und die anderen können dann weg. Mike... Weil alle Wendigos hinter mir hinter mir her gelaufen. Weil für mich war das komplett dumm, Mike versuchen zu retten. Da gehen gerade zwei Wendigos auf ihn zu. Und ich, als Sam, soll jetzt von hinten einfach drauf springen, oder was? Moin, Leute! Ich bin Sam! Ich bin Sam! Gab's ein Autosave? Ich will das Finale nochmal machen. Das ist neu. Wie kriegt man das andere neue Ending? Sie blutet an der Hand. Scheiße! Ich bin wach! Ich bin wach! Dann. Sam? Bus? Bus? Bus 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 Villa Bus 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 Ja, das Kapitel war, glaub ich, gar nicht so lang. Wenn man jetzt was skippen könnte. Aber ich kann nicht skippen. Wieso kann ich nicht skippen? Nee, Josh kann ich doch nicht mehr retten. Ist doch so spät. Ich frage mich, wie sehr dir diese Sitzungen... Ich krieg das Tagebuch jetzt noch? Ist nicht zu spät schon? Oh, das ist ja nice. Ja, aber ich konnte doch die ganze Zeit Cutscene skippen. Wieso nicht? Jetzt? Wenn ich irgendwie Start gedrückt habe, stand immer unten in der rechten Ecke. Ich werde jetzt weg, Josh. Wird Zeit zu lernen, dass es mehr zu fürchten gibt, als die Ausgeburten der Verdachtung. Das war fucking so funny. Es war so dumm. Es war so dämlich. Vor allem die? Wie scheiße antiklimatisch das war. So voll das Finale und dann einfach boof, alle Tod-Credits. Nein, du bleibst nicht lang allein. Tief atmend. Vor allem im... Man muss nicht... Fünf Minuten vorher haben noch sieben Leute gelebt. Da hat einfach diese 50-50-Entscheidung. Jess stirbt. Eine Minute später fliegt das Ganze aus in die Luft. Nein, 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 nein. Weil dann bin ich aber von sie plötzlich bei drei. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Halt ab. Oh! Lasst mich in Frieden! Nein! Ihr seid tot! Ihr seid tot! Seid still! Oh, nein! Ihr seid tot! Josh! Es ist noch nicht fertig. Nein. Sie werden begeistert sein. Sie werden es nie, wenn es fertig ist. Ich lasse mich nicht vor euch befohlen. Ihr könnt dir nichts mehr befehlen. Jetzt nicht mehr. Okay. Ja, ne? Eigentlich ganz gut. Ich vertraue euch. Alle meine Charaktere, die gestorben sind, sind alle in diesem Kapitel gestorben. Ich vertraue euch. Ich muss nur dieses Kapitel spielen. Eigentlich ganz praktisch. Ich kann nichts mehr skippen. Du bist nicht real. Die wollen, dass wir das Schwein nochmal sehen. Nein! 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 Nicht nochmal! Ganz allein! Jetzt bist du bei uns! Familie! Geht weg! Geht weg von mir! Geht weg! Warum hast du uns nicht gerettet? Wolltest du unseren Tod? Ich schwöre es. Ich schwöre es. Ich schwöre, ich hab euch gesucht. Ey, ich schwöre es. Ja, ich schwöre es nicht. Ich schwöre es nicht. Ich schwöre es nicht. Ich schwöre es mehr. Ich schwöre es in die V prophecy. Ich schwöre es nicht. Ich nehme keine Befehle mehr an. Was mir auch vorhin aufgefallen ist, was irgendwie gar keinen Sinn ergibt. Es wurde ja gesagt, wenn die sich in Wendigus verwandeln, dann reißen sie sich ja die Haut ab. Aber wieso sieht man immer noch Hennas Tattoo? Und? Wieso haben die Wendigus eigentlich Jess Handy durchs Fenster geworfen? Warum redest du da? Ich habe alte Fotos vom Kerl mit dieser Narbe gesehen und er verwandelte sich in einen Wendigo. Wirklich? Einer der Bergarbeiter, die in den 50ern verschüttet wurden. Das war nicht Josh. Weil danach kam ja direkt der Wendigo und hat sie durchs Fenster gezogen. Sie? Du meinst, es gibt mehrere? Oh ja. Josh wusste ja gar nichts, was draußen passiert. Josh war ja die ganze Zeit nur in der Villa und hat dort sein Zorspielchen gemacht. Was ist da? Beim Versteck. Wie kommst du da rauf? Ich weiß nicht. Ich habe plötzlich so ein entschreckliches Gefühl. Da will ich wirklich nicht reingehen. So und nicht ins Wasser. Es gibt keinen anderen Weg. Mike? Ist das das, was ich denke? Schön. Sieht aus wie ein Grab. Ich kann jetzt so drehen. Oh Gott. Ja okay. Es wurde gesagt, das sind super schlaue Jäger, weil die Menschen nachahmen können und wissen, wie Menschen sind. Da. Es stand ein Kreuz hier. Also wurde sie hier beerdigt. Also vielleicht wissen sie auch, dass Menschen ihre Handys mögen. Gehen wir weiter. Oh, falsche Richtung. Da ist das Wasserrad. Wie komme ich denn da hin? Ach, muss ich durchs Wasser, ne? Bin ich da nicht hingelernt? Gut. Ich gehe rein. Komm rein, ist okay. Ganz sicher? Ich bin noch nicht tot. Berühmte letzte Worte. Ich schriere so. Ich spüre meine Finger nicht. Ich weiß, ich weiß. Bewege dich. Keiner steht auf Hausbeulen. Auch wenn dann er echt. Oh nein, vergiss es. Bin ich vorhin rechts lang gelogen? Warte mal, ich dachte, tiefer wird's nicht mehr. Wahrscheinlich bin ich einfach nur rechts durchgelaufen, ne? Ich weiß nur das. Haie. Haie. Danke. Die guten Höhlenhaie. Wer kennt sie nicht? Ist das falsch? Ich glaube, das ist richtig. Ja, ist richtig. Hier haben die geschlafen. Aber wo ist das Tagebuch? Das ist nicht hier. Hä? Da. Okay, jetzt kommt Lore. Oh, shit. Sieht wie Hennas Schrift aus. Tag 1. Meine kleine Schwester ist tot. Sie hat den Sturz nicht überlebt. Ich habe gesehen, wie die Farbe aus ihrem Gesicht wich. Mein Bein ist gebrochen. Ich bin ganz alleine gefangen mit Beths Leiche. Bald wird jemand kommen. Tag 5. Ich war noch nie so hungrig. Es fühlt sich an, als würde mein Magen sich verdrehen. Ich habe mir Beths Pulli genommen. Jetzt ist es viel wärmer. Sie passt immer noch auf mich auf. Tag 30. Tut mir leid, Beth. Ich habe keine Wahl. Nur so kann ich noch überleben hier unten. Wenn das jemand findet, es tut mir leid. Ich musste... Es ging nicht anders. Was heißt das? Scheiße. Ja, okay. Sie hat sie gegessen. Tag 33. Meine Hände fühlen sich schmutzig an. Meine Nägel sind ausgefallen. Herausgedrückt. Ich habe Schmerzen, aber mir ist nicht mehr kalt. Kein Schmerz. Ich werde stärker. Der Rest der Schrift nur noch gekrakelt. Hanna. Irgendwas mit Hanna. Okay. Oh Gott, das ergibt Sinn. Ich glaube, Hannah grubb Beth aus. Das war Hannah. Nein. Michael, ich kann nicht sagen. Michael, es muss nur sein, nur so ergibt als ein Sinn. Sie hat ihn nicht mal frisch gegessen. Na und? Was heißt das? Na, Hannah muss sie beerdigt haben. Verdammt. Gott, verdammt. Hannah war hier unten. Hör auf damit! Sie muss fast verhungert sein. Sie war so verzweifelt. Fuck! Wir müssen zu Josh. Sofort. Ne, 30 Tage geht, solange du trinken hast. Jesus hat es auch 30 Tage geschafft in der Wüste. Sanji hat 70 sogar geschafft. Jesus hat sogar 40. Okay. Ja, aber Sanji hat eh mehr. Hanna war nicht mal so weit eigentlich entfernt vom Ausgang, ne? Hey, ist die dumm? Ja. Okay, gut, sie hat ein gebrochenes Bein, ne? Okay, okay. Hey, es steigt wieder ein. Wir schaffen es. Oh mein Gott, das hoffe ich. Ja. Oh mein Gott. Scheiße. Sie. Er hat wirklich, Mike fehlen zwei Finger. Und der ist da so eine Aktion losgezogen, wo er einfach alle Venugos abschlachtet. Und sie, oh, mein Beinchen tut weh. Siehst du das? Okay, dann bleibe ich jetzt hier 30 Tage und fresse meine eigene Schwester. Wo ist eigentlich Josh? Oh mein Gott. Den siehst du jetzt in 10 Sekunden circa. Mir wird schlecht. Oh, halt, 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 ich hab was gesehen. Waren das 10? Da ist Josh. Nein, 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 ihr könnt, ich nehm keine Befehle mehr an. Ihr könnt mir nichts mehr befehlen. Hey, hey Josh. Ihr könnt mir nichts mehr befehlen. Ihr könnt mir nichts befehlen. Jetzt nicht mehr. Halt wirklich, ne? Ihr, ihr Schlafplatz ist auch noch so in so einer Höhle, wo du erst durchs Wasser überhaupt musst. Also die hat schon wohl erkundet, aber trotzdem nicht den Ausgang gefunden. Was ist mit ihm, Mike? Er ist high oder sowas. Josh! Er ist high oder sowas. Josh! Hey Mann! Nicht, schlag mich nicht. Bitte. Da warst du total weg, Mann. Oh, ne dumme Scheiß. Ich war nicht weggetreten. Wir dachten, du bleibst auf dem Triff. Josh. Hannah war hier unten. Wochen, einen Monat. Sie grub Beth aus. Sam. Mike. Los, verschwinden wir jetzt von hier. Okay. Josh, hast du den Schlüssel für die Seilbahn? Ähm. Ja. Hier. Gut. Seht ihr das da vorn? Vor allem, weil Beths Kopf noch ganz anders war. Das ist ein direkter Weg raus. Woanders war. Ja, ja. Das kommt ja auch noch dazu. Also, die ist da mehrmals hin und her gewandert oder so. Durch das Wasser. Diese Steine hochgeklettert. Dafür war sie stark genug und fit genug. Ja. Ja, gut. Aber am anderen Seite des Wassers hochzuklettern, wo sogar der Stein noch niedriger ist. Ja, du auch. Da kam die nicht auf die Idee. Gehen wir durchgeknallter Mistkerl. Mistkerl überlebt jetzt. Die ist ja stärker geworden, hat sie geschrieben. Ja, weil sie sich ja in Wendigo verwandelt hat. Oh, so fest hättest du nicht zuschlagen müssen, Mann. Äh, ja, sorry wegen vorhin, Mann. Das war wegen Jess mein Fehler. Hey, Victor. Ja, ich glaube auch. Sie hat einfach nur einen Vorwand gesucht, um Menschenfleisch zu essen. Sie war schon vorher ein Freak und wollte Menschenfleisch essen. So, aber Chad, die haben doch jetzt ihm nichts gesagt. Neues, oder? Doch, haben die gerade gesagt? Ich habe nicht aufgepasst. Drei Wörter. Okay. Also Beth ist Wendigo. So, jetzt wieder den Fokus. Doch. Bist du nicht? Doch. Hör doch. Hör doch. Nein. Nein. Sie ziehen durchs Wasser, zieht. Er lebt. Kopf nicht geplatzt. Vlad, danke schön für elf Monate. So. Jetzt muss ich Jessica retten. Ja, ich verstecke mich gleich. Ich hoffe, danach kommt nicht wieder eine Fifty-Fifty-Aktion, dass sie wieder sterben kann. Boah, die Frau tut mir so leid, ne? Scheiße. Junge. Jess, was ist mit dir passiert? Wie zum Teufel hast du überlebt? Ja. Dass aber auch der Wendigo sie nicht gefressen hat, sondern nur dahin gezogen hat. Jemand haut uns hier voll in die Pfanne. Nein. Was? Nein, nicht jemand, sondern etwas. Jess, du, du, du hattest eine ziemlich harte Nacht. Du bist durcheinander. Nein. Ich sage dir doch. Schon okay? Ich wollte dich nicht erschrecken. Oh Gott. Kannst du gehen? Ja. Komm schon, Jess. Das hat sie durchgemacht. So ein Wendigo hat sie irgendwie durch den ganzen Wald über den Boden gezogen. Und dann ist sie irgendwie so einen ultralangen Schacht durchgefallen. So ein Wendigo hat sie durchgemacht. Okay, hier war es, ne? Komm. Jess? Okay, komm, Jess. Es tut weh. Oh Mann. Scheiße. Tut das weh? Oh Gott. Ne, sie hat gerade einfach nur so aus Spaß gesagt, das tut weh. Okay. Na was? Wir schaffen das. Wir kommen raus. Komm schon. Komm schon. Komm, komm, komm. So, das meine ich ja. Die müssen ja trotzdem hier langlaufen. Jess! Und da kommt halt wieder ein Wendigo. Es ändert sich halt gar nichts irgendwie. Da. Lass's. doğệu hoch. Steig. Deا. Wie ist denn das? Der, wie ist denn das in der Insel? Der. Der, wie ist denn der link ist? Man kann fahren gar nicht. Die imperfection. War's das? Okay, jetzt noch mal klettern. Jetzt hier beim Klettern sterben. Junge, ich guck in den Chat. Wieso guck ich in den Chat? Der Trottel. Ich guck wieder in den Chat. Oh mein Gott, bin ich dumm. Okay, nice. Ja, sie geht boldern. Sie kann das. Sie ist Profi. Sie hat auch, guck, sie hat auch so eine coole Lampe auf dem Kopf. Die macht das öfters. So, bei der Weckring-Sequenz kommen jetzt auch noch Quick-Time-Events, ne? Okay. 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 Achso, ich sah gar nicht die Kopflampe. Ja, hier, die Kopflampe von ihr halt. Die ist halt cool. Das ist so eine Kletterer-Lampe. Ich glaube, Kletterer tragen so Lampen, oder? Ich denke nicht, dass ich mehr Charaktere in der Lodge haben werde. Matt, Chris und... Matt, Chris und... Jessica bleiben aber trotzdem draußen. So, vorhin, die, die überlebt haben, die waren halt nicht da. Und die sind ja immer noch nicht da. Chris war drin. Ja, der war halt am Ende nicht drin, irgendwie. Der stand draußen. Hat gewartet. Das Kreis. Ich bin gespannt, wie Josh jetzt zu der ganzen Sache kommt. Shit, Mike. Oh Gott, du siehst schlimmer aus. Es wird noch schlimmer, wenn wir hierbleiben. Komm schon. Okay. Okay. Komm schon. Komm schon, ich schaff das. Ich schaff das. Mike, was ist mit Josh? Ja, den. Gott, was für ein furchtbarer Tod. Nicht gut. Was sollen wir jetzt tun? Sehen wir im Keller nach. Vielleicht ist da noch jemand. Nein, wir haben gerade schon gesehen, wie alle sterben. Wir brauchen das kein zweites Mal. Falls noch jemand lebt, sind sie wahrscheinlich im Keller. Du hast dich vorhin bei deinem Triple-Kill vergessen, weil ob der Lana zu bedankt ist. Wir brauchen die Chance, dass wir überleben. Ne, ich habe Wetter noch nicht aufgelöst. Wie sie sie geboxt hat. Oh, shit. Oh, Gott. Oh, Gott. Ganz ruhig. Keiner bewegt einen verfickten Moskern. Oh, Gott. Oh, oh, oh. Das Ding ist, ich weiß halt nicht, was kommt, nachdem ich Mike retten mache, was danach für Entscheidungen kommen. Komm, 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 komm. Okay, Chris ist raus. Mike rett. Perfekt, Emi ist raus. Verstecken. Die nächste ist draußen. Laufen, verstecken. Das steht nicht zum Lichtschalter, I guess. Laufen, verstecken. Es steht nicht Lichtschalter, ich laufe. Da steht... Ja, Riff, Mike. Fick, Mike. Da stand nur Laufen! Ey, Digga, zweimal hintereinander steht Laufen und Lichtschalter. Und beim dritten Mal steht einfach nur Laufen. Das war halt voll der Bait. Nein, ich mach nicht noch mal neu. Scheiß auf Mike. Fuck! Nein! Das werden wir jetzt sehen, was mit Josh ist. Der alte Mann, ich... Ich kann ihn gar nicht beschreiben, ich meine... Sie sagten, Sie hätten sich von ihm verfolgt gefühlt. Hat das noch jemand aus Ihrer Gruppe gedacht? Na ja, ja. Hat ihn vielleicht diese Person getötet? Was? Nein! Nein, Sie verstehen das nicht. Glauben Sie... Hat er Sie angegriffen? Er hat mich gerettet. Und ich hab ihn sterben sehen. Das war Jessica. Ich weiß nicht wie oder warum sie da unten war, aber ich weiß, ich hab sie gehört. Er hielt sie mir direkt vor's Gesicht. Hier hin, direkt vor meine Nase und er hätte schießen können. Er hat mich fast erschossen, der Penner. Ich meine, da geht man ewig lange mit einem Kerl aus. Das ist das einzige wichtige für Sie! Der schießt echt den Vogel ab! Ich war genau... ...da... ...und ich hätte etwas tun können. Ich wollte ihr ja auch helfen! Ich war nicht gut genug. Diese Frau! Ich wurde... getragen. Geschleift. Bohohohohohoho. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die Arme. Er war doch mein Freund. Nachdem seine Schwestern verschwunden waren, haben wir oft geredet. Er sagte, ich wäre die Einzige, die ihn versteht. Ich dachte... So, ne Mike schon schwach. Halt dein Maul. 7 von 8, das ist okay. ...ein einem traumatischen Erlebnis. Ich sagte doch, nein. Wo ist Matt? Ist er okay? Ist seine Befragung vorbei? Ich bin etwas besorgt, weil... Naja, ich bin seine Freundin. Hat er das erzählt? Ich meine, vielleicht war er genervt von mir für ein paar Minuten. Aber er weiß, dass ich ihn absolut liebe. Das weiß er. Das hat er auch gesagt, oder? Ihre Freundin Ashley, sagte sie, sie wollte ihnen helfen. Nein. Die ist so dann. Sie sagte, sie ist ihr Rufen gehört. Nein. Ich mich. Oh Gott. Ich war schuld an Mikes Tod. Ich sollte mich nicht bewegen. Ab das habe ich. Nein, das Game ist schuld. Er hat mich gerettet. Das Game hat gebetet. Ich bin schuld an seinem Tod. Mike. Was wissen Sie noch? Er hat mich gesucht. Wirklich. Sie gesucht? Wo ist er? Hat er überlebt? Sie müssen mir zuhören. Es ist mir egal, ob Sie mir glauben oder nicht. Ganz egal, denn das werden Sie. Sie müssen runter in die Minen. Was ist in den Minen, Sam? Ich habe gesehen, was dort ist. Und ich würde alles geben, es zu vergessen. Wirklich. 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 Ja, der Schrei war fake. Ashley wäre wahrscheinlich gestorben, hätte ich dem Schrei gefolgt. Wirklich. 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 Der Snackt sich victors' Kopf. Jetzt dasselbe nochmal. Ja, das... Josh verwandelt sich. Der Guest gibt keine Rettung für Josh. Ja, wir gucken uns kurz das andere neue Ending an. Auf YouTube. Zu Quetsch, da kommt es schon besser. Until Dawn Remake neue Ending. Gibt es das auf Deutsch? All new secret Endings. Wie englisch auf jeden Fall. Man, I, uh, I don't know how to describe him. I mean, you said you thought he was stalking you at first. I don't know. I don't, I don't know. You wanted to hurt us. Hey, and I thought he was the one who attacked Jess. I thought we were close. After his sisters. He said I was the only one who understood him. I thought. I thought we had a connection. If you need someone to talk to. I'm fine. Sometimes, after a traumatic experience. I said I'm fine. I, I stabbed him and I tried to get away, but I didn't know, I swear, I didn't know. Didn't know? Who did you stab? Oh, I, I stabbed the maniac. I didn't know it was Josh, but then he was the second. How was I supposed to know, Josh had a... Oh, der hat gerade in seinem Playthrough Josh umgebracht. Oh, the saws and the gun, and oh my god. You bringing in Meat Brain next? Can I kick him around a bit for me? I'm sorry? Meat Brain, Mr. Muscle Braun, Matt the Incredible Sulk. Is there something we need to know? Oh, no, nothing important except, um, you know, how he basically left me to die up on a freaking tumbling tower like a world-class douche nozzle. Your friend Ashley, is she? You told her, she tried to help you. You can just peeksen, don't kill him, okay? Not me. Yeah, come. You said! Hä? Wo ist... Gibt es da nichts mehr? Ich dachte, da gibt es nur was Neues. Ah, hier. Das ist noch neu. Okay, es gibt noch irgendwo ein Ending, wo Josh nicht Wendigo wird. Sondern normal ist. Sondern schafft ihn zu widerstehen dem Fleisch. Es ist dran. Maybe, wenn du 100% machst. Also alle Collectibles, maybe. Aber ist jetzt nicht so lame. Das jetzt mit Sam hier, das Ende war interessanter. Weil es wie so ein kleiner Teaser ist. Vielleicht ist das auch ein Teaser. Vielleicht gehören die beiden zusammen, diese Teaser. Das hier und das andere. Nee, aber wenn Until Dawn 2 kommt, und das ist eine Fortsetzung von dem ersten Teil, dann wird dort nicht Josh vorkommen. Die werden nicht Rami Malek für den zweiten Teil bekommen. Der Typ ist mittlerweile AAA-Hollywood-Star. Der macht da nicht bei so einem publigen Spiel mit. Der ist abgehoben. Der macht jetzt nur krasse Hollywood-Produktionen. Der ist jetzt irgendwie, damit der in deinem Spiel mitmacht, musst du schon Millionen bezahlen für den. Ja, Rami Malek mal ein, meine Eier. So. Siehst du aber, das wurde extra für die neue Szene gefilmt. Es ist ja nur sein Gesicht, was ja tausendmal schon getrackt wurde. Der sagt ja nicht mal was. Sein Gesicht, was hundertmal getrackt wurde bereits. Sony bezahlt die Treffen immer. Shit, finanzielle Entscheidungen. Ich denke nicht, dass Sony das bezahlen wird. Aber ja, Shit, das war Until Dawn. Wir werden auf jeden Fall noch einen Run machen. Mal schauen. Vielleicht wieder direkt nächste Woche Sonntag. Aber da machen wir dann einen katastrophalen Run. Ich weiß nicht, wie schlimm es in der Villa am Ende aussehen kann. Also, dass am Ende nur Mike und Sam da sind oder so, weil alle tot sind. Nein, das war jetzt kein Katastrophen-Run. Bis zu Kapitel 10 waren bei mir alle am Leben. Okay. Ich gucke mal kurz die Gamba an, wie die aussieht. Ich denke mal, nächste Woche Sonntag machen wir dann noch einen Run. Und dann wird es eine komplette Katastrophe. Ich werde halt nicht nur die Quicktimes versauen, sondern ich werde auch nur so miese Entscheidungen treffen, dass die sich alle gegenseitig hassen werden. Ich werde alle nur durchbeleidigen. So, Stream-Manager. Wie sieht die Gamba aus? Die meisten Leute haben für... Oh. Die meisten Leute haben für 5 gestimmt. Ey, wäre das mit dem Lichtschalter nicht passiert, dann hätten wir halt wirklich 6 gehabt. Aber so sind es jetzt halt theoretisch nur 3 geworden. Schade. Schade, schade. Du hast es zweimal geschafft, Matt am Leben zu lassen, wo viele echt gestruggelt haben. Matt? Wieso Matt? Wo haben denn Leute bei Matt gestruggelt? Wieso ist Matt am schwierigsten? Der war dieses ganze halbe Spiel nicht mal da. Matt habe ich auch nicht geschafft. Matt war bei mir auch der Einzige, der tot war. Der stirbt gefühlt bei jedem. Ja, aber der kann dann nur beim Turm sterben, oder wie? Auch weil du zum Überleben nicht zum Tower gehen darfst. Ja, aber ich bin noch zum Tower gegangen, der hat überlebt. Den kann man richtig leicht aus Versehen töten. Ja, aber ich bin noch mal da. Vielen Dank.